Horchen Sie auf, lehnen Sie sich zurück und hängen Sie ab. Denn jetzt, endlich, gibt es eine neue Folge von Stricker TV. Herzlich willkommen, Michael David. Wir sprechen jetzt Hochdeutsch. Wir haben versprochen, unseren deutschen Zuschauern gegenüber ist es ein bisschen anständiger. Bevor wir richtig loslegen, das letzte Mal hast du keine Liste geschickt, was du gerne trinken willst. Dieses Mal wieder nicht. So viel Stardom wäre eigentlich erlaubt. Ich habe jetzt einfach bei Aldi alles Mögliche eingekauft. Futze-Tee, ich weiss nicht, warum man das so nennt. Das ist ein bisschen obszön, aber es heisst Futze-Tee. Dann haben wir Red Bull Flying Power. Ich habe sogar noch, habe ich jetzt das vergessen, mit Himbeerbeschmack oder so? Nein, hier hinten, schau. Hast du es schon mal gesehen? Hast du den Tee? Heidelbeere. Tee hast du aber nicht in der Schweiz gekauft. Nein, in Österreich. Bei uns heisst er Fussel-Tee. Fusse-Tee. Genau deswegen mussten Sie den Namen ändern. Genau deswegen. Aber komisch, dass die Österreicher bei Futze nichts denken. Nein, das gibt es nur in der Schweiz. Das heisst auch anders. Okay. Also was Futze heisst, müssen Sie halt nachschlagen, eher Österreicher und Deutschen. Aber ich dachte, es sei klar. Aber ja. Wir sind halt sehr international, darum haben wir österreichische Getränke. Und ich habe ein kühles Blondes, aber nur in Bierform. Nein. Okay, ein Zero. Nein. Okay, dann sag doch, was du willst. Wodka-Pur. Das heißt mal bei dem Flying... Was ist das? Flying Power. Und ohne Heidelbeere, ganz normal? Oh Gott. Nein, ganz normal. Ganz normal. Kein Ökko. Und dann noch ein bisschen von dem gebrannten Wasser da rein. Und dann passt das schon. Okay, das dann doch. Aber die Mischung musst du vorgeben. Alkohol ist die beste Methode, jemanden zum Sprechen zu bringen. Genau. Okay, du musst Stopp sagen, gell? Ja, okay, passt. Ah, ich bin zu nett. Und hier bist du voll? Nein, nein, nur so... Das ist... Ja, ja, genau, ist gut. Okay. Nachschub jederzeit. Alles gut. Okay. Ich würde sagen, ich gebe dir... Genau, ich schlage zu. Du trinkst auch was? Ja, aber ich bin ein Langweiler. Ich nehme Futze Tee. Peach, lustigerweise. Prost. Zum Wohle. Ich würde bis dann... Ich würde vorschlagen, bis der Alkohol anfängt zu wirken, habe ja ein paar Minuten Zeit. Genau, fang du an. Ich möchte dich mit einem Gedankenexperiment konfrontieren. Ich freue mich. Und zwar gibt es einen Gedanken, der mich seit etwa einem guten Jahr verfolgt. Ich war früher sehr interessiert an Nihilismus oder Friedrich Nietzsche Schopenhauer, quasi das... Der... 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 Aber ich habe letztendlich ein Gespräch gehört zwischen Sam Harris, einem Neurowissenschaftler und Philosophen und berühmten Atheisten mit einem südafrikanischen Professor. Und bevor ich da in ZLG gehe, möchte ich dich fragen. Ist das ein Gedankenexperiment? Wir arbeiten jetzt mit ein paar Zahlen. Ist natürlich ein bisschen abstrakt, aber du wirst es hinkriegen. Stell dir vor, es gibt eine Glücklichkeitsskala von 0 bis 100. 0 bedeutet die totale Misere, also nur Leiden. 100 ist das absolute Glücksgefühl. Wahrscheinlich, was du kennst, wenn du auflegst und alles gut läuft. Und jetzt haben wir zwei Kinder. Wir haben ein Kind, das ist Glücksgefühl 50. Genau in der Mitte. Nicht glücklich, nicht unglücklich, einfach neutral. Und wir haben ein zweites Kind, das ist 0 oder 1. Absolutes Leiden, absolute Misere, Toastlosigkeit auf allen Ebenen. Und jetzt hast du, das ist natürlich abstrakt, du hast jetzt die Möglichkeit, einem dieser beiden Kinder zu helfen und seinen Glücklichkeitsfaktor um 50 Punkte zu heben. Also du kannst jetzt entweder das Kind, das mittelglücklich ist, in das totale Glücklichsein führen, oder du kannst das Kind, das im totalen Elend lebt, dazu bringen, dass es ein durchschnittlich schönes Leben führt. Was denkst du, was würdest du machen, was ist moralisch richtig? Ich jetzt persönlich? Ja. Ganz spontan jetzt würde ich sagen, das von 0 auf 50. Warum? Weil ich als Betrachter von aussen lieber zwei Kinder sehe, denen es ganz okay geht, als eines, das überglücklich ist und eines, das nur so dahin vegetiert. Genau. Das ist eigentlich eine Fangfrage gewesen, weil es ist die logische Antwort. Nur ist diese logische Antwort, die wahrscheinlich fast jeder nach seinem Gerechtigkeitsempfinden oder moralischen Empfinden so beantworten würde, führt zu einer ziemlichen Kollision. Und gerade du bist, glaube ich, jetzt auch Vater geworden und ich konfrontiere dich jetzt mit dieser Kollision. Weil die Schlussfolgerung, da wirst du mir nicht widersprechen hoffentlich, ist ja eigentlich die, dass es wichtiger ist, Leiden zu mindern, als Freude zu mehren. Es ist beides wichtig, aber wenn man sich für etwas entscheiden kann, ist es wichtiger, Leiden zu mindern, als Freude zu mehren. Oder? Genau. Gut. Jetzt gibt es eine philosophische Richtung, die nennt sich Antinatalismus und eine zweite Richtung nennt sich Promortalismus. Der Antinatalister sagt, auch wenn ein Leben jetzt wie zum Beispiel unseres, wir führen ja alle privilegierte Leben in der Schweiz, wir haben ja alle ein sehr schönes Leben. Wir können sagen, wahrscheinlich ist unser Leben, zumindest in der ersten Lebenshälfte, 95% Glück. Vielleicht verlässt uns mal jemand, macht Schluss mit uns oder jemand stirbt und dann haben wir einen Tief oder wir schaffen eine Prüfung nicht oder haben berufliche, finanzielle Probleme. Aber im Grundsatz kann man sagen, wir sind über 50%. Die allermeisten Leute, oder? Gut. Und jetzt könnte man sagen, okay, sagen wir mal über 50% ist, ist das Leben lebenswert. Jetzt geht es aber weiter. Ein Antinatalist sagt, auch wenn du nur 5% leidest, wäre es besser, du wärst nie geboren. Und das begründet man so, also das begründet er so, er sagt, wenn du nie geboren worden wärst, dann hättest du ja diese 95% Glück nicht erfahren. Und das könnte man sagen, das ist ja gemeint, du nimmst dem etwas weg. Aber er argumentiert, jemanden, der geboren wird, der nicht geboren wird, dem kannst du auch nichts wegnehmen. Ein Kind, das nicht geboren wird, dem kannst du nichts wegnehmen. All die Kinder, die du noch nicht gezeugt hast, dem nimmst du nichts weg, es gibt sie nicht, also hast du ihnen nichts genommen. Aber, indem du das Kind auf die Welt stellst, du führst ihn unweiglich in die Situation, dass er leiden wird. Egal ob 5% oder in der zweiten Lebenshälfte meistens mehr, weil da verlassen einen viele Menschen, man wird krank, alles, was Spass macht, macht dick, oder ist es ungesund, oder ist es verboten, was immer. Also es wird aufs Lebensende hin immer unschöner. Und der Antinatalist sagt, es ist besser, man wäre nie geboren, weil eben, auch wenn man 95% Glück hat, das Vermeiden des Leides ist wichtiger, als das Produzieren von Glück, wenn es mit Leid verknüpft ist. Und... kein Widerspruch bis jetzt? Ich verstehe noch nicht, worauf das hinausläuft. Genau. Also der Antinatalist sagt, man wäre besser nie geboren, Kinder zu zeugen, ist eine Schnapsidee, weil es eigentlich diese Anomalie des Universums, dass wir Leben haben, wir lernen es in der Schule... Dann soll er sich verschießen, dann ist das Problem erledigt. und das sagt eben, das ist sehr schön, dass du das sagst, das wird im Podcast auch angesprochen, der Grund ist das, er sagt, ja, das würde er gerne tun, aber er ist zu feige. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Nein, nein, das ist nicht mein Problem, aber siehst du die Idee, oder er sagt, es ist ein Leidensdruck, was lebt, will leben, und man hat Angst vor dem Tod. Warum will was leben, wenn er selber nur 51% Glück hat? Das ist ein Widerspruch in seiner Theorie. Nein, er sagt, er habe einfach Angst. Das ist diese, in der Revolution, mitgegeben Angst. Er hat Angst davor, nicht zu leben, sagt, aber Leben ist nur schlecht. Das ist ein riesen Widerspruch. Er hat nicht Angst vor dem Tod, er hat Angst zu sterben. Aber das dauert 0,5 Sekunden, wenn er das geschickt anstellt. Also er lebt lieber 100 Jahre schlecht in seinem Elend, weil er ja sagt, Leben ist so scheiße. und er begründet das mit seiner Feigheit. Anstatt dass er 0,5 Sekunden Schmerz auf sich nimmt. Das ist wirklich feige und dumm. Ja, aber es gibt sehr viele Leute. Worauf geht das hinaus? Ich verstehe es noch nicht, was das mit den Kindern zu tun hat. Also nicht, das müsste es mit den Kindern sein. Was ich an dem Gedanken spannend finde, ist das, dass wir eigentlich, egal ob man religiös erzogen wird oder man atheistisch ist, etwas ist eine, es war immer eine Prämisse oder ein Grundsatz von allen Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, dass das Leben etwas Besonderes ist, dass man wertschätzen muss, etwas Heiliges ist. Die Religiösen sagen, es ist ein Gottesgeschenk. Und sogar Richard Dawkins, der berühmteste Atheist der Welt, der sagt, wir leben im Moment eigentlich in der totalen Schwärze und es gibt eine Taschenlampe namens Leben, das quasi über uns, hinweg geht. Und wir sind dann in diesem Lichtkegel für eine kurze Zeit. Und in dieser kurzen Zeit haben wir das Glück, das Beste aus dem Leben zu machen. Und so wird quasi in beiden Fällen, von Religiösen wie auch von Atheisten, das Leben als Geschenk betrachtet oder als etwas, als etwas, als etwas Positives, eine, eine positive Anomalie. Und der Antinatalist und der Promortalist, der, der, der kehrt das um und sagt, ja, es ist eine Anomalie im Universum, aber es ist eigentlich besser, wenn es das gar nicht gäbe. Und ich, anscheinend bist du so lebensfreudig, dass das nicht, oder eben als Vater kann es den Gedanken auch nicht weniger nachvollziehen. Ich, für mich selber, ich finde das einen unglaublichen Gedanken, weil, weil, und zwar, jetzt denke ich ein Jahr lang darüber nach und ich muss sagen, es, es stimmt mich positiv. Es, es tönt wie eine ganz negative Message, aber diese, diese Angst vor dem Tod oder dass das Leben mal vorbei ist, wenn man es nicht als Geschenk und als, als etwas Einmaliges, das als schützenswert gilt, betrachtet, dann kann man plötzlich ein bisschen zurücklehnen und sagen, es ist auch okay, wenn es mal vorbei ist. Übrigens, der Promortalist ist der Meinung wie der Antinatalist, dem wäre er besser nie geboren, aber er würde, wenn es einen Knopf gäbe, so dass man alles Leben auf der Welt auf einmal auslöschen könnte, dass du, ich, deine Familie, alle zum gleichen Zeitpunkt einfach weg sind, dann ist der Promortalist der Meinung, man müsse diesen Knopf drücken. Mann, wieso macht er das nicht für sich selber, dann ist das sein Problem echt gelöst. Genau. Dann geht seine Theorie auf. Nein, das Problem ist nicht, wenn er sich selber jetzt umbringen würde, würde er Leid kreieren in seinem Umfeld, bei seiner Familie, bei seinem, und wenn man eben alle, also dieser Professor hat gesagt, er sei kein Promortalist, weil jeder hat sein Recht, sein eigenes Leben, so zu leben, wie er will, und es ist nicht an ihm zu entscheiden, wer leben und sterben darf. Aber ich merke, ich bin ganz weit entfernt von dir. Ich finde es eben spannend, weil tief im Herzen denke ich, ja, eigentlich müsste man diesen Knopf drücken. Ich wollte jetzt sagen, nie im Leben, aber das klingt auch gut. Aber warum nicht? Sie ist nicht, wie siehst du, wenn man den Knopf drücken würde, dann wäre es einfach, puff, alles weg. Nein, nein, nein. Aber das ist ja, jetzt sind wir ja schon wieder beim Libertarismus. Wir wollten heute nicht über Libertarismus sprechen, aber das widerspricht ja fundamental dem ersten Grundgesetz, dass keine Aggression gegen andere ausgeübt werden darf, und vor allem nicht, dass irgendjemand da draussen, irgendjemand, nur weil er jetzt denkt, er hat ein miserables Leben, oder er denkt, ui, da gibt es noch drei Milliarden Menschen, die haben ein miserables Leben, jetzt muss jemand für alle kollektiv den Knopf drücken. Sind wir beim Kommunismus? Nein, 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 nein. Jeder Mensch, und das finde ich, das einzige Gedanke, oder das einzige an diesem Gedanken, was ich eigentlich sagen kann, okay, das finde ich eigentlich schön am Leben, klingt jetzt alles ein bisschen makaber, ist, dass jeder, der zur Welt kommt, spätestens, wenn ein Kind fähig ist, klingt jetzt alles wirklich wahnsinnig makaber, aber fähig ist, sich selber umzubringen, und sich umbringen will, dann kann er es tun. Ich glaube, das wäre dann schlimm, wenn man sagen würde, nein, jemand, der sich umbringen will, und den hält man zwangsweise am Leben. Das fände ich jetzt auch wiederum nicht okay, weil das widerspricht seinem eigenen Willen. Aber von daher verstehe ich die Logik nicht, wie man sagen kann, es wäre für alle gut, weil ich finde, es wäre für alle gut. Dieser Gedanke ist mir komplett zuwider. Da geht es ja nicht nur um Leben, also hier geht es jetzt um Leben und Tod. Aber nein, überhaupt nicht. Ich finde jeder, der sagt, ich finde, das Leben ist ein Fehler im Universum, das Leben bringt Leid, das Leben bringt Probleme, soll A, keine Kinder bekommen, kann er selber entscheiden, dann schafft er kein neues Leben. Aber das Kind kann es eben nicht entscheiden. das ist dann zum Leben verdammt. Nein, es ist nicht zum Leben verdammt, es ist fünf, sechs Jahre zum Leben verdammt und spätestens, wenn er es versteht, was Selbstmord ist, so makaber das klingen mag jetzt, ich bin Vater geworden jetzt, ich will nicht, dass man das falsch versteht, irgendwie, aber wenn ein Kind, egal wo, wie auch immer, für sich entscheidet, bewusst entscheidet, dass es nicht mehr leben will und das für sich selber natürlich, psychologische Gutachten, lassen wir alles mal weg, das wirklich rational begründbar ist, dass das Leben für dieses Kind nur eine Qual ist von A bis Z und es keinen Ausweg sieht, kann es doch das Leben beenden. Aber eben, wenn es 95 Prozent, genau, es kann es selber beenden, eben wenn es den Mut hat, das ist ja das Problem, wir alle hängen am Leben, das ist evolutionär bedingt, wir haben die Gene in uns, die uns leben lassen, Leben will leben. Genau, aber da muss man sich auch fragen, da finde ich jetzt echt, dass in dieser, diese, diese, wie heisst das, Anti-Natal und Promortal, oder wie heisst das? Genau. Ja, so irgendwie. Also diese Philosophie, so kurz zusammengefasst, jetzt vielleicht muss ich das mal ein bisschen intensiver lesen, aber so kurz zusammengefasst, die ist von A bis Z widersprüchlich, von A bis Z. A, du sagst selber, es ist in den Genen, behaupte ich auch, es ist in unseren Genen, dass wir überleben wollen, jeder Mensch grundsätzlich, den du ins Wasser schmeisst, im Meer, der strampelt noch, der sagt nicht einfach, oh, ich bin im Meer, ich tauche da mal ab und komme nicht wieder, du fängst an zu strampeln. Genau, wir haben Angst. Du willst leben. Ja, nein, man will nicht sterben vor allem, man hat Angst vor dem Tod, vor den Schmerzen, vor der Passage, es ist einfach uns eingeimpft. Nein, das glaube ich nicht, ich glaube, es ist nicht nur das, weil dann gäbe es schon lange, und das gibt es ja auch, Drogen, ich weiss nicht was, Möglichkeiten, wie man sich schmerzfrei, ich meine, was machen wir mit unseren Tieren, wenn wir sie einschläfern? Genau, warum machen wir das nicht bei Menschen? Das gibt es ja garantiert, das gibt es ja garantiert, und wenn es so viele Leute gäbe, die sagen würden, ich will eigentlich sterben, aber ich habe nur Angst vor dem Tod, oder anders gesagt, ich will nicht mehr leben, aber ich habe Angst vor den 5 oder 10 Sekunden, solange das dauert, bis ich dann da bin, und man könnte das medizinisch, Es liegt eigentlich 5 Sekunden, es ist ja die Vorbereitung auf den Tod, man muss den Mut haben, und das ist die, Ja, aber das beinhaltet ja, dass man Angst hat, dass man nachher nicht mehr da ist, das heisst, irgendetwas bringt einen dazu, dass man am Leben hängt, dass man das, ja genau, genau, und damit ist diese ganze Philosophie, das Leben ist nur sinnlos, Schmerz und alles, ist schon widerlegt, ist doch automatisch widerlegt, das ist wie wenn du sagst, Trinken ist völlig, Trinken ist das allerletzte, Trinken, aber ich habe Durst, nicht unbedingt, das geht nicht, ich meine, dann könnte man auch sagen, Moment, ein Süchtiger, der clean werden will, das widerlegt, er will ja, er mag die Droge, er ist lieber auf Droge, als nüchtern, er hängt daran, also ist es falsch, nüchtern zu sein, oder, er will ja, er will ja süchtig sein, oder, es ist eigentlich, also ich denke, das Bildschirm ist nicht ganz, ist nicht ganz gerade, nicht sehe, worauf du hinaus willst, und dass Promortalismus falsch ist, philosophisch und ethisch, das leuchtet mir auch ein, ich wollte nur sagen, ich kann es sogar nachvollziehen, wenn man diesen Knopf drücken würde, und man alles Leben auf einmal auslösen würde, es würde ja niemand leiden, es hätte keiner, das sagst du, aber was ist mit den Menschen, wie zum Beispiel ich, ich will noch, wie alt bin ich jetzt, ich will noch 50 Jahre Spass auf dieser Welt haben, du nimmst mir das, weil du findest, nee, dir geht es schlecht, aber nehmen wir jetzt an, der Blitzschlag da, wir sind tot, dann bist du nicht mehr da, und es gibt nichts mehr, was du betrauen kannst, das es nicht mehr gibt, ich weiss, das ist das andere Thema, aber verstehst du? Das Thema dieses philosophischen Ansatzes ist ja, wenn es diesen Knopf gäbe, dann müsste man ihn für alle 8 Milliarden Menschen drücken, nein, nein, ich finde es schön, du bist ein positiver Mensch, das hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, das soll jeder für sich selber entscheiden, und wenn sich 8 Milliarden Menschen morgen umbringen wollen, so what, dann sollen sie das machen, und dann lebe ich alleine hier weiter, ist mir scheißegal, vielleicht klinge ich mich dann auch um, aber ich würde nie in den Sinn gekommen und sagen, die Welt ist so scheiße, die Menschen leiden zu 95%, nein, Moment, sie leiden ja nur zu 5%, die 95% Glück, die nehme ich ihnen jetzt, dann geht es ihnen besser. Aber wenn sie ja weg sind, vermissen sie ja nichts, es fehlt ja nichts, du kannst nichts nachtrauen, aber kannst du nicht, ich meine jetzt nicht unbedingt, dass du das jetzt als Philosophie unterstützendwürdig findest, aber die Logik dahinter ist eigentlich schon noch bestechend, wenn alles Leben auf einmal aus dem Leben scheiden würde, dann wäre Leiden ausradiert, für immer. Aber jetzt haben wir immer wieder neue Tiere, die auf die Welt kommen, die mit irgendwelchen Ohrenentzündungen im Wald vor sich hinsiechen, wir haben überall Kinder, die auf die Welt kommen, denen es ganz schlecht geht, wir haben Krieg, Verwüstung und dadurch, dass wir immer wieder Leben zeugen und geht diese Spirale des Leidens eigentlich immer weiter. Auch wenn man sagen kann, ich sage mal, Richard Dawkins sagt, wir haben quasi eben diesen Kernbereich, wo das Leben floriert, aber er hat es ein bisschen theatralisch ausgedrückt, er hat gesagt, es mache den Eindruck, ich hoffe, ich zitiere, ich paraphrasiere, aber er hat ziemlich genau gesagt, es scheint so, als wäre das Leben erst zufrieden, wenn das Leiden ansetzt. Also Bäume wachsen bis in diese Höhen, wo der Sauerstoff zu knapp wird, aber sie wachsen immer noch, sie sind knapp vor sich her. Menschen leben in der Sahelzone, bis an Gebiete, wo sie wirklich fast verhungern und dasselbe gibt für Tiere und so weiter. Also Leben geht immer so weit, bis das Leiden, bis zum Leiden hin, sage ich mal. Das Leben hört nie dort auf, wo es eigentlich lebenswert ist, sondern es geht immer so weit, bis an Orte, wo es nichts mehr Schönes gibt am Leben. Sei es zu kalt, zu heiss, zu wenig Nahrung, was immer. Ja, aber das, finde ich, ist auch die Definition von Leben. Das ist ein Suchen nach möglichst viel, eben nicht Leiden oder sogar Freude im besten Fall. Und das ist aber wiederum ganz klar auch an Leiden gebunden. Weil wo kein Leid, da keine Freude, das ist ja ganz klar. Das ist ja nur, das ist ja wie schwarz und weiss. Also Licht und Schatten. Also es trinkt jetzt auch so ein bisschen banal. Du würdest sagen, egal wie viel Leid da ist, dann noch ein bisschen Freude da ist, ist das Leben lebenswert. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also für dich jetzt? Für mich jetzt. Ja, natürlich. Ich war auch schon vielleicht drei, vier Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich echt gefunden habe, jetzt nimmt das Leid überhand, aus irgendwelchen privaten, geschäftlichen, weiss nicht was Gründen, wo ich gedacht habe, okay, was hat es jetzt für einen Sinn weiterzuleben? Für mich persönlich. Klar, da kommt natürlich Gesellschaft, Familie, alles. Musst du dich dem stellen, aber für mich persönlich. Aber ich habe immer gesagt, hey, und wenn ich jetzt halt unter dieser 50%, weit unter dieser 50%, Freuden-Skala bin oder Leiden-Skala, wie auch immer, irgendwann in den nächsten 100 Jahren oder wie lange ich noch lebe, kommt wieder ein Moment, wo ich wieder bei 51% bin und dann stehe ich am Morgen auf, gehe nach draußen, und freue mich und habe im ganzen Körper ein richtig gutes Gefühl, die genau dieselbe Energie, die mir das schlechte Gefühl, das Leid genommen hat, die kommt dann umgekehrt wieder zurück in meinen Körper und das allein ist es wert. Das allein ist es wert. Vielleicht, ja. Absolut. Wir kommen jetzt in die zweite Lebenshälfte und dieser Professor hat gesagt, wir sind uns wahrscheinlich ein, dass die zweite Lebenshälfte auch viel Leid mit sich bringen wird, eben weil Leute sterben, weil man selber weniger beweglich wird, weniger gesund ist, man kann weniger essen, was man will und so weiter. Ich habe, weisst du, ich habe nach das auch darum, also ich habe darüber jetzt viel nachgedacht, ich bin zu keinem Schluss gekommen, dass der Witterspruch, den ich eben empfinde, ist, ich denke eigentlich genau, nein, ich fühle genau gleich wie du. Alles, was du sagst, kann ich eigentlich unterschreiben. Das Problem ist nur, wenn ich es rein rational betrachte, rational, also rein logisch, dass man sagt, Leiden mindern ist wichtig, dass Freude mehren und so weiter, ich finde es in sich schlüssig. Ich finde es, und ich finde es aber nicht trostlos, ich finde es beruhigend. Ich finde es schön, dass man das Leben nicht als Geschenk betrachten muss, dass man dem Leben auch nicht nachtrauern muss, wenn man mal stirbt. Ich habe eine kleine Katze gehabt, eine schwarze, die ich wahnsinnig gerne gehabt habe, und die hat dann Krebs diagnostiziert bekommen, Knochenkrebs. Ich bin zum Tierarzt gegangen und er hat dann gefragt, sie wird noch ein Weilchen leben, sie ist schmerzfrei, was möchtest du machen mit ihr? Und da ist mich aber schon auf dem Weg zum Tierarzt schon angepinkelt hat vor Angst, und weil ich gedacht habe, was bringt das, sie humpelt nur noch, und es wird immer schlimmer, habe ich mich entschieden, gleich schon vor Ort das Leben zu beenden, obwohl sie vielleicht noch zwei, vier, sechs Monate noch einigermassen gut gelebt hätte. Und dann hat er mich gefragt, möchtest du die schnelle Methode oder die langsame Methode? Dann habe ich gefragt, was der Unterschied ist, und er hat gesagt, ja, bei der langsamen Methode, da wird sie zuerst betäubt, und wenn sie schläft, gibt man ihr die Todesspritze. Und dann stirbt sie während 50 Minuten, sie schläft einfach weg. Und die zweite Variante ist, man spritzt das Gift direkt in die Vene. Und das geht dann sehr schnell. Dann habe ich gesagt, ja, wie schnell? Ein paar Sekunden? Und dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich für die schnelle Variante. Und da war diese kleine Katze, die ich 15 Jahre hatte, auf meinem Schoß, und hat geschnurrt. Und dann ist der Arzt gekommen und hat mit einem Gerät ein bisschen Fell wegrasiert, damit er die Vene findet. Und die Katze hat geschnurrt, das ist unglaublich. Also, und dann, ich übertreibe nicht, wenn das die Spritze ist hier, dass ich das hier zeige, dann war das also so, er hat die Spritze angesetzt, hat sie gedrückt, und die Katze, Zunge draus nach drei Sekunden. Die hat keine Sekunde gelitten. Und der Gedanke jetzt zum Beispiel, dass es einen gutmütigen Riesen gäbe, der über mich wacht, und der sieht, ah, in zwei Wochen geht der Stricker zum Arzt, weil er Schmerzen in der Lunge hat, und es wird Krebs diagnostiziert werden, und er wird sechs Jahre lang immer schlechter schnaufen können, und umstens qualvoll ersticken, dann wäre es doch schön, wenn du in dieser Riese käme, und wir dann ein paar Tage vor der Diagnose dich verstampft wie ein Insekt. Aber du kannst das ja selber machen, ein paar Tage nach der Diagnose. Das ergibt eben nichts. Schau mal, wie alle Leute am Leben hängen, wie schwer der Prozess ist für alle. Das ist alles nur noch Leiden. Das kann man der Familie nicht antun, man hat selber Todesangst, man hat doch noch Hoffnung, dass es wieder funktioniert. Ja, die Selbstmordrate ist so klein, nicht in der Schweiz. Ja. Ah, spannendes Thema. Vor allem bei Männern. Genau. Woher hast du diese Information? Zum Thema Gender Gap. Genau. Ja, ich habe gehört, war das John Peterson, dass Männer sich sechsmal häufig umbringen in den Jugendjahren. Das weiss ich schon von lange. Und etwa 13 Mal häufiger, wenn sie alt sind. Alte Männer bringen sich etwa 13 Mal häufiger um als junge, als alte Frauen zum Beispiel. Jetzt kann man sagen, Männer sind Feiglinge oder man kann sagen, der Leidensdruck ist offensichtlich bei den Männern wesentlich höher. Beides. Genau, beides. Ja. Also ich glaube, dieses Thema schliessen wir ab. Wir werden uns, vom Herzen her sind wir uns einig, habe ich da gar nicht widersprechen wollen. Ich finde es trotzdem etwas, das mich weiterhin beschäftigt. Und auf eine gute Art. Am Anfang fand ich es ein wahnsinnig, weisst du, fast ein anarchischer Gedanke. Ja, aber je länger ich darüber nachdenke, desto bestechender finde ich das Argument. Und ich finde es am letzten Endes logisch gesehen, also das Promortalismus schon, da kann man ethische Argumente bringen, aber das Antinatalismus-Ding ist eigentlich rein logisch schwer zu kontern. Und Sam Harris hat es auch nicht geschafft. Er hat es bis zum Schluss widersprochen, aber... Also ich weiss jetzt nicht, ob ich jetzt dem irgendwie rhetorisch oder inhaltlich gross kontern kann. Ich kann nur Folgendes sagen, ich habe mal einen Freund gehabt bei der Arbeit vor über 20 Jahren. Der war damals ein paar Jahre älter als ich. Ich war da, ich weiss nicht, 20, 22, 23 oder so. Also der hatte da schon Kinder und ich habe ihn da gefragt, wie ist das mit Kindern und so und warum wolltest du überhaupt Kinder? Weil ich, für mich war irgendwie so, ja, vielleicht mal Kinder, aber habe ich damals noch nicht wirklich interessiert. Und der hat etwas gesagt, das widerspricht dem natürlich jetzt 180 Grad, der hat gesagt, ich habe mein Leben doch von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ich fände es unglaublich egoistisch, wenn ich das Geschenk nicht weitergeben würde. Und das ist mir bis heute geblieben, weil ich sehe mein Leben wirklich auch als Geschenk. Natürlich, ich sehe das auch so, dass wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Aber das macht ja das Geschenk nicht kleiner irgendwie. Also, und deswegen finde ich auch, wenn man selber mit seinem Leben zufrieden ist und findet, man will etwas weitergeben, finde ich, ist es absolut legitim oder sogar wünschenswert aus meiner Sicht, wenn man Kinder hat. Weil man kann ihnen etwas geben. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich machen wollten, produzieren wollten, auf die Welt stellen wollten, mir ihr Leben schenken wollten, wie auch immer biologisch. Und ich bin froh, dass ich das meiner Tochter auch geben konnte. Also, ich weiss nicht, also ich habe jetzt echt Mühe mit dieser Vorstellung von, ja, vor allem in unserem breiten Grad. Natürlich kann man sagen, jeder von uns hat Probleme, klar, bei mir ist auch nicht jeder Tag einfach nur Friede, Freue, Eierkuchen, alles gut, alles toll, oh mein Gott, ich freue mich auf die nächsten 200 Jahre, alles super. Nein, natürlich, ich habe auch Angst vor vielen Sachen, Alter, Todesfälle, Krankheiten, was halt so kommt, klar. Alles nicht so toll. Aber nur schon, was ich bis jetzt alles erleben durfte, hat mir so viel Spass gemacht, in meinem Leben als Kind, bis jetzt, dass ich finde, ich habe das geschenkt bekommen und ich bin wirklich dankbar dafür. Ja, ist interessant. Also, ich denke, ich habe auch ein privilegiertes Leben. Also, ich bin gesund, mir geht es finanziell gut und ich habe immer wieder neue Projekte, die mir riesig Spass machen, wie einen Podcast mit dir zu halten. Und trotzdem kann ich nicht verleugnen, dass es Momente gibt, obwohl ich nie, also, ich hatte vielleicht in meinen pubertären Jahren vielleicht Selbstmordgedanken oder so, aber seitdem mache ich nie mehr. Ich erfreue mich des Lebens. Aber es gibt sehr oft Momente im Leben, wo ich auch mal ganz zurück bei mir bin und finde, also, wenn es dann mal vorbei ist, ist es auch okay. Ja, das ist ja okay. Das ist ja gesund. Ich finde jetzt auch nicht, man muss sich gezwungenermassen ans Leben klammern und sagen, ja, ich finde auch, wenn jemand Selbstmord macht, klar, es ist schlimm für die Angehörigen, schreckliche Sache, aber ich respektiere jeden, der das macht. Ich finde das immer komisch, wenn da so Reaktionen kommen, wenn es irgendwie wieder heisst, irgendjemand hat sich, irgendeinen Manager oder weiss nicht was, hat Selbstmord gemacht oder muss ja kein Manager sein oder so, und dann wird dem noch irgendeine Schuld. Ja, wie konnte der nur und bla, bla, bla. Nein, der hat das für sich entschieden. Das ist okay. Kennst du Gunter Sachs? Das ist ein Schauspieler. Nein, er war, ich glaube, er war so ein Chatsetter in den 60er, 70er, war der Brigitte Bardot liert und der war einfach so ein Lebemann, sagt man, oder? Und der war berühmter Fotograf, glaube ich, und der war etwa 84 Jahre alt und dann wurde bei ihm Alzheimer diagnostiziert und dann hat er sich erschossen. Okay. Und dann habe ich eine Clubsendung im Schweizer Fernsehen gesehen und da war sich diese Runde so ziemlich einig, dass das egoistisch sei, es sendet die falsche Nachricht an andere Alzheimer-Patienten, man könnte auch ein lebenswertes Leben führen als Alzheimer und die hatten sich also wirklich erdreist, quasi darüber zu entscheiden, dass dieser Mensch jetzt quasi weiterleiden oder leiden muss, damit er ein gutes Vorbild für die Gesellschaft ist und da sieht man, wie abgehoben manche Leute denken. Genau, das ist das. Ich finde es sehr mutig und ich wünschte, ich hätte, also wenn das wäre, dass ich weiss, jetzt Alzheimer in zwei Jahren, werde ich niemanden mehr kennen, meine, die Menschen, die mich gern haben, werden furchtbar leiden, weil ich sie nicht mehr erkenne und vielleicht aggressiv bin und meinen Charakter, meine Charaktereigenschaften verliere, da wünsche ich dann schon, ich hätte den Mut zur Flinte zu greifen oder halt das Medikament zu schlucken oder das Gift zu schlucken, das mich aus dem Leben nimmt. Also ich finde, das ist eigentlich, der hat ein tolles Leben geführt bis zum Schluss, Der hat sein Leben ausgekostet auf alle Varianten, bis es dann einfach fertig war und ich finde das eher, also er, er strebt es ja, das ist das falsche Wort, aber ich habe grosse Achtung vor diesem Entschluss. Genau. Wobei ich nicht glaube, dass er das jetzt aus Zivilcourage gemacht hat, also aus Cura, der hat einfach gefunden, ich will so nicht mehr weiterleben und ich denke auch eben, ich bin ja auch, also ich denke auch so Sachen wie, wie Exit und wie heisst die andere Organisation, Pro, Pro, die da mehr umstritten ist, von Minelli, die das sind, Dignitas oder sowas. Dignitas, genau, das sind grossartige Institutionen. Ja, finde ich auch. Und ich finde zum Beispiel in Deutschland, wo er darüber ja, aufgrund der Vergangenheit, ja viel mehr darüber debattiert, ob man Sterbehilfe machen darf oder nicht und ich finde es, weisst du, die Pfaffen, ich als Atheist, ich war ja recht ein militanter Atheist, mittlerweile habe ich mich ein bisschen entspannt, aber ich finde, ich fand es immer schon so schrecklich, dass die Pfarrer, der Klerus meinte, sie müssen uns vorschreiben, wie wir unser Leben zu leben haben, das ist schon Zumutung oder Anmassung genug, aber die grösste aller Anmassung ist zu entscheiden, über Menschen zu verfügen und zu sagen, wie sie zu sterben haben. Und das finde ich... Macht die Kirche das? Ja, gegen Sterbehilfe, ganz klar. Die möchte das, weisst du das nicht? Nein, ich habe das nicht so verfolgt, ich habe nur mitbekommen, das ist ein Gottesgeschenk, egal wie gross das Leiden. Das ist ein komplettes Tabu, ja. Überall gegen den Willen der Kirche, also vor allem gegen die Katholische, die reformiert ist da ein bisschen entspannter. Ich verstehe überhaupt nicht. Ist ein Geschenk Gottes und hat es so mit dir geplant und ist ein Geschenk und man kann das Geschenk einfach wegwerfen, weil es ein bisschen unbequem wird. Die Krankheit ist auch ein Geschenk Gottes. Ja, genau. Gott spielt gern mit seinen Schärfen. Genau. Ja. Das können wir ein anderes Mal ansprechen, da hätte ich ganz viel zu sagen, aber ich glaube, das ist nicht so erwähnenswert. So, worüber reden wir jetzt? Ich hätte schon noch ein paar Ideen, aber ich möchte hier nicht die Themen vorgeben. Komm, bringe ich. Okay. Diesen Monat ist im Volkshaus, glaube ich, ist Jordan Peterson. Er ist, glaube ich, ausverkauft. Und ich bin seit ein paar Jahren ein eifriger Podcast-Hörer, vor allem von amerikanischen Podcasts. Und da gibt es ein paar Exponenten, unter anderem eben den Sam Harris, den ich schon genannt habe, Jordan Peterson, dann aber auch Dave Rubin und es gibt noch viele weitere. Und Eric Weinstein, das ist ein Mathematik-Professor, der hat einen Bruder gehabt an der Universität, der unter sehr schlimmen Umständen entlassen wurde. Da könnte man auch noch ins Detail gehen. Und der hat den Begriff geprägt vom Intellectual Dark Web. Also sagt diese Leute, die zum Teil wie Joe Rogan zum Beispiel pro Sendung etwa 10 Millionen Leute erreichen oder pro Monat, glaube ich, sind das und für jede Sendung mehrere, also hunderttausende bis Millionen Leute, die sind mittlerweile eben mit diesem langformatigen Podcast unterwegs, wie wir es ja hier jetzt auch machen. Und Jordan Peterson ist ein neuer Stern am Himmel, sage ich mal, dieses Intellectual Dark Webs, weil er hat vor, ich glaube, vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, gab es in Kanada eine Gesetzesänderung von der, ich glaube, linken Regierung, kann man sagen, wie heisst der, von diesem Ministerpräsidenten, lanciert. Und zwar nennt man das, was da verabschiedet wurde, kann man sagen, das ist compelled speech. Das heisst, es gibt ja schon gewisse Redeverbote, man darf bei uns zum Beispiel nicht den Holocaust leugnen, man darf für Leute nicht verunglimpfen, also man darf nicht Rufmord betreiben, ist strafbar, auf Anzeige hin, und man darf nicht so Gewalt aufrufen. Aber das ist das eine, aber was jetzt die kanadische Regierung machen wollte, ist nicht nur gewisse Rede zu verbieten, sondern gewisse Reden erzwingen. Und zwar angeblich oder vorgeblich, vielleicht auch unter gutem Willen, haben sie gesagt, dass es strafbar ist, wenn man transsexuelle Menschen nicht mit dem Pronomen anspricht, das sie wünschen. Also wenn zum Beispiel jemand sich das Geschlecht ändert, dann darf man, wenn er ein Mann war, in Künftung, der möchte als Frau bezeichnet werden, als sie, dann muss man diese Person als sie ansprechen. Und zwar nicht eine Wahl, weil du findest, das ist eine Frage des Anstands, sondern wenn du es nicht machst, kannst du gebüßt werden, und wenn du die Busse nicht zahlst, würdest du quasi im Gefängnis landen. Und Jordan Peterson hat gesagt, das sei für ihn quasi, ich möchte aufpassen, ich nicht falsche Sache, aber er meinte, das sei ein Symptom von totalitären Regimen, dass sie den Menschen verbieten oder sogar aufzwingen wollen, compelled speech zu betreiben. Und er hat dann gesagt, er weigere sich, dies zu akzeptieren. Kommt noch dazu, dass es am Schluss dann dutzende Pronomen gab, weil es gab dann Leute, die weder sie noch er angesprochen werden wollten, sondern mit they, also mit dem Plural, oder da gab es Wortschöpfungen wie sie, statt he or she, sie, und they and them, und da gibt es eine ganze List von etwa 60 Pronomen. Und der volle Ernst war also quasi, wenn jetzt jemand kommt und du diese Person nicht so ansprichst, wie sie es sagst, sei das quasi nicht Rassismus, aber es sei quasi Demütigung dieser Person und das sei strafbar. Und bei Harvard hat das eine besondere Blüten getrieben, da geht es so weit mittlerweile, dass man sich am Montag als Frau deklarieren kann und am Dienstag als Mann und am Mittwoch ist man halt dann mir und etwas dazwischen. Und das ist akzeptiert von Harvard. Und jetzt hat letztlich, glaube ich, war das in Holland, hat einer in Amsterdam, hat einer ein Interview gegeben, der ist irgendwie 65 und hat gesagt, er fühle sich diskriminiert, er fühle sich wie 49 und er möchte das im Pass angepasst haben. Also das wird dann immer abstrakter. Und Jordan Peterson hat sich da geweigert und er kam dann ins Schlaglicht und dann wurde er konfrontiert mit dem Vorwurf, er sei gegen transsexuelle Menschen. Ein schlimmer Vorwurf, ähnlich wie Rassismus oder so, den er natürlich nicht auf sich sitzen lassen hat und er hat sich gewehrt und das Intellectual Dark Web und auch viele andere im Internet, die fanden ihn auch aufgrund seiner rhetorischen Begabtheit, sage ich mal, war er einfach wahnsinnig überzeugend. Und er wurde dann in verschiedenen Talkshows und so rumgeführt und hat mit Feministinnen diese Gespräche geführt und man kann das auf dem Internet nachschauen, leider halt alles nur auf Englisch, aber es ist unglaublich lustig zu sehen, wie souverän er diese Angriffe kontert und auch wie einfach strukturiert diese Angriffe passieren, also wie sie dann immerhin versuchen, Dinge in den Mund zu legen und ja, jetzt mittlerweile dieses Dark Web wächst und wächst, es hat immer mehr Leute, die diese Sendungen schauen, die sich eben nicht mehr zufrieden geben mit diesen vorgestanzten Hülsen von CNN oder von Fox News oder so, wo man einfach nur 30 Sekunden schnell seine Meinung sagen darf und es gibt jetzt eine neue, spannende Entwicklung, also es gibt eine, also erfolgreiche Podcaster, die verdienen zum Teil, also Joe Rogan verdient pro Sendung sechsstellige Beträge und es gibt auch viele andere, die nicht so erfolgreich sind, aber doch im Monat 10.000, 20.000 Dollar verdienen können, weil Amerika ein Riesenmarkt ist und ja, und also die verdienen schönes Geld und das verdienen sie grundsätzlich vor allem dank einer Plattform, die Patreon heisst. Weiss nicht, ob du das von dem schon gehört hast und Patreon hat sich jetzt wirklich angemasst in einem Fall, wo ein, ich glaube, es ist ein Engländer, pro Brexit, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, der hat, der wurde in eine Show eingeladen, die nicht unter Patreon lief, er wurde eingeladen in eine Show und er wurde, er ist eigentlich rechts, kann man sagen, seine Gegner würden sagen Alt-Right, aber er ist kein Rechtsextremer, aber er wurde von Nazis angefeindet, auf ganz üble Weise und er hat dann diesen Leuten gesagt, dass sie sich verhalten würden wie weiße Nigger oder und er hat damit eigentlich sagen wollen, dieses N-Wort hat er gebraucht, um eigentlich diese Nazis zu beleidigen, weil er weiss, dass für sie eine Schwarze und das N-Wort quasi ein besonders beleidigendes ist, hat er es gegen sie gewendet und Patreon hat ihn jetzt von der Plattform entfernt. Der hat ihm gesagt, ja, er hat das N-Wort gebraucht, das I hate speech und er hat jetzt einfach seine Einnahmen von 10.000, 20.000 Dollar nicht mehr und Sam Harris hat dann ganz mutig gesagt, ich verlasse die Plattform, hat vereintlich auf den anderen gesagt, ich bin nicht seiner Meinung, aber das kann nicht sein und Jordan Peterson und Dave Rubin haben jetzt auch angekündigt gestern, dass sie die Plattform verlassen und jetzt nach Alternativen suchen und das Krasse ist eben auch noch, es geht noch weiter, dass nicht nur Patreon anscheinend dagegen ist, sondern es geht jetzt schon das Gerücht um, dass anscheinend diese Plattformen, also Mastercard, Visa und so weiter, auch Druck erzeugen, dass man das quasi, dass diese Leute von der Plattform verschwinden und da kann man halt, wie Jordan Peterson sagt, dann sich die Frage stellen, sollen wir jetzt anfangen, Nazis den Zugang zum Internet verbieten, sollen wir ihnen den Zugang zu Wasser verbieten oder wo fängt es an und es ist ja dann alles als Hate Speech gebranntmarkt und diese politische Korrektheit greift dann schon an Orten, dass Leute quasi jetzt eben darunter leiden, von privaten Firmen leiden, kann man als Libertäre natürlich unterstützen und sagen, sie können das selber entscheiden, aber sie leiden jetzt quasi unter diesen Entscheiden, obwohl sich völlig gesetzeskonform verhalten und da würde mich jetzt interessieren, du jetzt als Libertarier oder als Libertärer, der wahrscheinlich ein grosser Anhänger der Redefreiheit auch ist, bist du da in einem Konflikt, wenn du das so hörst, dass diese Firmen, dieses Monopol überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil, und das ist ja jetzt das Lustige an der Geschichte jetzt mit Jordan Peterson, ich habe das jetzt auch ein bisschen verfolgt und die haben jetzt auf Patreon eine Aktion gestartet, dass sie Geld sammeln auf Patreon, um eine Gegenplattform von Patreon zu schaffen. Ah ja? Ja, und das läuft schon und Patreon hat noch nichts gefunden, was sie dagegen unternehmen können. Ah ja, fantastisch, fantastisch. Das zeigt ja wieder, wie der Markt funktioniert. Ja. die Situation ist ganz einfach, aus meiner Sicht, klar, da spielen noch viele Sachen mit rein, aber ich drösel das mal so einfach auf, YouTube hat nicht gern extrem rechte Content, Patreon hat nicht gern, wenn bei Ihnen Leute Geld verschieben, die extrem rechts sind, was auch immer extrem rechts ist. Das ist das Problem, extrem links haben sie nichts, ich habe noch nie gehört, dass ein Antifa-Account gelöscht wurde oder so, das spielt auf alle viel schlimmere Sachen gesagt worden, als das N-Wort. aber spielt ja gar keine Rolle. Okay, jetzt kann man sagen, ja, YouTube darf das nicht und Patreon darf das nicht, die müssen da, nein, die müssen gar nicht, das sind private Firmen. Wenn der Chef von Patreon oder der Chef von YouTube links denkt und findet, ich will keine Rechten auf meiner Plattform, das ist sein gutes Recht, soll er machen können. Jetzt aber, woher kommt das? Das muss mir keiner erzählen, dass sämtliche Bosse im Silicon Valley oder wo auch immer die Bosse von diesen Firmen angesiedelt sind, alle ausnahmslos links sind. Das glaube ich nicht. Praktisch alle. Nein, sie sehen das nicht, aber sie können es nicht äußern, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, das ist alles politisch gesteuert, weil im Hintergrund die Agenda läuft über Medien, die auch wieder vom Staat abhängig sind, natürlich alle Öffentlich-Rechtlichen sowieso und alle anderen auch irgendwie, weil die werden ja alle nur geduldet von den Regierungen, die Medien sind ja nur geduldet in jedem Land und müssen noch irgendwelche Konzessionen erfüllen und bla 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 bla. Die wissen alle, wir dürfen nicht zu weit gehen und wenn jetzt die Regierung in verschiedenen Ländern und das ist ja unbestritten so, ein Kurs fährt, der sagt, alles was über diese Grenze von ein bisschen rechts hinaus geht, wollen wir nicht mehr supporten, eigentlich wollen wir es verbieten, aber wir wissen noch nicht, wie wir es verbieten sollen, das heißt, wir schneiden denen mal das Wasser ab, wir bringen sie nicht mehr in den Medien, wir machen Gesetze, insbesondere in Deutschland ist das ja wirklich Wahnsinn, was da läuft, mit den ganzen Gesetzen für YouTube, für Facebook und so weiter. Ich glaube nicht, dass das YouTube und Facebook von sich aus selber einfach so mal irgendwie sich an einem Meeting gesagt haben, so, jetzt sortieren wir mal aus, jeder, der irgendwann mal etwas gegen Links sagt, den schmeissen wir von unserer Plattform, auch wenn er Millionen, uns Millionen bringt und Millionen Zuschauer hat, weil die wollen alle Geld verdienen, eine Firma will Geld verdienen. Wenn aber der Staat anklopft und da irgendein, weiss ich was für ein Präsident, irgendwo oder irgendeine Bundeskanzlerin oder so mal da vorbeischaut bei Facebook Deutschland und sagt, wir haben da ein Problem mit der AfD. Wir können so oder so. Dann sagt sich Facebook, gut, wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes, wir schmeissen einfach mal alles von der Plattform runter, was irgendwie pro AfD sein könnte. Weil dann haben sie kein Problem mit der Regierung, alles läuft weiter, die verlieren ein paar Einnahmen. Das ist ein riesiges Problem. Aber das ist alles politisch gesteuert und deswegen habe ich als Libertär überhaupt kein Problem mit dem, weil wenn es diese politische Instanz nicht gäbe, dann würde am selben Tag, wo ein Sam Harris, ein Jordan Peterson und der andere aussteigen, die jeden Monat wahrscheinlich Hunderttausende auf Patreon machen, die würden sich sagen, hey, wir legen ein paar Millionen auf den Tisch, bauen eine neue Plattform, Patreon 2, die heisst dann halt Hatreon, das gibt es übrigens schon, Hatreon. Ich weiss, ja, genau. Oder eine neue Plattform, die heisst Free Money, keine Ahnung, macht dasselbe, exakt der Code kopiert von Patreon, wird aber nicht mehr staatlich reguliert. Wie lange geht es, bis so eine Plattform verboten wird? Eben leider nicht lange, deswegen können sie es nicht machen. Das heisst, es ist nicht ein Problem vom Markt, es ist eindeutig ein Problem der Regierungen. Es kommt noch etwas anderes Spannendes hinzu, als Julian Assange da flüchten musste, kann man sagen, dass er diese Enthüllungen gemacht hat, da wurde er auch von der Presse nicht gross gedeckt. Dabei hat er eigentlich etwas gemacht, was eigentlich Pressearbeit wäre, nämlich eben Korruption oder Missstände aufzudecken oder was auch immer. Er hatte nichts Verbotenes gemacht, wenn die New York Times eine solche Enthüllung gemacht hätte, dann wären das Helden gewesen und Julien Assange wurde von allen geschnitten und damals, als er geschnitten wurde, da wollte ich auch spenden, weil ich einfach sah, das war falsch und da wurde er sogar von PayPal, von den Kreditkartenfirmen, wurde alles gesperrt und Jordan Peterson sagt jetzt also auch eben, es gibt auch Subscribestar als Alternativplattform zu Patreon und die nehmen jetzt auch keinen neuen mehr auf und es gibt eben anscheinend das gefestigte Gerücht, dass die Kreditkartenfirmen das Wasser abdrehen und den Jordan Peterson, der auch nicht verdächtigt wird, jetzt gerade besonders links zu sein, der sagt, na schon zu Recht in einem Satz sagt er, kann man sich etwas Totalitäreres vorstellen als eine Firma oder eben als diese Kreditkartenanstalten, die de facto eigentlich das Geld produzieren, mit dem du bezahlst, dass sie dir vorschreiben, wie du das Geld zu verwenden hast und das ist schon ein riesiges Problem, aber ich gebe dir recht mit deiner Argumentation, es ist eigentlich es wird natürlich durch den Staat gestützt und darum ist es auch so schwierig jetzt für diese Leute, also die Alternativplattform, die wollen sie machen, sie sind auch bereits dran, aber es ist eben wirklich ein Problem, dass sie sagen, die grosse Gefahr besteht, dass es nicht nachhaltig ist, weil wenn sie nachher diese Plattform haben, haben sie Angst, dass nachher einfach von den Kreditkartenfirmen die ganze Plattform gesperrt wird und dann sind wir schon auf diesem internationalen Bereich mit den Kreditkartenfirmen und eben dann kamen sich die Fragen stellen, darf ein White-Supremacy-Guy, darf ein Nazi noch Internet empfangen, darf er überhaupt noch kommunizieren und mir, dass eigentlich diese Schnittstelle, wie sagt man, dieser Brennpunkt oder diese beiden Extreme, diese beiden Widersätze zwischen politischer Korrektheit und Redefreiheit, das wird jetzt immer immanenter, das kommt immer mehr zum Vorschein und ich finde es gut, dass man das N-Wort nicht sagt, wenn man nicht muss, also ich finde es nicht zu viel verlangt von den Schwarzen, dass man ein einziges Wort nicht benutzt, wenn man sie anspricht, vor allem wenn es so historisch beladen ist wie eben dieses N-Wort, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es eben nachher, wir haben Straftatbestände und wir haben Gerichte, die entscheiden, was erlaubt ist und was verboten ist, wenn jetzt aber eben so Gesetze verabschiedet werden, dass YouTube oder Facebook verantwortlich sein sollen, was abgeloadet wird, dass also quasi wenn jemand das N-Wort uploadet oder eine Holocaust-Leugnung uploadet, dass quasi Google und Facebook dafür bezahlen wollen, dann wird natürlich Google und Facebook eben wie du gesagt hast im Weg des geringen Widerstands gehen und das einfach im Zweifelsfall nicht ausstrahlen und das ist für mich, also für mich als freiheitlich denkender Mensch, der die Redefreiheit eigentlich als das wichtigste Gut empfindet, ein Riesenproblem und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und ich sehe also eben auch bei Chunin Assange hat man es gesehen und jetzt eben auch wieder das Ausgrenzen, wie ist dieser krasse Hassbrede, also der war wirklich sehr aggressiv, der da gesagt hat, das Schulshooting, das sei inszeniert und die Kinder überleben, Kinder seien Schauspieler, so ein Verschwörungstheoretiker, da kann man glaube ich schon sagen, Alex Jones, genau, Alex Jones, der wurde ja quasi auch in einer konzentrierten Aktion deplafomiert von Apple, von allen, oder, dann glaube ich auch noch von Twitter und das ist ein Unsympath dieser Mensch, also ich kenne ihn nicht persönlich, Joe Rogan sagt, er sei ein netter Kerl, aber also wenn man dem zuhört, das ist er wirklich nicht anzuhören, aber es kann nicht sein, nach meiner Meinung, dass private Firmen, weisst du, ich finde, irgendwann hat eine Firma wie YouTube, die eine solche Marktdominanz hat, die einfach Leute wie Alex Jones wirklich zum Schweigen bringen kann, weil einfach niemand auf seine Webseite geht, weil einfach alle Leute über Facebook und YouTube diese Plattformen nutzen, die haben dann schon gesagt, dass wie ein Stromanbieter eine Art Pflicht, die Sachen dann auch zu dulden und ich war ja mit Erwin Kesser schon hier am Reden, der Tierschützer, und der hat mir mal neben dem Gespräch, neben dem Podcast gesagt, dass es in diese Richtung gehen wird, dass die Justiz sich dann überlegen muss, hat nicht, das gefällt ihr wahrscheinlich nicht, aber hat jetzt YouTube oder Facebook oder so nicht die Pflicht, auch gewisse Sachen einfach zu dulden, weil sie haben eine solche Macht, Meinungen zu verbreiten oder zu unterdrücken, wie quasi Strom, du kannst ja nicht sagen, dem Michael David, dem liefere ich keinen Strom, dem gebe ich kein Wasser mehr, es ist dann wie ein Grundrecht, das ein Mensch hat, auf Strom, oder? Nein. Findest du nicht, du findest jetzt, also wenn die Stadt findet, ah, dieser... Die Stadt. Oder egal. Die Stadt, die mir Geld wegnimmt mit Steuern und sagt, wir sorgen für dich, wenn die plötzlich den Strom abstellen, nee, das geht nicht. Falscher Trigger. Wenn Swisscom... Okay, ich habe dich getriggert. Swisscom ist auch... Aber jetzt nehmen wir an, nehmen wir jetzt an, neben eine... Äh, Ax... Nicht, wie heisst der Strom? Axpo, genau. Du bist jetzt zum Beispiel ein Aktivist und findest Axpo scheisse, weil sie Atomkraftwerke unterstützen und das haben sie auch gemacht, über ihre PR-Agenturen quasi Halbwahrheiten verbreiten und so weiter und du findest es jetzt scheisse. Dann findest du es okay, wenn jetzt die Axpo sagen würde, all diese Leute, die aufgemuckt haben, die uns kritisieren, denen liefern wir keinen Strom mehr, obwohl sie eigentlich der einzige Anbieter sind, die Strom liefern. Und dann kommt genau die Frage, natürlich dürfen sie das, warum sind sie die einzigen Anbieter? Ja, aber es ist jetzt... denen die Lizenz gegeben hat, dieses Quartier zu erschliessen. Genau. Ich würde sofort machen, wenn mein Stromanbieter mich hintergehen würde oder irgendwas Krieg anfängt in Afrika oder irgendwas und ich finde, ich will von dem keinen Strom mehr, würde ich vielleicht einen Post machen irgendwo und schreiben, das ist eine scheiss Firma, XY, kauft da keinen Strom mehr, dann würde der sagen, hä, dem Michael geben wir keinen Strom mehr, drückt auf den Knopf, was würde ich machen? Ich würde selber ein Kabel legen zu irgendeinem anderen, der mir Strom verkauft. Darf ich aber heute nicht, weil die Stadt dann sagt, nee, stopp, 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 das Grundstück XY, die Strasse gehört uns, lalalala. Ist wieder ein Problem der Stadt. Aber genau, aber jetzt, wenn wir ganz konkret sind, beim jetzigen Fall, wenn das jetzt passieren würde, Axpo würde dir den Strom abdrehen. Wir sind ja nicht, wir können nicht einen Knopf, wie sind wir über einen Knopf, einen Knopf drücken und wir sind einer libertären Gesellschaft, sondern es wäre ja ein Übergang. Da sind wir uns ja einig, du kannst nicht einfach sagen, ab heute sind wir libertär. Und dann hat man genau dieses Problem und findet es dann nicht, dass wenn wir jetzt im Status Quo leben, dass es schon so ist, dass eine Firma wie YouTube ähnlich wie eine Stromfirma halt nicht entscheiden, einfach für sich entscheiden darf, dass wir jetzt gewisse Kritiker einfach für unmöglichen, sich zu äußern. Das ist ja genau das Problem. Jetzt sind wir wieder beim Libertarismus. Wenn man anfängt, dem Staat gewisse Aufgaben zu übertragen oder der Stadt oder dem Kanton oder dem Bundesland oder was auch immer, dann geht das mit der Regulierung erst los und das geht dann bis ins Kleinste, bis das darfst du nicht und das darfst du nicht und der muss das und deswegen, weil wir das alles regulieren, müssen wir das aber auch sicherstellen. Das heisst, es muss ab einem Punkt, was ist einem Menschenrecht plötzlich, weil der Staat dir nicht erlaubt, deinen Strom selber irgendwo her zu beziehen, jetzt in diesem Beispiel, muss er aber auch dafür sorgen, dass du den Strom bekommst. Okay, was macht jetzt jemand, der die Rechnung nicht bezahlt, hat der auch ein Menschenrecht auf gratis Strom? Nein, weil er nicht mehr bezahlt, doch hat er dann, weil der Staat sagt, wir müssen jedem Menschen Strom liefern. Ich glaube, es wird ja ein Apparat eingestellt, oder? Ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, wenn jemand Strom nicht zahlt, dann wird ein Kästchen montiert und er kann dann mit Münze oder so das Kästchen füllen. Nein, aber ich meine vom Prinzip her, wenn du sagst, Strom ist ein Menschenrecht, ist es nur ein Menschenrecht für die, die Geld haben oder auch für die Armen, die überhaupt kein Geld für Strom haben? Ich habe nicht gesagt, es ist ein Menschenrecht. Nein, aber es läuft ja darauf hinaus, wenn du sagst, YouTube ist ein Menschenrecht, dass jeder Vollidiot auf dieser Welt, Vollidiot links, Vollidiot rechts, innerhalb der Gesetze, weil sie eine Marktführerschaft haben, ähnlich wie quasi ein Provider, also ich finde jemandem, das Internet zu verbieten, zum Beispiel, oder einfach zu verunmöglichen, Internetzugriff zu haben, Aber das kann man ja nur verunmöglichen, indem man Monopole schafft und Monopole schafft, nur der Stamm. jetzt sind wir in der theoretischen Ebene, aber wenn wir jetzt konkret leben, heute und jetzt sind es. Ja, jetzt konkret braucht es, so verrückt es klingt, weil man angefangen hat, das in die eine Richtung zu regulieren, muss man es jetzt wieder in die andere Richtung auch regulieren. Und das ist völlig krank. Jetzt muss man wahrscheinlich, Stimmt, ja, kann man so sehen. Kann man hoffen, dass es irgendwann ein Gesetz gibt, dass jedem Menschen tatsächlich die Redefreiheit, die ja wahrscheinlich in irgendeinem Menschenrecht niedergeschrieben wurde, wahrscheinlich, wirklich garantiert, das heisst, dass auch YouTube gezwungen werden muss und Facebook gezwungen werden muss und jede Plattform muss gezwungen werden, jeden Scheiss abzudrucken. Aber jetzt kommt wieder die Frage, du sagst, ja, YouTube und Facebook sind so gross, die sind relevant. Okay, ab welcher Größe ist eine Plattform relevant? Das ist ja völlig willkürlich. Ab 100.000 User, ab 10 Millionen User, ab 10 Milliarden User. Wann? Wer entscheidet das? Dann kommt eine Firma, die sagt, wir machen dasselbe wie YouTube, aber wir gehen an die Grenze unten heran und dann können wir wieder machen, was wir wollen, weil das Gesetz dann nicht greift. Jedes Gesetz ist völlig willkürlich. Und daher... Also du findest es völlig okay, wenn YouTube oder so einfach jetzt jemand, jemand, der das N-Wort benutzt, einfach, einfach seine Existenzgrundlage raubt, weil er quasi von den Einnahmen über YouTube auch gelebt hat oder über seine Fans, du hast ja selber viele Fans, du findest es völlig okay, wenn einfach YouTube, wenn jetzt Facebook findet, ja, denn Michael David nehmen wir jetzt die, wie viel, eine Million Fans weg. Das ist... Äh, finde ich, im ehetzigen System, weil, weil der Staat das alles bis jetzt schon so schön reguliert hat und da Vorschriften macht, finde ich das überhaupt nicht okay. Aber ich finde es auch, sehr, sehr merkwürdig, wenn wir jetzt anfangen müssten, Gesetze zu haben, die bestimmten Plattformen vorschreiben, wen, wann, wie, wie oft, dann kommt noch das wie oft, wie oft auf ein Rechtsradikaler posten. Jeden Tag, einmal pro Woche, wer entscheidet das? Ich denke eben, es ist ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass, also jetzt bei wirklich so dominanten Plattformen, dass, dass es nicht deren Aufgabe ist, Inhalte zu zensurieren. Aber das dürfen Sie doch. Nein, Sie müssen es. Der Staat kommt ja jetzt und sagt denen, ihr seid verantwortlich. Genau, und das Problem ist, ich finde einfach, wir haben eine Gesetzgebung, die Plattformen sollten anzuschauen, sagen, wir sind Stromlieferant, wir sind ein Provider und wenn da illegale Sachen passieren, macht man Strafanzeige und die Person wird bestraft. Es kann nicht sein, dass die Plattform zur Rechenschaft gezogen wird, weil diese dann überreagiert und im Zweifelsfall halt ihre eigenen Interessen schützt und nachher diese Leute quasi von der Plattform wegnimmt. Einfach, weil sie sagen, es ist die Mühe nicht wert, wegen den paar Millionen, die wir da kassieren, ist es nicht wert, dass wir immer Gegenwind kriegen von Merkel für die AfD und so weiter. Ja, aber das Problem ist ja, okay, Gesetzgebung, die kann angepasst werden. In der Schweiz ist das ein bisschen kompliziert, in Deutschland geht das einfach. Dann heisst es halt einfach, plötzlich kommt ein neues Gesetz, alle Parteien, die rechter sind als die CDU, CSU, dürfen auf Facebook nicht mehr posten. Und wenn so ein Gesetz da ist, dann muss Facebook das ja machen. Gut, das wäre natürlich grob verfassungswidrig, so ein Gesetz zu verabschieden. Und ich glaube, die fänden schon irgendeinen Punkt in der Verfassung, dann heisst, dann kommt der von der Hassrede und aufruft zu, ich weiss nicht was für Taten, zu Rassismus und ich weiss nicht was. Dann findet man das halt und sagt, okay, im Parteiprogramm der Partei XY steht der eine Satz, den deutet man so um, dass er in die Hassrede passt und dann heisst es wieder, Hassrede ist verboten auf Facebook und dann muss Facebook reagieren. Und Hassrede ist so ein scheiss Begriff. Genau, aber alles, alles. Alles ist Hassrede, was nicht der Meinung jetzt der Linken entspricht, zum Beispiel. Also es ist vor allem die Linke, die den Begriff Hassrede verwenden. Das ist ja das Problem. Und ich bin eben, weisst du, ein anderes Thema, vielleicht ein bisschen ein heikles Thema, aber zum Beispiel der Holocaust, dem zu leugnen ist, der strafbar. Und wenn man das sich so überlegt, am Anfang denkt man, ja, das ist gut so, weil diese Idioten sollen nicht ihre Meinung verbreiten. Ich merke aber jetzt immer mehr, es hat, dieser Streit von links und rechts, der kommt zum Teil auch genau da, da, doch zustande, dass heute ein, wenn jemand zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel Einwanderung, jemand möchte nicht mehr Ausländer im Land, weil er sagt, es überfordert den Staat, wir haben sonst Ghetto-Bildung in den Städten und so weiter und er ist gegen Ausländer, also gegen Zuwanderung. Deswegen ist er noch nicht gegen Ausländer, das heisst, er kann immer noch respektvoll mit den Gästen, die wir im Land haben, umgehen. Aber er kann dagegen sein. Das Problem ist jetzt, wenn man eben anfängt, eben Hate Speech zu verbieten oder jede rassistische Äusserung sofort verboten zu machen, obwohl sie nicht gegen eine konkrete Person ist, sondern dann ist das Problem das, dass ein echter Nazi, die es ja kaum gibt, also ich kenne, keinen echten Nazi, welches Arschloch möchte Nazi sein, wer möchte in einem Nazi-Staat, eben praktisch niemand, aber ein echter Nazi, damit er nicht ins Gefängnis kommt oder Buse bezahlen muss, der muss ja dann verklausuliert sprechen und spricht dann nachher nicht viel anders als ein eigentlich gemässigter Rechter, der einfach findet, wir haben in der Schweiz genug Ausländer und diese Meinung vertritt. Und das Problem ist, man kann dann diese Idioten gar nicht mehr erkennen. Man erkennt dann gar nicht mehr, ist es ein Antisemit oder ist es ein Rassist oder ist er nur einfach besorgt, echt besorgt. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man das eben, jetzt kommt die Linke und sagt quasi, wenn immer jemand irgendetwas sagt, das ein bisschen unangenehm tönt, unbequem ist, dann ist man sofort ein Rassist. Und diese Redefreiheit zu beschränken, ich bin wirklich mittlerweile ein Feind der politischen Korrektheit. Nicht, weil ich das ausnutzen möchte und schlecht über Minoritäten reden möchte, aber ich sehe einfach das Problem, das damit kommt, wenn man das verbietet, dass es eben einerseits diese Radikalen nicht mehr, du kannst sie nicht mehr erkennen und zur anderen Seite wird es eben missbraucht, von linker Seite zum Leuten muttot zu machen. Und in Amerika zum Beispiel, Stand-up-Comedians zum Beispiel, da würden wir noch weinen, im Herzen sind die alle links, wie ich selber auch links bin. Also ich bin im Herzen eigentlich immer links gewesen, sozial gewesen und weisst, ich rede jetzt nicht wirtschaftlich, ich rede jetzt gesellschaftlich, weil in den 68ern zum Beispiel, Entschuldigung, das wichtigste Getränk, trinken! Alles gut. Nein, 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 mach weiter, mach weiter. Wo ist Wodka? Ich bin nur erstaunt, dass du immer noch darauf herumreitest, du seist links, du bist überhaupt mit keiner Faser mehr links, weil links ist das neue rechts, links will nichts mehr anderes als Verbote, Verbote, Einschränkungen, Verbote, Verbote, links will überhaupt nicht mehr, okay, okay, ich muss noch nach Hause fahren, dann später, also Tesla Autopilot, aber gut sind ja nicht live auf Sendung, sonst würde die Polizei schon vor der Tür stehen und den Libertärer und den Libertaristen da abgreifen. Was ist denn ich bezahle? Nee, hier bezahle ich ja nicht im Countdown. Nein, das verstehe ich nicht, ich hoffe, wir machen noch weitere Podcasts und ich hoffe, ich kriege dich noch dazu, dass du sagst, weisst du was, ich bin nicht mehr links, weil links ist scheissdreck. Nein, weisst du was, ich bin immer noch links, aber die Linke ist nicht mehr links. Aber dann kannst du nicht mehr sagen, du bist noch links. Ich möchte aber erklären, was mein Problem ist. Ich weiss, du hast es mir letztes Mal schon erklärt, aber mach nochmal. Habe ich das schon erzählt? Auf jeden Fall, ich finde wirklich, also ursprünglich waren die Linken den gesellschaftlichen Liberalismus verbreitet haben. Freier Sex, freie Liebe und so weiter. Für mich, das ist mir erst letztendlich eingefallen, für mich der magische Moment oder der Erweckungsmoment für mich, warum ich sagen kann, ich kann mich nicht mehr als links bezeichnen, das war etwas beendet, als die Ehe für alle abgesegnet wurde. Ich bin ein grosser Befürworter der Ehe für alle. Ich finde, das ist ein Unding, Leuten zu verbieten zu heiraten, weil sie ein Geschlecht oder eine Rasse haben. Ist am letzten Ende nämlich auch rassistisch eine Art, oder diese Art Identitätspolitik. Aber ich finde, mit dieser Ehe für alle wurden eigentlich, finde ich jetzt, die Ziele eigentlich erreicht. die gesellschaftlich-liberalen Ziele, die die Linke einmal verfolgt hat, die sind jetzt eigentlich erreicht. Und was jetzt passiert, jetzt wird über die Stränge geschlagen. Jetzt wird eben, jetzt wollen sie Toiletten für das dritte Geschlecht. Jetzt wollen sie, jetzt kommt nur noch solcher Blödsinn rein. und es, also Blödsinn ist Geschmackssache. Aber ich finde einfach, es wird jetzt immer künstlicher. Jetzt darf man das, eben Compelled Speech. Und wenn man, es gibt dann immer wieder diese Zeitungsartikel, dann heisst es ja, Frauen verdienen zu wenig. Und das stimmt wahrscheinlich schon, dass Frauen immer, es ist ganz sicher so, das Bundesamt für Statistik sagt, dass Frauen 23 Prozent weniger verdienen als Männer. Und das tönt ja nach Riesenskandal. Aber wenn man dem Ganzen auf die Spur geht und zum Beispiel dieses Dokument liest vom Bundesamt für Statistik, dann sagen sie, dass 16 Prozent dieser 23 Prozent begründbar sind, weil die Männer mehr Erfahrung haben, weil sie in Branchen arbeiten, wo man mehr verdient und so weiter. Also nur noch etwa 6 oder 7 Prozent sind es, glaube ich, wo die Bundesamt für Statistik die Stellungnahme zum Besten bringt und sagt, dass nur diese 7 Prozent diskriminierend sind. Aber ich behaupte eben, und Jordan Peterson tut das auch, wesentlich wortgewandter als ich, diese 7 Prozent, die kann man eben auch noch leicht begründen. und zwar nennt er das so, er sagt, dass Frauen in der Regel, wie Frauen in der Regel kleiner sind, sind Frauen in der Regel eher agreeable. Also sie sind eher auf Konsens aus. Und das sieht man ja, also da muss man, wenn man mit Joy-Klappen das Leben geht, dann merkt man auf Facebook, die übelsten Streitereien auf Facebook, die finden zwischen Männern statt. Und dann gibt es einen kleinen Prozentsatz an Frauen, die da eifrig mittut. Und das sind die sogenannten disagreeable persons. Das sind die Leute, die es nicht scheuen, einen Konflikt auszutragen. Und das hilft ihnen natürlich bei Lohnverhandlungen. Das heisst, wenn sie nachher zum Chef gehen und mehr Lohn verlangen, dann sind sie das eben darum, weil sie eben disagreeable sind. Also sie scheuen nicht den Konflikt. Und Frauen, die eher dazu tendieren, den Konflikt zu scheuen, die gehen halt nicht zum Chef und denken, ja, es gefällt mir ja hier. Er hat mir ein schönes Kompliment gemacht zu Weihnachten. Vor allem Leuten, dass ich eine gute Arbeit mache. Und das ist für mich wertschätzend genug. Ich brauche diese Prozent nicht. Und darum finde ich, auch wenn es noch partielle Diskriminierung gibt, wie ja für Männer auch. Also wenn du eine, ich wünsche es dir nie, aber wenn du mal eine Entscheidung vor dir hast und es gibt einen Sorgerechtsstreit, dann ist es nicht toll, ein Mann zu sein. Wir haben die Sterberate, die Selbstmordrate erklärt, die wesentlich höher ist. Man wird später pensioniert und man hat auch andere Nachteile. Und natürlich gibt es immer noch Dinge, die man auspegeln muss, aber es ist nicht mehr so, dass man heute eine Heldin oder ein Held sein muss, um Frauenrechte zu vertreten. Das ist einfach heute, das ist nur noch ein, das sind, ja, wenn man streiten will, macht man das. Aber es braucht keinen Mut mehr, Feministin zu sein oder auch Atheist. Also in dieser Hinsicht, was ich ja selber auch bin und darum habe ich mich auch ein bisschen davon entfernt. Ich habe gemerkt, das nennt man Virtue Signaling, gell? Als ich auf Facebook angefangen habe, mich für die Ehe für alle stark zu machen, da bin ich auf den Begriff gestossen. Ich habe gemerkt, ich bin dem selber zum Opfer gefallen. Ich möchte tugendhaft wirken, weil ich weiss, in meinem Facebook-Kreis sind 80, 90 Prozent eh mehr oder weniger meiner Meinung und so kann ich mich quasi ein bisschen breit machen als ein besonders guter Mensch und darum habe ich mich dann auf dem Facebook jetzt in Sachen politischer Meinung ziemlich distanziert, weil ich selber merke, wie leicht man dieser Sache zum Opfer fällt. Du bist natürlich als Libertarier auch für Ehe für alle, nehme ich an. Nein, weil... Ah ja? Eigentlich ja, aber Ehe ist ja ein staatliches Ding. Ah, okay. Also Ehe muss man unterscheiden, finde ich, rein rational. Das eine ist das Kirchliche, okay, was da noch kirchlich daran ist, wie viele Leute glauben noch, was der Pfarrer da sagt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich meine, wenn der sagt, bis dass der Tod euch scheidet und ein Jahr später haben wir 50 Prozent Scheidungsrate, das ist alles nur bla bla. Also da ist Gott auch nicht mehr gross mit im Spiel. Aber das ist mal das eine, dass man vor die Familie hinsteht, Familie, Freunde, Bekannte, hinsteht und sagt, hey, ich habe den Menschen gefunden, mit dem will ich mein Leben verbringen. Das ist das eine. Das finde ich wunderschön. Kann jeder machen. Finde ich toll. Grossartig. Das andere, dass man vor dem Staat sagt, wir legen jetzt unsere Kasse zusammen, wir bezahlen gemeinsam Steuern und wir haben sonst noch ein, zwei Vor- und Nachteile von Staates wegen, gibt es ja gar nicht mehr im Libertarismus, weil da interessiert es auch gar keinen mehr, wer mit wem zusammen lebt. Das heisst, Ehe für alle ist natürlich, ja, jetzt kannst du wieder sagen, okay, wir sind jetzt in diesem Staatskonstrukt. Ja, finde ich auch okay, wenn der Staat so ein Reglement vorgibt, wie er will, dass Männer und Frauen zusammenleben, weil sie dann bestimmte Privilegien und bestimmte Aufgaben haben. Es geht ja nur darum, eine Ehe ist ja nichts anderes, als eine neue, du kommst in eine neue Klasse von Gesetzen. Wobei es halt eben auch eine gesellschaftliche Ausstrahlung hat. Ja, aber dann würde es ja erreichen, dass man sagt, wir machen eine Party, wir schreiben darüber, just married, wir laden unsere Freunde ein und sagen, hey, ich liebe diesen Menschen, wir sind zusammen. Das würde er erreichen. Aber halt, ich sage mal, in der Normalbevölkerung ist halt, ich sage mal, wenn diese Ausgrenzung passiert, von Staates wegen, dass gleichgeschichte Menschen nicht heiraten dürfen, hat es die Ausstrahlung, dass es irgendwie schmuddelig ist oder nicht die echte Ehe oder eben, dass ich nicht wirklich liebe und diese Bestätigung einzufordern, finde ich in dem Sinne eigentlich legitim. Ja, wenn du, um deinen Freunden und Bekannten und deiner Familie zu erklären, dass du deine Frau liebst, eine Unterschrift vom Staat brauchst, ja, dann ja, okay, ich brauche das nicht. Du bist nicht verheiratet. Ich bin noch nicht verheiratet. Ah ja? Ah, okay. Und zwar genau aus diesem Grund, nicht weil ich meine Freundin nicht liebe und sie eigentlich grundsätzlich heiraten würde, sondern weil ich einfach nicht einsehe, dass ich dem Staat erklären muss, hallo, wir lieben uns, bitte gebt uns neue Gesetze. Du hast gesagt, noch nicht, hast du jetzt gerade ganz verklausuliert mitgeteilt, dass deiner Freundin bald einen Heiratsantrag machen will. Habe ich nicht gesagt, aber ich wollte damit nur die Option offen lassen. Okay. Muss man immer aufpassen mit solchen Sachen. Nein, aber ich bin ganz klar. Ist sie keine Libertarierin? Sie ist auf einem guten Weg, dazu. Du kannst den Libertarismus nicht widerlegen. Es gibt keine, das geht gar nicht. Du kannst sagen, ich bin noch nicht so weit oder ich verstehe es noch nicht ganz. Wenn du es mal durchschaut hast, gibt es weniger Argumente. Ich muss dir da leider ein bisschen recht geben. Es ist philosophisch richtig, so wie Antinatalismus. Ja. Nur nochmal zurück, dass man das nicht falsch versteht. Wenn zwei gleichgeschlechtliche, ein gleichgeschlechtliches, ich muss aufpassen, wie man das sagt, Liebespaar, unbedingt vor der Gesellschaft und vor dem Staat und vor der Kirche oder vor Gott oder wem auch immer sagen will, dass sie den Partner für das Leben gefunden haben, sollen sie das können natürlich. Also Libertär, was kann ich dagegen haben? Sollen sie machen, was sie wollen? Wenn es dann aber darum geht, wenn es wirklich um Gesetze geht, die dann auch Familie betreffen, Kinder adoptieren, Kinder bekommen, Kinder aufziehen und so muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen konservativ. Da denke ich rein biologisch und sage, die Natur hat aus irgendeinem Grund Männlein und Weiblein erschaffen und das Ganze so eingefädelt. Und wenn man einfach denkt, man könne da die Natur überlisten und sagen, nee, ich kann mein Fahrrad heiraten, ich sage es jetzt absichtlich ein bisschen provokativ, ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel, ich kann mein Fahrrad heiraten, weil ich liebe mein Fahrrad über alles und zusammen mit meinem Fahrrad ziehe ich jetzt ein Kind auf. Suboptimal aus meiner Sicht. Aber sehr libertär. Nein, weil das Kind ist ein dritter Mensch und ich entbestimme über den dritten Menschen und das geht natürlich gar nicht. Das heißt, spätestens, wenn das Kind in einem Alter ist, wo es über sein Leben selber entscheiden kann oder das selben Bewusstsein hat, und ich weiss nicht, wann das passiert. Dann kannst du sagen dürfen, mein Vater soll kein Fahrrad sein. Könnte es sagen, meine Mutter sieht aus wie ein Fahrrad. Nein, könnte das Kind, sind wir wieder bei den Gesetzen, aber natürlich aus meiner Sicht, aus der libertären Sicht, selber für sich entscheiden und sagen, ich will das nicht, ich bin dann mal weg. Und dann gibt es nicht, nein, 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 die Eltern sind bis 18 für das Kind zuständig. Nein, weil sie haben das Kind in eine Situation gebracht, wo das Kind nicht selber wählen konnte. in einer unnatürlichen Situation muss man einfach dazu sagen, wo das Kind nicht selber wählen konnte. Jetzt sind wir an dem gleichen Ort, wo du vorhin gesagt hast, ja, wann ist ein Monopol da, bei wie viel Prozent soll YouTube reglementiert werden und hast du quasi libertäre Ideen gebracht. Sind das 60 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent? Jetzt kann man doch auch sagen, bei Kindern, wo willst du da die Grenze ziehen? Acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre? Wann hat ein Kind das Recht, über sein eigenes Schicksal zu entscheiden? Wann ist es mündig dazu? Kann ich nicht sagen. Ich habe zwar Entwicklungspsychologie studiert, mal kurz. Ah ja, hast du das? Ein halbes Semester. Ich glaube, ungefähr drei Semester oder so. Kann ich jetzt so einfach nicht beurteilen. Wäre natürlich, von Fall zu Fall anzuschauen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wo kann das Kind hin. Ich weiss es nicht. Ich habe dafür, ich habe das nicht komplett bis zu Ende gedacht. Einfach der Grundgedanke ist ja, vom Libertarismus insbesondere, dass man nicht für ein anderes Lebewesen, bleiben wir mal bei einem Menschen, man kann es auf Tiere ausweiten, entscheiden darf. Klar, ein dreijähriges Kind weiss noch nicht, was mit ihm passiert. Das kann man nicht einfach auf die Strasse stellen und sagen, schau für dich selber, du bist ein eigenständiges Wesen. Aber an einem bestimmten Alter, spätestens irgendwann in der Pubertät, wenn das Kind selber sieht, Moment, ich fühle mich komplett unwohl, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, wenn es merkt, mein Leben ist mehr Leiden, weil ich mit einem Fahrrad wohnen muss, zusammen wohnen muss, ich erfahre jeden Tag mehr Leid dadurch, dass ich nicht eine Mutter und einen Vater habe zu Hause, dann hat das Kind das Recht zu sagen, ich will das nicht. Und dann soll der Staat dafür finanzieren, dass er nicht leben kann. Aber ein Teenager kann nicht selber leben. Also kann er nicht seinen eigenen Unterhalt verdienen, muss er zur Schule gehen oder sollte er zur Schule gehen, sich weiterbilden. Der eine Punkt ist ja der, das fängt ja schon an, dass es Gesetze gibt für Adoption, weil sonst kommt ja ein Mann, der mit einem Fahrrad zusammenwohnt, kommt ja nicht zu einem Kind. Ah, das Kind soll wählen können, dass es von jemand anderen adoptiert wird. der Mann kommt ja gar nicht zu dem Kind, weil er kann ja kein Kind adoptieren, ausser jemand anderes, aber der darf ja auch nicht über sein Kind verfügen. Also wenn man das zu Ende denkt, kann ja jemand, der ein Kind hat und sagt, ich gebe das zur Adoption frei, das darf er ja nicht. Ja, aber jetzt darf er das nicht. Nein, natürlich nicht, weil das Kind hat ja das nicht so, will das ja so nicht. Das weiss man ja nicht. Genau, aber wenn ein 14-jähriges Kind jetzt entscheidet, es will nicht mehr bei den Eltern wohnen, was soll, er hat ja keine Wahlfreiheit. Man kann sich einfach auf die Strasse stellen. Also, unter welchen Voraussetzungen jetzt? Warum will das Kind weg? Ich glaube, ich habe etwas falsch verstanden. Genau, du hast gesagt, wenn das Kind, das Kind will nicht mehr mit dem Fahrrad leben oder es will nicht mehr mit deiner Mutter leben, die verbietet, dass sie mitternacht zu Hause sein muss. Das sind zwei verschiedene Sachen. Okay. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Ich weiss nichts. Fliessende Übergänge. Nein, nicht ganz. Ich kann jetzt kein Mittel, Mittel oder Wege. Nicht ganz fliessend, weil da eben biologisch gesehen macht es durchaus Sinn, dass Mann und Frau zusammen Kinder haben. Kann niemand bestreiten. Ist so vorgesehen, ist genetisch so vorgesehen, macht auch entwicklungspsychologisch am meisten Sinn. Habe ich auch nur irgendwo gelesen, habe es nicht selber erforscht, aber dass grundsätzlich mehr Kinder, viel mehr Kinder Probleme haben, auch später als Erwachsene, wenn bei ihren Eltern irgendwas schiefläuft oder sprich, wenn sie nur mit einem Elternteil aufwachsen und so. Das heisst, das hat biologisch schon einen Sinn, wenn die Eltern Mann und Frau zusammenbleiben und dem Kind irgendwelche Werte vermitteln, Sicherheit geben, Urvertrauen, was man alles so kennt. Wobei, auch da kann man natürlich sagen, wenn Eltern nicht liebenswürdige Personen sind, dann lebt es lieber. Oder ein Vater, ein Tyrann ist, oder, ich sage mal, ein liebevolles, gleichgeschächtiges Paar wird bessere Eltern sein, als ein liebloses Elternpaar. Kann sein. Alles fließend, alles fließend, aber man muss von bestimmten Werten ausgehen, die sich halt über Jahrtausende etabliert und bewährt haben. Klar gibt es immer Ausnahmen, klar gibt es immer Kinder, die auch in einem gesitteten, normalen Vierfamilienhaushalt mit Hund und Pool aufwachsen und unglücklich sind, gibt es auch. Und dann gibt es wahrscheinlich Kinder, die nur mit der Mutter aufwachsen und total glücklich sind und erfolgreich im Leben, gibt es alles, aber man muss irgendwo trotzdem sagen, okay, das ist mal so ein Grund, ein Reset, Grundeinstellung, Defaulteinstellung und davon gehen wir aus und dann schauen wir die Sonderfälle extra an. Apropos Erfolg im Leben, wie lange bist du jetzt DJ? Hast du schon ein Jubiläum? Ja, ich glaube, ich habe jetzt zehn Jahre, ja. Zehn Jahre. Du bist erst zehn Jahre DJ. Ja, so dass ich davon leben kann, professionell ja. Genau. Und denkst du, das wirst du machen können, bis du pensioniert bist? Ist das quasi ein Selbstläufer oder ist das etwas, wo man auch jedes Jahr… Absichtlich abrupte Thema, wenn es einfach so… Okay, okay. Aber du kannst schon… Ich warte noch auf den Haken da. Nein, 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 kein Haken. Ich habe nur gemerkt, dass ich nichts mehr Wichtiges beitragen kann zu diesem Gedanken, aber wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, gerne. Okay, okay, machen wir noch kurz DJ. Bist du schon müde? Möchtest du nach Hause? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich trinke immer noch fleissig. Wie heisst das Ding? Flying Power. Kann man machen. Wie lange mache ich DJ noch? Keine Ahnung. Ich weiss nicht, dass… Aber ich möchte… Meine Frage ist eigentlich, bist du so etabliert, dass du eigentlich wissen kannst, das kannst du bis zu deinem Lebensende machen? Vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau wie jetzt, aber bist du eigentlich… Also hast du ein grosses Gefühl von Sicherheit? Weil die meisten Unternehmer haben das ja, zumindest kleine Unternehmer, haben das ja eigentlich nicht. Und ich denke, eine Branche, die sich so schnell wandelt wie die deine, nehme ich mal an, ist es da nicht auch… Kann es nicht sein, dass du in 5 oder 10 Jahren dann nur noch an Geburtstagen auflegen kannst? Oder ist das eigentlich auszuschliessen? Nein, das ist absolut möglich. Das ist absolut möglich. Ich meine, die ganze Szene wandelt sich sowieso. Da kommen auch immer wieder neue, das ist ja klar, das ist ja wie in jedem Geschäft. Es gibt vielleicht Immobilien oder so, wo man sagen kann, da kann man über 10, 20 Jahre hinaus planen, mehr oder weniger, wenn nicht gerade eine Riesenkrise kommt. DJ ist da ein bisschen kurzlebiger, da wird jedes Jahr werden die Karten neu gemischt, welche Musik ist angesagt, welche Typen sind angesagt, wie funktioniert Social Media, wie funktioniert das Marketing, wie alt ist der DJ, da sind zum Glück die Grenzen, die werden jetzt laufend nach oben verschoben, weil einfach die grossen Alten nicht weg wollen, das ist spannend zu beobachten. Es kommen schon immer ein paar Junge, aber die eigentlich dominieren immer noch die alten Säcke, den ganzen Markt. Das ist sehr spannend, also von daher habe ich jetzt nicht... Mit alten Säcken meinst du dich und DJ Antoine? Ja, also gut, wenn wir von der Schweiz sprechen, DJ Antoine ist nicht so alt wie ich, der ist viel jünger. Ist der jünger? Ja, der ist jünger. Sie sind nur älter aus. Nein, nein, nein. Sieht blendend aus. Ich habe ein Intro gesehen auf 20 Minuten, der war mir richtig sympathisch. Weil ich habe mit Hausmusik nicht viel am Hut, aber ich fand den, der hat das richtig gut gemacht. Ja, ja, das ist ein feiner Kerl. Und der sieht auch blendend aus. Ja, du kennst ihn, ne? Ja, ja, ich kenne ihn. Nein, alte Säcke meine ich international. Da gibt es ein paar wirklich, die sind in meinem Alter und sogar noch drüber und die sind immer noch gut unterwegs. Und ich weiß nicht, ob da irgendwann mal wirklich so ein Cup kommt, wo man sagt, okay, jetzt ist auch mal Schluss. Jetzt reicht es so 50, 55 oder so. Das wird von den jungen, mehrheitlich jungen Fans nicht mehr akzeptiert. Ist aber noch nicht passiert, lustigerweise. Es gibt immer noch Millionen, Hunderttausende Millionen wahrscheinlich von Fans, die, ich weiss nicht, zwischen 16 und 25 sind und die schauen zum Beispiel, die gehen an ein David-Getter-Konzert. David-Getter ist knapp 50, glaube ich, jetzt. Ja. Das ist für die überhaupt kein Problem. Okay, so quasi wie ein Rockmusiker oder auch immer wieder neue, junge, junges Publikum. Nicht mehr so viele natürlich, es werden immer weniger. Ich meine, ein Rolling Stones-Konzert wird schon dominiert sein von Pensionierten. Ja, das ist ein Unterschied. Das ist bei DJs schon anders. Also es ist jetzt nicht so, das würde ich jetzt sagen, ich habe da jetzt nicht studiert, aber bei einem David-Getter oder so, glaube ich jetzt nicht, dass da nur oder mehrheitlich Fans kommen, die den vor 15 Jahren toll fanden. Da kommen wirklich neue. Und das, glaube ich, ist bei Rockbands ein bisschen anders. Also ich glaube, jetzt bei den Stones haben wir letztes Mal schon gefragt, machen die Stones noch Konzerte? Ich weiss nicht. Ja, ja, machen sie. Machen sie immer noch. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die noch einen grossen Anteil von Leuten haben, die da irgendwie 16, 17, 18 Jahre alt sind. Ich glaube, höchstens die Kinder mit Eltern, die müssen dann einfach mitkommen. Ja, ja, die müssten nicht. Oder vielleicht wollen sie auch ein paar Wörter gehen. Das ist bei DJs anders. Also das ist irgendwie, muss an der Musik liegen, liegt an der Show, liegt an Events, Tomorrowland und so, spricht halt junge Leute an. Ich frage das auch darum, weil, also meine Frage ist eigentlich eher, bist du völlig relaxed, was die Zukunft anbelangt, oder bist du ein Stück weit, du bist auch Unternehmer natürlich, als selbstständiger DJ, oder denkst du da auch manchmal an die Zukunft? Ja, ich denke dauernd an die Zukunft. Ja, natürlich. Weil wenn du es nicht tust, oder wenn man es nicht tun muss, dann ist es einfacher, libertär zu sein, als wenn man es muss. Das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Schluss, der irgendwie auf der Hand liegt, aber der eigentlich komplett falsch ist. Aber ja, wieso, was soll das damit zu tun haben? Weil ich meine, als libertär will ich ja einen Markt, dass ich mich besser entfalten kann. Genau, aber wenn ich ein paar Millionen auf dem Konto habe, dann kann ich sagen, ja, ich bin voll für feinen Staat, weniger Steuern, weil mir geht es ja eh gut. Und mir würde es noch besser gehen an einem libertären Staat. Während jemand, der vielleicht, jetzt sage ich mal, nicht sehr intelligent ist, nicht sehr gebildet ist, vielleicht körperlich nicht sehr fit ist, oder vielleicht ein Alkoholproblem hat, hat wahrscheinlich weniger Freude an einem libertären Staat. Okay, aber das ist jetzt komplett was anderes. Jetzt hast du gesagt, wenn du erfolgreich bist und Geld hast, und jetzt sagst du jemanden, der körperlich nicht fit ist und nicht so intelligent ist. Der ist wahrscheinlich eher nicht so Fan vom Libertarismus wie du. Weil du bist ein Selfmade Man, du hast deinen Erfolg selber, selber, trotz allen widrigen staatlichen Institutionen ja selber erschaffen. Und wenn du jetzt schön in einer ausgeruhten Situation bist, ist es leicht libertär zu sein. Wenn du jetzt aber quasi immer Angst haben müsstest, in den nächsten Jahren könnte es zu Ende gehen, dann ist es ein bisschen... Ja, aber das wäre ja tragisch, wenn ich jetzt denken würde, ah, zum Glück gibt es den Staat, weil in drei Jahren bin ich arbeitslos und dann kann ich vielleicht da ein bisschen schnorren. Ja. Das ist ja tragisch. Also wenn jemand so denkt, das finde ich ganz, ganz übel, wenn jemand so denkt und denkt, ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen arbeiten, aber ich hoffe dann schon, dass ich dann arbeitslos Geld bekomme und dann irgendwann noch meine Rente und so, weil, ja, zum Glück gibt es den Staat, weil die helfen mir dann, wenn ich nicht mehr kann. Also wenn du jetzt zehn Jahre DJ bist, ist das mittlerweile business as usual, dass du quasi wie so, machst du einen Businessplan mit Umsätzen? Das machen wir, ja, zusammen mit meinem Management natürlich, mein Management hat da die ganze Kontrolle über meine Finanzen sozusagen, das ist auch gut so. Aufpassen, gell? Ja, aufpassen, muss man vertrauen, muss man vertrauen, ich vertraue denen, aber das ist nicht so mein Ding, ich denke da ein bisschen praktischer, ich schaue auf mein Konto und sehe da einfach, geht es runter oder geht es rauf, so. Und natürlich mache ich mir Gedanken, insbesondere jetzt als Vater, das ist einfach ein völlig anderer Gedanke, bis vor einem Jahr, fand ich das gut, wenn ich viel Geld verdiene, aber ich habe immer gedacht, ja gut, okay, und wenn es in zehn Jahren oder in fünf Jahren nicht mehr so viel Geld reinkommt, irgendwie reicht es dann schon für mich und dann könnte ich noch vielleicht ein Auto verkaufen und dann könnte ich das und dann fange ich vielleicht einen neuen Job an oder ich ziehe irgendwo hin, wo das Leben billiger ist oder irgendwie sowas und plötzlich, wenn die Tochter da ist und natürlich die Mutter der Tochter dann hat man wieder Hunger. Dann muss man Hunger haben, dann muss man Hunger haben, weil jetzt weiss ich und da sind wir wieder bei den traditionellen Rollenbildern, sehe ich mich in der Verantwortung, dass ich die nächsten 18 bis 20 Jahre für meine Tochter und natürlich auch für die Mutter meiner Tochter Geld nach Hause bringe, damit sie Essen in den Kühlschrank stellen können. Wie wichtig ist das Management für dich als für einen DJ, generell gesprochen, wenn du das jetzt wechseln müsstest oder selber machen würdest, wäre das eine Katastrophe, wenn du selber Gigs buchen müsstest? Das wäre für mich eine Katastrophe, weil ich bin wirklich ganz ein schlechter Verkäufer, ganz, ganz schlecht. Das Einzige, was ich verkaufen kann, ist wahrscheinlich nicht mal mich selber, sondern nur meine Leistung, aber auch die nur so weit, wie ich sie wirklich, wie ich sie überschauen kann und als Verkäufer muss man ja da ein bisschen Fantasie haben, sagen wir mal so. Ein Manager ist natürlich auch ein Verkäufer und das ist das eine. Das andere ist, ich kann, wie gesagt, mit Geld, ich bin zwar von Geld angetrieben, aber nicht so wahnsinnig, dass ich jetzt, dass mein Ziel ist jetzt, okay, ich will da auf die Bühne, aber dann muss ich noch Betrag X bekommen, weil sonst gehe ich nicht. Das ist bei mir nicht so. Aber du kannst dich auch nicht zu billig verschachern, weil sonst spricht es sich rum, dass du billig auf die Bühne stehst. Würde ich aber bestimmt machen, weil wenn mir jemand anrufen würde, wenn ich kein Management hätte und der sagt, schau mir mal eine Riesenparty, wir haben da 5000 Leute, das ist super, du bekommst noch ein tolles Abendessen, wir haben da auch ein schönes Hotel für dich reserviert, alles toll und du hast die tolle Bühne, wir stellen dir die ganze Technik hin, das wird eine richtig tolle Feier, dann würde ich für mich selber wahrscheinlich am Schluss sagen, ich komme umsonst. Also das heisst, du wärst auch umsonst diesen Podcast gekommen, wenn ich dir nicht viel Geld bezahlt hätte. Ich warte noch auf das Essen, die Getränke stehen da, sehen ein bisschen verloren aus. Ja, tut mir leid, aber das nächste Mal schickst du mir eine Liste mit M&M und was. Genau, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen knabbern. Nein, das macht sich auch nicht gut auf dem Podcast. Das habe ich mir gedacht, mein Kühlschrank wäre voll gewesen. Nein, Essen ist schlecht. Okay, und wohin führt dich die Reise im Jahr 2019? Was hast du da schon geplant? Gehst du jetzt jeden Sommer da auf Welttour, durch Europa, durch die Clubs? Sommer ist eigentlich, ist nicht gerade Welt, aber es ist schon eine heftige Tour. Ich hoffe, das wird auch diesen Sommer wieder so. Wahrscheinlich wird das so. Wir sind jetzt in den Verhandlungen. Hat man da, redet man da mit 50 verschiedenen Leuten oder sind das auch wieder so Agenturen, die dich gleich an 20 Orte dann vermitteln? das ist jetzt bei uns so. Das hat sich jetzt einfach über die Jahre so eingespielt. Das sind natürlich mehr oder weniger immer die Clubs und Festivals, wo ich schon gespielt habe, die jeden Sommer halt wieder das Programm so machen und die sagen, okay, das war letztes Jahr gut, den buchen wir wieder. Das heisst, das sind ... Und das entscheidet, was gut ist, wenn sie merken, dass du die Kassen, dass du Eintritte verkauft hast? Schlussendlich läuft es, ja, das ist so eine Mischrechnung. Die machen eine Mischrechnung, klar, Geld muss stimmen, ist ganz klar. Die machen das auch nicht nur aus Spass. Dann muss aber auch die Stimmung passen, dann kommt noch das Persönliche dazu. Also das hören wir überall. Die sagen, okay, die Leute hatten Spass, die gehen nach Hause und sagen, war ein cooler Event. Ist gut für den Club, ist gut für irgendwie ein Hotel, ist gut für irgendein Festival, weil die Leute schreiben dann, hey, war eine Megaparty, kommen wir nächstes Jahr wieder. Gut, Werbung für sie. Dann müssen sie natürlich was in der Kasse haben, weil mit Stimmung kann niemand bezahlen, das ist klar. Und wenn das passt, dann kommt noch dazu und das höre ich jetzt immer, immer, immer öfter. die müssen auch menschlich irgendwie das Gefühl haben, dass du da zuverlässig bist, aber auch als Person da dahin passt, wie du mit den Leuten kommunizierst da, wie du dich Backstage gibst, wie du mit den Fans umgehst, was du auf der Bühne machst, natürlich die Show, die Stunde oder zwei Stunden, das ist das eine, aber alles drumherum. Das habe ich jetzt gemerkt, das ist sehr wichtig, da sind wir wieder bei etwas, was wir letztes Mal schon besprochen haben. Das denke ich, wird immer wichtiger, weil die Veranstalter, klar, die schauen auf, wie gesagt, auf Geld und so, aber die wollen auch keinen Ärger mit den Künstlern und es gibt leider immer noch Künstler, die kommen einfach dahin und denken irgendwie, hey, ich bin der Superstar und ich brauche das Hotel da und ich brauche fünf Kissen dort und ich brauche diese Getränke und ich brauche das und das, sonst gehe ich wieder nach Hause und das denke ich, das wird sich mit der Zeit ein bisschen, wie soll ich sagen, das wird nicht mehr so oft passieren. Klar, bei den Super, Super, Superstars wird das immer noch so sein, aber bei allen anderen, weil die Veranstalter haben einfach keinen Bock mehr auf das. Ich habe das Glück gehabt, die Band Elbow zu interviewen und es ist nicht so bekannt, es ist eine Indie-Rock-Band, aber innerhalb von Europa ist es eine der ganz grossen Indie-Bands und das war so ein super netter Typ und der hat mir auch gesagt, die Zeit mit der Limousine und so, die sei vorbei für, obwohl sie innerhalb der Szene sehr bekannt sind und super, wirklich gute Musik machen und auf Tour gehen und ausgebucht sind, also die Limousinen-Zeiten, die sei eigentlich auch vorbei für sie. Das ist, glaube ich, auch mehr wieder ein bisschen bodenständiger geworden. Aber wenn man halt ganz oben ausschwimmt, ich meine, David Guetta oder auch du, ich weiss nicht, du könntest dir wahrscheinlich schon manche, manche, wie sagt man, Ausschweifung erlauben, oder? Ja, da bin ich nicht mehr so sicher, bin ich nicht mehr so sicher. Klar, das hat immer auch damit zu tun, wie gross ist der Hype, was will die Szene, aber ich höre das jetzt einfach wirklich sehr oft, seit ungefähr zwei Jahren, dass so viele Veranstalter, Clubmanager und so, die sagen mir das explizit, ohne dass wir gross darüber sprechen, einfach so, hey, wir sind so froh, dass du und deine Tourmanager, wer auch immer mit dabei ist, dass ihr so von A bis Z, von der Ankunft bis zur A-Reise einfach normal wart, nicht irgendwie ausgetickt seid, wenn da die Flasche Cola nicht dasteht oder wenn auf der Bühne das Monitoring nicht läuft oder irgendwie sowas. Das sind einfach Sachen, die, das ist momentan einfach sehr wichtig, dass das, ich weiss nicht, das war vor zehn Jahren anders, vielleicht hat es damit zu tun, weil die ganze Szene in einem Hype war oder so, aber heute ist einfach so, der Grundtenor ist, ist der Künstler irgendwie einfach zu handeln und das ist auch mit dem Grund, warum man gebucht wird. Ich war ja noch nie ein Superstar, und darum habe ich eine gute Frage an dich. Jim Carrey hat mal gesagt, in einer so motivational speech, er wünscht, dass jeder Mensch mal reich und berühmt wäre, nur um zu merken, dass es ihn nicht glücklicher macht. Oder also das Glück, und meine Frage ist jetzt, was im letzten Podcast auch gesagt, dass es einem in den Kopf steigen kann, wenn man quasi da an den Gig kommt und dann durch die Menschenmassen gepflügt wird, von Bodyguards oder so hin zum Podium oder so, wo du auflegst. Wie ist das heute? Legst du zum Beispiel auf Ibiza auf oder so? Gehst du da hin? Ibiza weiss ich jetzt noch nicht für den nächsten Sommer. Letzten Sommer war ich nicht da. Wenn du jetzt an so einen Ort gehst, da sind wahrscheinlich auch viele Schweizer, Deutsche und so und eigentlich schon auch deine Zielgruppe da. Da sind wahrscheinlich auch viele Touristen, die quasi mit dir dann da hinkommen. Also nicht wegen dir, aber du gehst quasi dahin, wo dein Stammpublikum Ferien macht. Ist das ein bisschen so? Ja, also wie gesagt, wollte ich noch sagen zu der Sommertour. Die Sommertour beschränkt sich bei mir hauptsächlich auf den Mittelmeerraum, weil ich eben, wie du sagst, ich gehe dahin, wo meine Fans und die Leute, die diese Art von Musik hören und Party machen, auch Urlaub machen, natürlich. Das ist von Spanien über Mallorca, Ibiza. Nach Japan oder so. War ich auch schon. War ich auch schon. Japan, China, Thailand, ja, ja, Brasilien, Mexiko, überall. Also du bist ja in einer Beziehung, aber ich möchte jetzt doch ein bisschen so, noch ein bisschen etwas aus deinem Leben hören. Wenn du jetzt einen Ort auflegst, in Griechenland oder Ibiza oder so, wirst du da, hat es da Gruppis, die da zum Beispiel zu dir kommen und dir Angebote machen oder ist das eigentlich auch ein bisschen vorbei? Nee. Also, klar, es gibt hin und wieder mal, dass irgendwie irgendeine Frau oder irgendwelche Leute, Gruppen oder so, den ganzen Abend vor dem DJ-Pult stehen und am Schluss dann noch irgendwie sagen, hey, wir wollen unbedingt noch ein Foto machen und können wir noch, können vielleicht mal, dass eine Frau sagt, darf ich dich mal umarmen oder so oder sowas. Das gibt es alles. Das gibt es alles. Aber dass jetzt irgendjemand da zum DJ-Pult hochkommt und sagt, irgendwie Zettel rüberschiebt oder so und sagt, hey, ich bin dann im Zimmer so und so im Hotel oder so, das passiert nicht. Das passiert nicht. Nein, nein. Nicht mal dir? Nein, nicht mal mir. Vielleicht passiert das jemand anderem. Nein, das passiert nicht. Vielleicht wärst du auch besser Rockmusiker geworden. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Nein, aber das ist auch nicht, ich weiss nicht, Groupies, ja. Fans, ich sage einfach, es gibt Fans und Fans. Es gibt Fans, die sind ein bisschen aufdringlicher und es gibt Fans, die sind ein bisschen zurückhaltender. Aber wirklich, dass jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich will jetzt unbedingt mit dir ins Hotelzimmer oder so. Und wie bist du, ist das zum Teil nervig oder freust du dich jedes Mal drüber? Wirst du zum Teil, wenn du durch Zürich läufst oder so, wirst du erkannt? Nur wenn du das Smiley auf dem Kopf hast, wahrscheinlich. Genau, genau. Das ist immer meine Ausrede, wenn ich nicht erkannt werde, sage ich, es liegt eben daran, dass ich die Maske nicht trage. Kannst du mir die mal ausleihen, damit ich durch Zürich gehen kann mit der Maske. Das ist eine gute Erfahrung. Ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt natürlich schon, dass ich erkannt werde. Wo war das jetzt? Vor kurzem war das wieder wirklich überraschend, dass plötzlich jemand irgendwo in einem Geschäft oder einem Restaurant oder so aus dem nichts kommt und mich fragt, ob ich jetzt der Mike Candice bin. Da habe ich echt nicht damit gerechnet. Aber das ist jetzt auch nicht jeden Tag so. Hauptsächlich passiert das, wenn ich mich natürlich an Orten aufhalte, wo meine Zielgruppe, meine Fans sind. Sprich, in solchen Geschäften, wo man vielleicht Kleidung kauft oder irgendwie bei McDonalds oder so. Wenn ich mich da aufhalte, dann ist die Chance natürlich viel höher. Ich hatte in meinem Leben ein, zwei Gruppierfahrungen. Leider beides mal männliche Leute und wesentlich älter als ich. Aber ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal hat es ja auch noch Videos von mir, wo ich als Padre Benedetto die Kirche durch den Kakao ziehe, sage ich mal. Und ich hatte dann, als ich das recht intensiv betrieben habe, ich ging dann nach Afrika und habe Trailer gemacht, einfach so zum Spass, oder? Und dann habe ich so Reden gehalten, halt extrem, wie soll ich sagen, einfach extrem frauenfeindlich und zwar um quasi all diese Klischees von den Kirchen ein bisschen so anzuspielen. Und das ist nicht genial. Also heute denke ich, die meisten sind überlang, man müsste es viel kompakter machen. Aber es hat doch bei gewissen Leuten eine große Rückmeldung gegeben. Und weil ich ja dann erst später auch angefangen habe, Zeremonien zu machen, bin ich auch immer wieder an Hochzeiten gegangen, um Reden zu halten. Und in einem einzigen Fall, das muss man sich vorstellen, ich bin also als Padre Benedetto bin ich im Kittel unterwegs mit dem Priesterkragen und halte da schwulenfeindliche oder frauenfeindliche Reden. Und eines Tages bin ich mit einer Frau unterwegs gewesen und deren Mutter, die hatte zum 80-Jährigen eine Rede gewünscht, die auch eines Tages mal zu ihrer Beerdigung quasi dann als Vorlage gilt, die Biografie. Und dann wurde ich eingeladen, ich wurde am Bahnhof abgeholt und wir sind dann Richtung, sie hat ja auf der Stadt gearbeitet, Richtung Sitzungszimmer gegangen und da lief ich dieser Straße entlang und plötzlich sprang irgendein 60-Jähriger, es aussieht John Lennon mit runder Brille, langen Haaren, sprang vom Bike und sagte, Padre Benedetto, Halleluja! Und hat sich verneigt und hat sich bekreuzigt von mir. Und da war diese 80-jährige Frau und diese 55-jährige Frau, die ich verheiratet habe in einer Züringenie, Entschuldigung, das ist nicht der Mann, der Mann war gestorben, ich habe die Abtankung gehalten und das war eine sehr, sehr anständige Dame, sage ich mal und die Großmutter natürlich sowieso, sehr oldschool, Mutter springt dann 60-Jährige vom Bike an und sagt, Halleluja, Padre Benedetto! Und dann, und dann habe ich gesagt, ja, hallo, und ich habe nur so gesagt, hallo, und habe ein bisschen gewinkt und er wollte mit mir reden, habe gesagt, ja, bist du auf Facebook? Und er sagte, ja, wir hören uns. Und dann sind wir weitergegangen und dann hat die 55-jährige Frau zu mir gesagt, wer war dieser Mann? Und dann habe ich wirklich für mich gedacht, das ist die falsche Frage, die richtige Frage ist, wer bin ich? Weil wenn sie das alles gewusst hätte, ich habe das natürlich immer völlig getrennt, oder diese Zeremonien. Und da habe ich gemerkt, irgendwie ist es schmeichelhaft, aber nicht immer jeden Zusammenhang angenehm. Zumindest nicht, wenn man als Satiriker unterwegs ist. Ich glaube, solche peinlichen Situationen, die sind ja wahrscheinlich rund um erspart geblieben. Nein, nicht unbedingt. Ich meine, es gibt auch bei mir natürlich Momente, wo ich, wenn ich mal aus dem Haus gehe, Sonntagmorgen oder so, und nur irgendwie Brot zu kaufen an der Tankstelle oder sowas, dann richte ich mich jetzt nicht wahnsinnig optisch, also bin ich ja jetzt auch nicht, aber mache ich jetzt nicht, ziehe ich nicht meine schönsten Kleider an oder irgendwie, keine Ahnung, oder sehe einfach noch so aus, als komme ich direkt aus dem Bett, weil ich direkt aus dem Bett komme. Und wenn dann, wenn ich dann irgendwo so da beim Brotregal stehe und da irgendwie überlege, nehme ich jetzt zwei Croissants oder besser doch irgendwie das Baguette und einfach so vor mich hin dämmeren oder döse und dann plötzlich jemand mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, bist du nicht Mike Candice, können wir ein Foto machen? Und du denkst so, nein, jetzt einfach nicht, jetzt einfach bitte. Und wie reagierst du dann? Ja, sage ich natürlich, ja, bin ich. Versuche noch kurz beim Umdrehen noch den Sand aus den Augen zu wischen, drehe mich um und sage, klar, ich bin frisch, mach das Foto, so ist alles gut. Aber wenn du zum Abendessen bist mit deiner Freundin und da kommt jemand an den Tisch, da bist du nicht wütend oder so, dass du sagst, lass mich allein. Und wenn einer ein Selfie will, dann bist du okay. Ja, das kommt darauf an, wie die, aber die sind ja meistens sehr anständig und höflich, also das ist kein Problem. Also klar gibt es auch die, die, ich weiss es gar nicht mehr, ich habe wirklich vor kurzem sowas erlebt, wo ich ein bisschen, wo ich mich ein bisschen, wie soll ich sagen, das war mir nicht so, nicht unangenehm irgendwie ertappt gefühlt habe, aber ich weiss jetzt nicht mehr, wo das war. Aber das war wirklich vor kurzem, wo ich echt gedacht habe, okay, hier habe ich jetzt nicht erwartet, dass mich jemand anspricht. Und das war irgendwie nicht so cool, aber ich weiss nicht mehr, wo das war. Aber das gibt es schon auch, dass ich so denke, okay, aber jetzt nicht hier. Weil es gibt Tage, da gehe ich aus dem Haus und denke so, jetzt Fans, kommt, jetzt bin ich gut drauf, ich sehe gut aus, ich fahre mit meinem schönsten Auto, alles gut, jetzt macht Fotos von mir und dann kommt keine Sau. Und dann gehst du irgendwie raus und denkst so, aber jetzt nicht, bis du stehst an der Tankstelle oder so und einfach einmal erfrieren und dann kommt irgendeiner und will noch ein Foto machen. Aber es ist auch nicht so, also es ist nicht so oft, dass das jetzt jeden Tag vorkommt oder so. Das ist vielleicht doch schön, wir haben das seines Tages darauf zurückschauen, wenn das niemand mehr will von dir. Das sage ich auch immer, das sage ich auch immer. Meine Standardantwort eigentlich darauf ist immer, wenn man mich fragt, stört dich das, dann sage ich, mich würde es stören, wenn keiner mehr kommt. Also das ist ja klar. Solange ich in diesem Showbusiness mitmache und versuche irgendwie Kontakt mit meinen Fans zu haben, wenn dann plötzlich einfach keiner mehr kommt, auch nach den Auftritten oder so. Ich meine, es gibt Auftritte, wo ich danach eine halbe Stunde Autogramme gebe und Fotos mache und es gibt Auftritte, da kommen zwei und wollen ein Foto. Das gibt alles. Das kommt wirklich auf die Leute, auf die Stimmung, auf den Club drauf an. Aber wenn jetzt gar keiner mehr kommen würde und die einfach sagen würde, wer bist du, was hast du hier gemacht, das wäre nicht gut. Wie ist das? Also als Zeremonienleiter bin ich ja auch meistens so vor, also nicht auch, sondern ich bin meistens vor 50 bis 150 Leuten präsent und die Stimmung ist jedes Mal anders oder manchmal sind die Leute begeistert, strahlen dich an und ich habe das Gefühl, nicht weil meine Rede besser oder schlechter wäre oder weil, wie ist es bei dir? Ja, das finde ich auch nach wie vor sehr schwierig, das irgendwie, wie soll ich sagen, zu evaluieren oder so. Ich mache das natürlich mit meinem Tourmanager, das ist immer gut, weil wir haben immer nach dem Debriefing, nach dem Auftritt. Das funktioniert eher gut oder meidest du Orte, wo das letzte Jahr keine gute Stimmung war? Wenn da keine gute Stimmung war, normalerweise, dann buchen sie mich auch nicht mehr. Ah, das ist gegenseitig. Das ist gegenseitig. Also es gibt jetzt zwar selten, also muss ich jetzt ja sagen, aber es gibt wirklich selten, dass ich jetzt denke, okay, die buchen mich jetzt nicht mehr, weil die Stimmung nicht gut war, dann sind es irgendwelche anderen Gründe, dass die sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht nicht so viel Geld ausgeben oder das passt nicht ins Konzept von der Musik oder so. Aber nee, also ich gehe überall hin, wo man mich will, weil ich sage mir, okay, derjenige, der mich bucht, der überlegt sich was dabei, der will mich ja aus irgendeinem Grund, dass ich da hinkomme. Aber es gibt tatsächlich und das ist mir auch bis heute ein Rätsel, es gibt Events, da können locker 2000 Leute da sein, alles gut, Bühne gut, alles Sound, alles passt, ich spiele mein Set mehr oder weniger wie immer, ich versuche natürlich ein bisschen anzupassen, was ich denke, was den Leuten da gefällt und ich habe das Gefühl, okay, aber da waren wir jetzt nie über 50% Energie und dann spiele ich exakt dasselbe Set, aber exakt dasselbe Set auf demselben Ton, mehr oder weniger, kleine Variation, aber mehr oder wirklich praktisch dasselbe Set. Am nächsten Abend, zum Beispiel in einer kleinen Location mit 700 Leuten und da ist von A bis Z Bombenstimmung und das ist dann immer dann Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht. die die ganzen Massen dann quasi anstecken, dass sie anfangen abzutanzen und die anderen folgen dann? Kann sein, kann sein, kann auch sein, dass die Leute aus, vielleicht kommen sie jetzt zum Beispiel in ein Event mit 2000 Leuten in einer Halle, kommen sie vielleicht gar nicht, weil sie den DJ hören wollen, weil sie Musik hören wollen, sondern sie gehen dahin, weil sie mit Kumpels etwas trinken wollen und da in dieser Halle ein bisschen feiern wollen, einfach so. Dann ist es denen mehr oder weniger egal, was der DJ auf der Bühne macht. Das gibt es wahrscheinlich auch. Das ist mir ein Rätsel, das habe ich auch noch nicht komplett herausgefunden. Lustig ist immer nur, wie ich gesagt habe, ich bin praktisch immer mit einem Tourmanager unterwegs und die kennen natürlich mein Set auch, die wissen auch, was ich mache und manchmal geht das sogar so weit, dass mein Tourmanager nach dem Auftritt zu mir sagt, heute hast du jetzt im Vergleich zu letzter Woche richtig gut gespielt. Dann sage ich ihm, ich zeige dir jetzt die beiden Playlists, weil das ist alles gespeichert auf meinem Stick. Und er hat die Reaktion des Publikums mit er hat das gesehen. Dann zeige ich ihm das und sage, siehst du einen Unterschied zwischen meinen Playlists von letzter Woche und von dieser Woche. Spannend, ja. Ich habe vielleicht drei Lieder gespielt, diese da und die habe ich da nicht gespielt oder umgekehrt auf zwei Stunden verteilt. Ja. Er sagte, nein, das kann nicht sein, du hast völlig anders gespielt, da war eine andere Energie, ich habe es gesehen, du hast ganz andere Lieder gespielt. Nein, 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 ich habe genau dieselben Lieder gespielt. Ja, interessant. Aber das ist die Energie, das ist der Raum, das sind die Leute, das ist vielleicht die Musikanlage, das hängt von so vielen Sachen ab. Bist du dann nervös noch, wenn du auf die Bühne gehst? Ja, ja, ja. Immer noch? Ja, ja. Ein Schauspieler hat mir mal gesagt, wenn man nicht mehr nervös ist, sollte man aufhören. Ja, ja, das sehe ich auch so. Ja. Ne, jetzt bin ich immer noch. Das hat, klar, es ist nicht mehr so wie ganz früher, ganz, ganz zu begonnen. Keine Versagensängste, aber eine Angestellte? Nein, Versagensängste nicht mehr. Das nicht mehr. Also ich gehe jetzt nicht dahin und denke so, oh mein Gott, heute kacke ich komplett ab oder so. Lass das nicht. Aber ich bin schon nervös, ja. Ja. Ich habe mir einen Tinnitus eingefangen. Man weiss nicht genau, was der Grund ist bei Tinnitus. Manchmal ist es eben, mir ist viel Lärm ausgesetzt oder kann Stress sein oder kann wahrscheinlich auch ziemlich keinen Grund haben. Und ich kann damit gut leben, es ist nicht so laut. Aber ich habe keine Stille mehr in meinem Leben. Und du hast mir das jetzt auch mal gesagt, dass du nach der Tour dann ein paar Wochen noch Hohrensausen hast manchmal. Hast du da keine Angst, dass sie mal bleibend bleibt oder so? Die Angst habe ich schon, aber die verdränge ich komplett. Könntest du mit Ohrenschutz arbeiten? Kannst du nicht gut? Sehr schwierig. Also ich trage ja keine konventionellen Kopfhörer, ich trage ja in-ear, weil ich die Maske aufsetze, da hat es keinen Platz für normale Kopfhörer. Dadurch, dass es in-ear sind, ist zum einen gut, weil ich bin abgeschirmt nach aussen. Das heisst, egal wie laut es im Club ist, bei meinen Ohren ist es so laut, wie ich mir die Kopfhörer einstelle. Aber es gibt halt, das passiert mir sehr oft, dass ich in der Hitze des Gefechts, weil ich ja wirklich live mixe und da wirklich arbeite, 90 Minuten hinter dem DJ-Pult und Leute animiere und so, dass ich den falschen Regler aufdrehe und dann erwische ich den für die Kopfhörer und dann habe ich mal einmal kurz irgendwie 120 Dezibel sofort in den Ohren. Und wenn ich nicht sofort reagiere und merke, okay, ich weiss dann auch nicht, was los ist im ersten Moment und das wieder runterdrehe, dann pfeift es schon. Das ist nicht gut. Also mir ist es so weit, wenn jemand einmal klatscht, zum Beispiel einen Soundtest macht, gerade neben meinem Ohr, nur einmal klatschen, dann halte es mir fünf Sekunden nach. Ja, das habe ich nach der Sommertour, habe ich das immer. Ja, und ich sehe einfach die Gefahr, im Moment kann ich gut damit leben, es ist nicht angenehm, man kann es einfach vergessen. Aber ich denke jetzt, wenn ich DJ wäre, ich hätte da grosse Angst irgendwie, weil das kann die Lebensqualität so dermaßen schmälern, also das kann sie wirklich vernichten, wenn du dann, nicht nur, dass du das Summen hörst oder so, es gibt, ich habe einen Bekannten, der wenn auf dem Spielplatz Kinder spielen, weit entfernt, dann sticht das in seine Ohren, Vögel, die Pfeifen, stechen in seinen Ohren und die Stimmen seien dann auch verzerrt dargestellt, hat mir die Hände auf meinen Kopf getan und gesagt, stelle vor, du hast immer das hier und reiten meinen Ohren und da habe ich gedacht, das ist schon die Hölle und es gibt ja Leute, die sich auch umbringen deswegen und ich denke, also anscheinend ist es jetzt 20 Jahre gut gegangen, ich würde dir auch nichts, ich würde dir auch nichts da, keine Angst machen, aber zur Vorsicht raten, sage ich mal, könntest du keine Kopfhörer, weisst du so, Kopfschutz drüber tragen? Oder ist der Aussenlärm gar nicht so gross? Der Aussenlärm ist nicht das Problem, nicht unbedingt. Es ist einfach, wenn du aus Versehen selber bei dir zu viel hast bist. Ja und natürlich, Stimmung, diese Musik muss man zwangsläufig laut konsumieren, Elektro, Haus, EDM funktioniert nicht, wenn man das unter einem bestimmten Pegel, das funktioniert nicht, das heisst, automatisch, ich muss das mitfühlen, ich kann nicht, ich bewundere die DJs, es gibt DJs, die können einfach ihre Kopfhörer ganz leise einstellen, die haben abgeschirmte Kopfhörer und können dann trotzdem Party machen, ich kann das nicht, ich muss die Musik fühlen, ich muss die Musik fühlen, sonst stehe ich einfach steif da und mache gar nichts. Fühlen heisst 25 Dezibel Musik. Fühlen heisst wahrscheinlich über 100 Dezibel. Und das ist schon das Problem, dann ist man noch ein bisschen betrunken, dann ist noch das, dann ist noch das, dann stehen da noch die Fans rum, die wollen auch Stimmung, das heisst, ich habe ja mein Monitoring, das heisst, ich habe Lautsprecher direkt neben mir normalerweise stehen und die regle ich ja selber. Die kann ich natürlich komplett auf null drehen, dann ist es bei mir relativ entspannt, aber dann kommt keine Stimmung auf. Jetzt habe ich noch Leute, die da rumstehen, die wollen tanzen. Anstecken, wenn du nicht selber angesteckt bist eigentlich. Genau, und dann fängt man irgendwie mit auf einer bestimmten Lautstärke an und nach einer Stunde hört man das ja nicht mehr. Dann macht er das Gehör automatisch, fährt runter. Das heisst, es schützt sich eigentlich selber, aber dann macht man automatisch noch lauter, weil ich dann plötzlich denke, Moment, ich höre von den Monitoren gar nichts mehr, macht noch lauter. Und dann bin ich wieder beim Tourmanager, sehr wichtig, der kloppt mir dann auf die Schulter und sagt irgendwann, stopp, du bist viel zu laut, hier. Was die Leute vorne hören, ist mir egal, dafür ist der Klub verantwortlich. Für mich selber, das Monitoring und die Kopfhörer. Dann bahnt dich dein Manager und sagt, pass auf, ist laut. Ja, weil der natürlich auch neben mir steht und der hört das ohne Ohrenschutz und seine Ohren sind viel besser als meine und der sagt irgendwann, stopp, das geht nicht mehr, das ist abartig laut. Also es passiert mir schon relativ oft, jetzt je längere mehr denke ich so, okay, mitten im Set, Moment, 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 wo ist alles? Es ist zu laut und dann fahre ich alles wieder runter. Den Gedanken habe ich schon, aber es gibt es halt auch wieder mal hin und wieder, dass ich denke, okay, alles geil, alles cool, cooler Sound, aufdrehen. Aber ich merke, du lebst das, du bist nicht einfach Businessman, du findest das richtig geil, was du machst. Ja, muss ich ja. Ja, nicht unbedingt. Ich denke, ich weiß nicht, ob DJ Ötzi richtig geil findet, was er macht. Also, sorry, DJ Ötzi. Weißt du schon? Ja, muss man. Behaupte ich, jeder, der auf die Bühne geht, muss, der sich vor Menschen hinstellt, muss irgendwie Spass an dem haben. Klar, kann man sagen, okay, da spielt noch irgendwie Business mit. Klar, das ist logisch. Gibt es auch, kann sein, also bei mir ist es ganz selten, dass ich während dem Auftritt irgendwie an Geld denke oder so, ganz selten. Wenn es ganz scheisse ist, denkst du wenigstens habe ich so 1.000 verdienten. Genau. Nee, wenn ich so denke, okay, das Lied hat jetzt überhaupt nicht funktioniert, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes? Nee, dann komme ich ja schon ins Grübeln wegen der Musik. Aber nee, das ist nicht, also das passiert wirklich ganz, ganz selten. Also auch nicht vor dem oder nach dem Auftritt, dass ich denke, oh mein Gott, ich gehe jetzt da hoch und uhu, ich verdiene jetzt Kohle oder so. Nein, das ist nicht so. Gibt es wahrscheinlich auch DJs, die das machen, aber wahrscheinlich sehr, sehr wenig und auch sonst Künstlersänger oder so. Das unterstellt man denen halt, aber das glaube ich nicht. Ich denke, dass auch sehr viele Künstler, das ist glaube ich auch ein Klischee fast, dass sehr viele Künstler sich einfach nicht gut vermarkten können selber. Sie brauchen ein Management, weil sie sind kreative Köpfe, freie Denker. Genau. Und ich denke, im Businessleben ist es ja auch so, so ein Steve Jobs oder Elon Musk, das sind ja die ganz grossen Ausnahmen, die dann auch entsprechend Erfolg haben, die wirklich diese kreativen Köpfe sind, diese Startup-Mentalität haben. Eigentlich sage ich jetzt mal, jetzt nicht unbedingt, also eher links sind vom Denken, nicht Strukturen verteidigen, sondern wirklich Neues entdecken wollen, oder? Wer denn das halt als Management dann eher konservativ ist, strukturiert, eben Buchhalter und das sind dann halt wie Gegensätze und die richtig grossen Unternehmer, glaube ich, die kriegen es wirklich hin, beide Welten zu leben, die eigentlich einerseits die Produkte gerne entwickeln, aber eben auch dann die Strategie der Firma interessant finden und auch die Zahlen analysieren und dann auch gerne mit dem Marketing oder mit den Sales reden, wie man die Umsätze maximieren kann und trotzdem noch voll aufblühen, wenn sie ein neues Produkt entwickeln, zum Beispiel bei Elon Musk oder Steve Jobs. Und ich glaube, das sind die raren Ausnahmen, die dann vielleicht auch richtig, richtig Erfolg haben. Also wirklich den Markt prägen, sage ich mal. Denkst du das auch, dass es so ist? Denke ich auch und ich denke auch, dass es davon nicht wahnsinnig viele gibt auf der Welt. Ich hatte gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem Kumpel-DJ über Autos und dann hat er irgendwie sich lustig gemacht über Tesla. Dann habe ich gesagt, das wäre doch auch ein Auto für dich. Der fährt seit Jahrzehnten Mercedes und dann habe ich gesagt, ja Tesla wäre was für dich. Dann sagt er, nee, aber mir ist der Chef da unsympathisch. Dann habe ich gesagt, ja okay, kann ich vielleicht ein bisschen verstehen, aber da habe ich gesagt, aber findest du den Chef von Mercedes sympathisch? Und da ist das Problem. Bei diesen Managern, bei den meisten Managern, die sind zwar wahrscheinlich strategisch clever, sonst wären sie wahrscheinlich nicht an diesem Job, aber die sind, ich sage jetzt mal, von Innovationen her, vom Auftreten auf einer Bühne, von Euphorie für ihr Produkt, ist da auch nicht viel. Für mich, das ist, also im Alltag, sage ich mal, wenn man mit normalen, normalen, mit durchschnittlichen Menschen spricht, dann machen sie keinen grossen Unterschied zwischen Manager und Unternehmer. Aber für mich sind das zwei total verschiedene Welten. Ich war immer ein miserabler Manager. Also ich habe nicht gern Leute geführt, ich war, ich habe immer gesagt, ich sei zu nett. Bis ich gemerkt habe, zu nett gibt es eigentlich nicht, also bin ich nur zu doof. Weißt du, dass man dir auf der Nase rumtanzt und du denkst, ja, ich habe da Videotheken oder was auch immer. Ich zahle eh schlechte Löhne, ich kann für die Mitarbeiter nicht zu viel verlangen und wenn sie mal ein bisschen zu spät kommen oder den Abfall nicht wegräumen, dann sage ich das ganz nett und so. Und ich war immer ein schlechter Chef, nicht weil ich eben, also nicht weil ich gemein war, sondern weil ich eben zu lieb oder eben zu doof war. Und was ich aber immer geliebt habe, ist das andere, das Business zu entwickeln, ein neues Geschäft zu starten und das jetzt auch mit den Immobilien. Ich liebe es jetzt, das Ganze wachsen zu sehen, aber ich weiss genau, sobald das irgendwie ein bisschen stagniert und es darum geht, vor allem Leute einzustellen, einen Businessplan zu machen, das wird mich sofort wieder langweilen. Bei den Zeremonien lief es auch ein bisschen so. Ich habe das geliebt, als ich gestartet habe, als ich das erste Mal Reden geschrieben habe und versucht habe, den Nerv zu treffen und so weiter. Und mich langweilt es sehr schnell wieder. Also jetzt mache ich nur noch wenige Hochzeiten, damit mir die Freude erhalten bleibt. Und ich merke einfach, dieser Unterschied von Manager sein, etwas zu verwalten, das mir leider total abgeht. Ich denke, ich hätte wahrscheinlich sehr viel mehr Erfolg in meinem Leben gehabt, wenn ich zum Beispiel, stick to an idea, wenn ich an etwas festgehalten hätte. Weisst du, ich habe ja schon viele Dinge gemacht, die ein bisschen funktioniert haben und dann hat es mich gelangweilt und ich habe dann schon angefangen, wieder etwas Neues zu entwickeln, statt mich im Kerngebiet zu festigen. Und ich merke, dass ich ganz fest dieser Unternehmertyp bin und das zu einem Grad, dass es mir eben am Schluss eben nicht mehr hilft, weil der Unternehmer selber, der lässt wachsen, der lässt Ideen reifen, der probiert Dinge aus, aber sobald es darum geht, Struktur zu finden, da bin ich immer ein ziemlicher Versager gewesen. Und ich glaube, bei dir kommt das wahrscheinlich ein bisschen weniger zum Tragen, weil du da ein gutes Management um dich herum hast, die diese Arbeit übernimmt und ich habe es noch nie geschafft, um mich herum ein Umfeld zu kreieren, wo mir jemand diese Arbeit abnimmt. Ja, also es geht mir eigentlich genau gleich. Ich wäre auch ohne mein Management jetzt wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht da, wo ich jetzt bin, finanziell als Marke, als Brand im Markt überhaupt, weil ich bin, wie gesagt, ich kann, was ich kann, denke ich, kann ich gut, mache ich solide, das, was ich kann, aber das ist, Musik produzieren, auf die Bühne gehen, den Leuten die Musik vermitteln und da irgendwie einen positiven Eindruck zu hinterlassen, okay, das ist, was ich mache. Alles drumherum, vorher, nachher verhandeln, organisieren, über Geld sprechen, abrechnen, überlegen, in fünf Monaten muss das passieren, damit dann das passiert, dann muss das, das ist nichts für mich. Ich habe das jetzt ein bisschen gelernt, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, okay, heute erscheint mir das nicht so sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Interview gebe für dieses Portal, ich spreche jetzt nicht von jetzt, sondern wegen dem Magazin, aber ich weiss, wenn ich das mache, kommt in einem Monat jemand anders, weil der das gelesen hat und so und so und so, das ist so strategisches Denken. Genau, das habe ich jetzt ein bisschen gelernt, das hatte ich früher überhaupt gar nicht, da habe ich wirklich einfach nur jeden Tag gedacht, okay, was mache ich heute, ich glaube, das wäre eine gute Idee, habe das gemacht und Schluss aus. Das habe ich jetzt ein bisschen gelernt, aber das ist wirklich Job von einem Management und da bin ich froh, dass ich die habe, die machen das für mich und aber… Sie haben noch andere Leute unter Vertrag, nicht nur dich. Die haben auch noch andere Leute unter Vertrag, jetzt nicht so, die Verträge sind ein bisschen unterschiedlich, soweit ich das weiss, ich kenne auch nicht alle Verträge, das ist auch nicht meine Firma, ich bin ja da nur in dem Sinne angestellt oder die machen eine Dienstleistung für mich. Aber wir haben ein bisschen natürlich ein engeres Verhältnis, weil wir jetzt seit zehn Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, klar, wir sind auch Freunde und so, das ist alles ein bisschen anders, wir gehen mehrmals pro Woche zusammen essen und so, das ist alles schon sehr eng, aber wenn die andere DJs und andere Künstler unter Vertrag haben, dann mische ich mich da nicht ein, ich sage einfach, solange es für mich stimmt, ist das gut. Kann das dir helfen, wenn andere Künstler auch unter Vertrag sind, dass unsere Pakete schnürt und so weiter? Ja, ja, natürlich, natürlich und das ist ja auch wiederum das Denken vom Manager, das wäre jetzt mir schon wieder viel zu kompliziert, dass ich mir überlege, okay, der und der, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann passiert das und dann kommt der und der. Aber der macht dasselbe, genau. Und der macht das, der verknüpft das natürlich. Der geht auch die Leiter hoch, der hat auch das Problem, wenn er beginnt, dass er niemanden hat und ein einziger will nicht wechseln, weil er sagt, du weißt, 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 ist das auch so, und vor allem längerfristig planen, weil für mich ist die Planung klar, ich überlege mir, okay, was ist die nächste Single, die kommt dann vielleicht in zwei Monaten und dann im Sommer kommt vielleicht noch eine Single und dann überlege ich mir die nächsten zwei, drei Shows, was spiele ich da und bereite mein Set vor, aber das ist alles sehr kurzfristig und als Manager musst du natürlich schon weiter vorausdenken, musst du dir überlegen, okay, wo steht die Marke in einem Jahr, habe ich jetzt schon Kunden, die für 2020 zum Beispiel grosse Events planen, rufe ich da mal an, mache ich mal was, das wäre mir alles viel zu kompliziert, also das könnte ich nie selber machen, ich will es auch gar nicht selber machen, ich will mich jetzt im Studio auf den Song konzentrieren und sagen, okay, in einer Woche ist der Song fertig und das wird eine coole Nummer und in zwei Wochen spiele ich den im Club und dann schaue ich, wie die Leute reagieren, das ist mein Biss. Du machst ja auch Kooperationen mit anderen Musikern, denke ich, oder? Du bist ja nicht nur immer alleine unterwegs, du hast Sängerinnen, du hast, wirst du da auch strategisch oder machst du da wirklich nur das, was du machen willst? Oder denkst du, ja, der andere hat auch schöne Reichweite, ein ähnliches Zielpublikum, da versuche ich jetzt neue Märkte zu schliessen mit einer Kooperation. Weil ich habe das mal von Eros Ramazzotti gelesen vor 20 Jahren, der hat da sehr, sehr geschäftsmännisch eigentlich gesagt, ja, ein Duett mit, war es Tina Turner? Tina Turner, ja, ja. Genau, ja, das macht strategisch Sinn, weil wir uns gegenseitig gut ergänzen, und er hat nicht gesagt, ich will mit dir singen, weil sie eine tolle Stimme hat. Ja, ja, das ist halt Marketing. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber komm, es fliessen solche Dinge, bei dir, würdest du zum Beispiel deinem Musiker nichts machen, weil er völlig deinem Image schaden würde, obwohl du ihn eigentlich gut fändest? Ähm, gibt es sehr wenige, muss ich auch sagen. Hast du gar kein Interesse daran? Ne, ich meine, da habe ich natürlich Interesse daran, aber gibt es sehr wenige. Ich meine, heutzutage im Pop gibt es ja fast nichts, was nicht erlaubt ist. Also klar, natürlich, wenn jetzt jemand auffallen würde, sind wir wieder beim Hate Speech oder so, wenn jemand komplett in den Medien unten durch ist, weil er irgendwie ganz komische Texte macht oder so. Aber nicht mal dann. Ich meine, schau mal, die ganzen Deutschrapper zum Beispiel, das ist ja momentan in Deutschland und Österreich und auch in der Schweiz, aber vor allem in Deutschland und Österreich dominieren die den Markt, aber sowas von, da können wir alle, wir DJs können einpacken. Also die sind wirklich, das sind Faktor 10, wie die unterwegs sind. Also mit dem Bushido, das würde dir nicht schaden wahrscheinlich. Also das willst du nicht, das ist deine Zielgruppe, aber es... Müsste ich mir jetzt überlegen, müsste ich mir mal anschauen, was schreibt er jetzt, was er früher gemacht hat, ist mir völlig egal. Klar, wenn ich... Mich würde der Song interessieren. Mich würde der Song interessieren, klar. Wenn der mit mir einen Song macht und da Sätze drin hat, wo ich finde, okay, nein, das geht gar nicht, dann würde ich mir das überlegen. Ach so, was ist mit dem Hip-Hop oder so? Bin ich jetzt dran, ein paar Sachen vorzuproduzieren, ich bin auch im Gespräch mit einigen Rappern, ist nochmal eine ganz andere, sparte Mensch. Sparte Mensch, ja. Ich meine, Sänger an sich sind Sänger, es gibt Künstler, dann gibt es Sänger und dann gibt es Rapper und dann gibt es noch DJs. Da gibt es immer so Schnittmengen, klar, aber die funktionieren alle. Was sind die verrücktesten von allen? Die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die sind schon sehr eigen, sagen wir es mal so. Es ist nicht beleid, wenn Sie das hören. Nein, eigen meine ich mit, das sind halt Künstler, das sind halt wirklich Künstler. Sänger, Sängerinnen sind auch Künstler, da gibt es halt auch die, die und die, da gibt es die einen, die sehen das wirklich als Job, den könnte ich jetzt heute Nacht anrufen oder eine SMS schreiben und sagen, ich brauche in 24 Stunden eine Gesangslinie, die geht so, ich singe dir eine Demo und in 24 Stunden bekomme ich das von dem geliefert. Fixfertiges Pfeil, kann das verwenden, gibt es. Super, ich liebe diese Menschen, zum Arbeiten ist das super. Wie kreativ die sind, keine Ahnung, für die ist das ein Auftrag. Dann gibt es die anderen, denen sagst du, hey, ich habe eine Idee für einen Song und die sagen, hey, ich habe super, ich singe was drauf und dann kommt drei Monate gar nichts und dann kommt nochmal nichts und dann kommt wieder nichts und dann fragst du nochmal an und schlussendlich kommt dann aber was und du findest so, wow, das ist wirklich gut. Und das doch mischt sich dann auch, das heisst, du weißt einerseits, wenn du jetzt mit einem Hip-Hopper zusammenarbeitest, da ist eine Freude für dich, mal etwas Neues auszuprobieren, zu einer Seite und dann aber auch, das siehst du auch, ja, da kann ich eigentlich mein Portfolio erweitern und vielleicht neue Leute ansprechen, einen Versuchsballon starten, also da geht eigentlich auch persönliches Interesse und Business ineinander über, ein Stück weit. Ja, natürlich. Ich meine, ich mache kommerzielle Musik, war schon immer mein Ding, ich mache die Musik nicht primär, weil ich sie dann selber zu Hause hören will, das gibt vielleicht Musiker, die das machen, die nur für sich spielen, aber ich finde, jeder Musiker, der Musik macht und die auf eine CD presst oder ins Internet stellt oder auf YouTube Musikklick macht, will ja Feedback von den Leuten da draussen, das heisst, der macht die Musik nicht für sich selber, das ist alles so bla bla, wenn ein Künstler sagt, es muss mir gefallen, bla bla bla. Das sind die Frauen, die sagen, ich schmink mich für mich selber. Genau, genau, das ist genau dasselbe, aber dann mach es zu Hause, stell dich vor den Spiegel und schau dich drei Stunden an, ist okay, aber dann mach es nicht, wenn du im Mikro einkaufen gehst. Das ist dasselbe, wenn ein Musiker sagt, die Musik muss zuerst mal mir gefallen und dann, wenn dann sonst noch jemand das gut findet, ist okay. Schriftsteller sagen das auch oft. Ja, das ist alles gelogen, das ist alles Bullshit. Dann soll es, wenn es nur dir gefallen muss, dann kannst du das bei dir zu Hause anhören. Das ist bald, das ist sicher über 20 Jahre her, da war DJ Bobo am Aufsteigen, noch nicht ganz gross, aber schon gross genug, also schon ein paar Hits geschrieben und da wurde er interviewt, ich habe gesagt, er war von einer lokalen Zeitung und da war glaube ich in Kreuzlingen früher oder so und dann hat der Journalist hat ihn so ziemlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, schräg angefahren, hat gesagt, ja, aber bist du nicht ein bisschen unterfordert, mit dieser doch eher einfachen Musik und mit diesem eintönigen Refres, mit dem, weiss ich was, ist das für dich nicht eine, ist das für dich überhaupt spannend, möchtest du nicht etwas so ein bisschen mehr, mehr, wie sagt man, mehr E als U machen, ernsthafte Musik statt diese Unterhaltensmusik und da, DJ Bobo kam ja, ich kenne ihn ja nicht, aber ich fand ihn in Interviews und so bei Stefan Raab und so war, ich fand ihn immer extrem sympathisch, völlig geerdet und so und dann hat er gesagt, schriebe mal einen Hit, schriebe mal einen Hit, wenn es so einfach ist, schriebe mal einen Hit und dann ist, das hat mir super gefallen, ich denke, Hits zu schreiben ist das allerschwerste überhaupt, es ist also, das ist super schwierig, es ist viel einfacher, sich einfach zu entfalten und sein Ding zu machen, es ist ja, es ist ja zu viele, als wirklich Menschen zu bewegen und man sieht ja auch in Amerika zum Beispiel diesen Fernsehserien, so Game of Thrones oder Breaking Bad oder das ist, diese grosse Kunst, das ist ja Shakespeare oder Shakespeare selber ja auch, das ist hohe Kunst und es ist hoch unterhaltsam und diese Mischung zu finden zwischen Kommerz, dass das, die Amerikaner haben ja nie das Problem gehabt, das zu durchmischen, aber wir haben immer gedacht, es gibt anspruchsvolle Autoren und es gibt Unterhaltungsliteratur, es gibt anspruchsvolle Musik und es gibt diese Popper, Popmusiker und das hat mir an DJ Popper so super gefallen, dass er da noch mal ein bisschen die Nerven verloren hat, sage ich mal, also ich habe es nur schriftlich gelesen, aber richtig gemerkt, schrieb mal einen Hit, schreibe mal, da habe ich gefunden, ja, das ist eine gute Antwort, weil Hit zu schreiben, wird wahrscheinlich, das ist das Schwerste überhaupt, sonst wird es ja jeder machen, obwohl es ja dann zum Teil, I'm a Barbie girl in a Barbie world, das tönt plump, aber es ist im Ohr und man hat es nicht vergessen und, ja, alles richtig gemacht, übrigens, ich habe eine südafrikanische Band entdeckt, die hieß, wie heisst die, The Method, nein, wie heissen die, ich kann leider, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich wollte deine Meinung darüber wissen, leider können wir nichts spielen, sonst werden wir geblockt, aber, wie heissen die, das sind so zwei südafrikaner, eine blonde sexy Frau, mit so schräger Frisur und der andere Typ auch, hast du die gefunden, kennst du die gar nicht? Die Antwort. Die Antwort, genau, das ist glaube ich so, wie in Südafrika, so dieses Flämische, was ist das? Ah, die haben doch in dem Film Chappie mitgespielt, kennst du das? du weisst das, genau, die haben es auch produziert, ja, und das habe ich gedacht, dass du das gehört hast, das ist nicht mein Geschmack, aber ich habe gedacht, die machen auch ein Brand Building der ganz besonderen Sorte, recht morbid und mit Gewalt und Leichen. Ich kenne die überhaupt nicht, ich kenne die nur aus dem Film, ich habe gar nicht gewusst, dass es die wirklich gibt, also, ich habe das dann nachher recherchiert. Ein Bildgross macht das zweite von links oben, sie ist eigentlich, ich finde sie attraktiv, aber sie gibt sich halt völlig, sie ist völlig schlank, trainiert und blond und alles, aber sie geht halt, das ist ein schlechtes Bild, das finden wir noch ein besseres, genau, siehst du? Und wenn man die Musik hört, es ist, es erinnert mich eher so an Prodigy, kennst du das, Industrial Sachen, aber die Musik selber ist sehr, sehr, sehr tanzbar, würde ich sagen, eben, also Sandro, du findest es ganz beschissen. Ja, aber das ist jetzt bei uns, bei uns überhaupt nicht angekommen. Aber wenn du auf YouTube gehst, wir können es nicht abspielen, aber die haben, die haben Zahlen, Zugriffszahlen, die sind unglaublich. Ja. Okay, also du sagst, bei uns sind die keine Nummer, die sind in Südafrika wahrscheinlich eine große, ja, ich war fasziniert von denen, also nicht, weil mir die Musik so gefällt, aber ich dachte, das ist wieder mal was Eigenständiges. Wie damals das Prodigy rauskam, da dachte man doch auch, das ist mal was Neues, dieser Typ mit dieser Frisur, ja, aber ich habe gedacht, könntest du mir was Spannendes erzählen von denen, aber... Nein, die kenne ich überhaupt nicht, also kenne ich nur aus dem Film. Genau, aber du bist immer noch bereit, deinen Horizont zu erweitern und neue Dinge auszuprobieren und wir werden also nächstes Jahr etwas mit deinem Hip-Hopper zusammenhören von dir. Sobald der Hip-Hopper sich wieder bei mir meldet oder die Hip-Hopper wieder, ich warte wirklich noch auf... Der Antwort ist für besondere Leute. Ja, genau. Ich denke, da kommt was Gutes, aber ich habe auch gemerkt, so eines meiner Lebensprinzip, wie heisst das so schön, jetzt muss ich aufpassen, Sog statt Druck. Sog statt Druck, das ist eine schöne Idee. Das heisst, du lässt es einfach einmal ein bisschen vor sich hin köcheln und schaust, was passiert. Irgendwann ziehe ich das dann an und dann kommt das zu mir und ich wende jetzt keinen Druck an, eigentlich bei gar nichts. Das gefällt mir super, dieser Satz. Weisst du warum? Sag es mir. Wenn ich Werbetexte, mein ganzes Businesses, die drehen sich eigentlich immer ums Werbetexten. Ich mache das nicht für andere, sondern für mich selber, für meine Immobilienfirma und so und da ist es genau dasselbe. Ich erzwinge nichts, ich schreibe etwas und dann lasse ich es manchmal Tage oder Wochen liegen. Ich könnte jetzt ganz fleissig sein und acht Stunden Werbetexten, aber ich mache einen Entwurf und dann lasse ich es einfach eine Woche oder zwei liegen und plötzlich merke ich, nein, das ist nicht gut, das ist gut und ich lasse eigentlich auch, nicht jetzt mit anderen Menschen, aber ich lasse quasi auch den Sog wirken. Ich zwinge mich nicht dazu, produktiv zu sein, sondern ich lasse das vor sich hin köcheln und zum Beispiel steuerfee.ch, wo ich ja Buchhaltungs- und so vermittle, da bin ich an einem Morgen aufgestanden, hatte einen Namen erfunden und hat innerhalb von fünfeinhalb Stunden, die sieht man jetzt noch, steuerfee.ch, da habe ich aus nostalgischen Gründen nicht eine Spur angepasst, obwohl sie große Schwächen hat. aber die Geschichte ist vielleicht noch interessant, das noch zu erwähnen. Ich habe eine Treuhänderin, die hat jetzt gejobbt, der war langsam am Ende, also die Firma muss schliessen und sie war ein bisschen traurig und da habe ich gesagt, was ist los? Und da sagte sie eben, sie ist allein, sie ist die Mutter, braucht Geld und so. Da habe ich gedacht, komm, ich mache dasselbe, was ich für andere Firmen schon gemacht habe und mache diese Steuerfee. und da habe ich gedacht, da bin ich am Morgen aufgestanden und habe dann zuerst Geldfee gesucht, der war schon besetzt, Steuerfee ist frei, Domain reserviert und dann habe ich da angefangen Werbe zu texten, habe auf mich selber geschaut, was möchte ich einem Treuhänder haben und ich habe an keinen Unternehmer gedacht, das sind meistens Chaoten, eben diese kreativen Chaoten halt, die Unternehmer meistens sind und da bin ich da von meinem Haus hier ins Studio rübergegangen und beim Rübergehen habe ich gedacht, was ich sagen will und da bin ich an dieser Wand gestanden und habe gesagt, also es ist überlang, aber ich sage, weisst du warum, die meisten Treuhänder zwischen 150 und 250 Franken kosten die Stunde? Ganz einfach, weil sie ja Geld wert sind. Die Frage ist nur, brauchst du einen Ferrari, um an den Arbeitsplatz zu fahren oder genügt es nicht? Oder brauchst du einen Treuhänder, der weiss, wie man im Ausland die Filialen eröffnet, Konsortien bildet oder möchtest du nicht einfach jemanden haben, wo du all deine Rechnungen und Quittungen in einer Schuhschachtel abgeben kannst und dann eine unserer Steuerfahnen diese Schuhschachtel in eine unterschriftsbereite Steuererklärung verwandelt. Das habe ich ein bisschen überlang so produziert und dann hingesetzt, dann habe ich die YouTube-Kampagne gemacht und habe die Facebook-Kampagne gemacht und ich habe 65 Franken investiert und nach 52 Stunden leider erst hatte ich die ersten zwei Aufträgen mit 4000 Franken Umsatz und das kann ich sagen, das war ein Start-up mit 65 Franken und das war genau dasselbe, ich habe die Idee, ich habe die Idee gehabt, dass man das machen soll, habe darüber geschlafen und dann an einem Morgen bin ich aufgestanden und das einen Kuss alles gemacht und die Seite habe ich immer noch so oben gelassen und darum gefällt mir das Sog statt Druck, das ist etwas, das mir, ich habe immer Sachen, die am Köcheln sind und ich bin ein fauler Hund, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Fleiss belohnt wird im Leben, es ist Fleiss belohnt, wenn sie gut kanalisiert ist, aber man kann nicht einfach das erzwingen und sagen, ja ich muss jetzt etwas machen, ich muss jetzt etwas machen und darum habe ich dann Tage vor, wo ich einfach noch Netflix schaue und Ideen wachsen lasse, ich hätte noch andere Beispiele, aber das ist jetzt tief in meinen Kopf verankert, woher hast du den Satz? Ich weiss es nicht, den habe ich vor, ich habe mal vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren habe ich viele Hörbücher aufgenommen, aufgenommen, ja aufgenommen, bei mir, also das waren, du hast ein eigenes Studio gehabt, ich habe ein eigenes Studio und ich musste das irgendwie am Leben erhalten, natürlich, nebenbei Musik produziert, aber von der Musik konnte ich nicht leben und dann habe ich mit einem grossen Hörbuch, Produzenten, Verlag zusammengearbeitet, das war eine gute Zusammenarbeit, der hat sehr viele Hörbücher zum Thema Erfolg im Leben, Live Coaching, Live Coaching, Verkauf, bla bla bla, alles Mögliche und dann sind die Sprecher zu mir gekommen, alles professionelle Schauspieler, deutsche Schauspieler, Synchronsprecher und solche Sachen und die haben dann diese Hörbücher aufgenommen und ich würde behaupten, das war da dabei, da waren sonst noch ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei, die mir auch, denke ich, auch wirklich geholfen haben, zum Beispiel? dieser Satz war da dabei, ja jetzt so spontan, ja der Klassiker aus dem Live Coaching Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N 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 Ja, das ist old cool, aber finde ich absolut wahr und das ist auch, was ich jedem sage, wenn mich jemand fragt, ja wie komme ich da hin, wie komme ich da hin, dann sage ich einfach T-U-N Trial and Error Ja, und vor allem T-U-N etwas T-U-N Kennst du? Zu Hause auf dem Sofa liegen und einfach denken, oh, der David Guetta ist so cool, oh, der spielt bei Tomorrow und ich will auch, das bringt nichts. Kannst du mal googeln nach, wie heisst der Tänisspieler, der zweite Schweizer? Äh, Wawrinka Genau, Kannst du mal Wawrinka Tattoo googeln? Der hat ein ganz tolles Tattoo. Jetzt bin ich gespannt. Und es passt so zu ihm, weil der war ja, ja genau, der ist ja sehr erfolgreich, aber halt immer im Schatten von Federer, Genau. Und vielleicht können wir das mal schauen, das ist ein Zitat von, ich weiss, wie der Autor heisst, aber es heisst, Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Scheitere besser, oder? Ich habe es versucht, immer wieder, bin gescheitert, macht nichts, versuch es, versuch es, versuch es, versuch es wieder, scheitere wieder, scheitere besser. Und das finde ich einen ganz tollen Satz. Ja, das ist ja genau dasselbe wie, das was du eigentlich gesagt hast vorher, oder, ja, tun, aber auch, Erfolg ist nichts anderes, als einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Das ist auch so, auch so, auch so ein klassischer Satz. Genau, die Schande ist nicht, die Schande ist nicht, niedergeschlagen zu werden, sondern liegen zu bleiben, Das sind alles so Dinge, das ist alles, klingt alles so einfach und so, ja, ja, bla, bla, aber es muss wachsen und reifen im Kopf, man muss wachsen und leben. Man kommt, also das bei mir war das so, ich komme, dann kommst du plötzlich in Situationen, wo du plötzlich wieder dieses Ding, das im Kopf hast, oder du merkst, hey, das passt jetzt genau, das passt jetzt genau, und das gibt mir den nötigen, die letzten 10% Antrieb, um jetzt irgendein Projekt zu machen, oder so, weil es einfach stimmt. Genau, vor 20, 25 Jahren gab es einen Bestseller, das hat einen relativ doofen Titel, aber war sehr, sehr erfolgreich, also der Titel ist gut, aber er tönt so, ein bisschen so billig, in sieben Jahren, die erste Million, oder zur ersten Million von Bodo Schäfer, und der hat da was gesagt, das habe ich Hammer gefunden. Ich glaube, das habe ich auch aufgenommen, audio-mässig, ja. Also der eine, hat er gesagt, stell dir vor, du hast einen Milliardär als Investor, einen kleinen Milliardär als Investor, der jede Minute deines Lebens auf deiner Schulter steht. Der würde zwar nicht Freude haben, wenn du Netflix schaust, aber der bessere Satz, der mir besser gefallen hat, das ist, und der ist wirklich geblieben, der hat gesagt, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Wenn dich jemand bescheisst, oder dein Chef, der zu wenig Lohn zahlt, und du gibst dem Betrüger, oder dem Chef die Schuld, dass er dich betrogen hat, oder nicht mehr Lohn zahlt, dann hast du ihm die Macht über dein Leben gegeben. Wenn du dir aber selber die Schuld gibst, dass du dich hast betrügen lassen, dass du nicht mehr Lohn einforderst, oder nicht den Job wechselst, dann hast du auch die Macht über dein Leben. Und das finde ich auch eine, wie du gesagt hast, man muss das sinken lassen, weil es läuchtet sofort ein, und man sagt, ja, ja, ja. Aber wie es wirklich verinnerlicht ist, dass man eigentlich für alles, was einem Widriges widerfährt, gibt sicher Ausnahmen, weil wenn es ein Erdbeben gibt, hat man einfach Pech gehabt. Aber für ganz viele Dinge könnte man einfach das Pech sagen, kann man sagen, dieses Arschloch hat mich betrogen, oder das war ungerecht, aber man hat sich auch betrügen lassen, und man kann sich dann fragen, was kann ich ändern, und dann ist man in dieser mächtigen Position, weil die Menschen, die ändern sich nicht, aber man selber kann sich ändern. Und das sind solche Dinge, die mir auch tief, tief drin geblieben sind. Aber das muss man alles zuerst mal verstehen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, alles so, das sagt er schon 300 Jahre alt, das Sprichwort oder so, dann denkt jeder, ja, ja, habe ich auch schon 100 Mal gehört, aber es ist einfach so. Es ist so, und ich finde auch, das finde ich auch ein ganz, ganz grosses Übel, und ich finde, das ist wahrscheinlich mit eines, einer der Hauptursachen, die viel Erfolg, wie soll ich sagen, verhindert, ist, dass man anderen Leuten die Schuld gibt, für seinen eigenen Misserfolg. Das ist immer so, da hört man, ja, die sind schuld, der böse Boss, der böse das, der böse das, der, oh, hätte der mal nicht, mein Kumpel hat mich verarscht, genau, was du gesagt hast und so. Und vielleicht ist der Chef ein Arsch, vielleicht der Betrüger ist ein Arsch. Ja, natürlich, aber du hast ja in der Hand, du hast ja in der Hand, das zu ändern, du musst es ändern. Und du kannst nicht einfach jeden Abend nach Hause kommen und sagen, oh mein Gott, mein Chef ist so ein Arsch, dann sage ich jedem, hey, künde da und such dir einen neuen Job. Und wenn dann kommt, nein, ich kann ja nicht, dann ist der Leidensdruck nicht gross genug. Das ist ganz einfach. Pleasure or pain. Genau, das sage ich jeweils auch, also früher, als ich noch jung war, hatte ich diese, immer diese unglücklich verliebten Frauen, um die 20 hat das, glaube ich, jede Frau macht das mal durch, dass sie sich einfach das Arschloch auswählt, in das sie unglücklich verliebt ist. Und da kann man ja noch so viel Vernünftiges sagen, der Leidensdruck muss einfach wachsen. Und bei Frauen manchmal, die haben eine extreme Leidensfähigkeit, die leiden dann über Jahre, die leiden Jahre, weil sie sich demütigen und ich habe dann auch gemerkt, du musst gar nicht coachen, du musst gar nichts erklären. Die müssen einfach genug leiden. Und wenn du sie tröstest und so, dann nimmst du nur Leidensdruck weg. Sie sollen lieber in der Hölle rotten, bis sie selber merken, ich muss hier raus. Das bringt gar nichts. Da staune ich auch immer wieder. Frauen sind da noch ein bisschen anders. Auch jobtechnisch. Aufpassen, gender. Beziehungstechnisch. Nein, der Leidensdruck da kann wirklich viel grösser sein. Also ich kenne einige Frauen, die seit Monaten, Jahren sich beschweren über die scheiss Jobs, die sie machen, über alles. Ewig. Ewig. Ich habe in meinem Umfeld gerade mehrere Frauen, wo ich das sagen kann. Frustriert, deprimiert. Die erste Reaktion ist, ja, aber warum machst du nichts dagegen? Und dann kommen Ausreden, dann kommt das, dann kommt das. Und der Leidensdruck ist einfach nicht gross. Er ist schon gross, aber nicht gross genug, weil sie sind so tapfer. Sie ertragen alles. Sie ertragen das. Auch mit Beziehung und so. Ob tapfer oder doof, ist ja eine andere Frage. Wir sagen jetzt tapfer. Wir sagen jetzt tapfer. Ja, aber das ist schon so. Vielleicht ist das auch gut, wenn die da ein bisschen einen höheren Leidensdruck aushalten als Männer. Keine Ahnung. Schmeissen sie Dinge vielleicht nicht einfach so schnell hin. Das ist auch okay. Aber ja, aber ich finde einfach, also da bin ich wirklich allergisch drauf, wenn jemand mir sagt, Job, Beruf, auch Beziehung oder so. Ich war auch so, aber ich habe das gelernt. Wenn jemand mir da sagt, der andere ist schuld. Ich bin nicht erfolgreich, weil ich kenne nicht die richtigen Leute. Ja, dann lernen sie kennen. Wo ist das Problem? Ich bin nicht erfolgreich, weil der andere DJ mich da nicht spielen lässt. Ja, dann mach etwas, dass er dich spielen lässt. Was wartest du darauf, dass der kommt und sagt, hey, du bist so ein armes Würstchen, ich habe so Mitleid mit dir, komm, ich stelle dich jetzt vorne auf die Bühne. Das wird nie passieren. Niemals. Sondern man muss selber anklopfen und einfordern quasi. Ja, dann musst du dir überlegen, eine Strategie überlegen, wie hat der geschafft, dass er da oben ist. Und dann, das ist mein zweites Credo eigentlich, erstens mal, tu was, du musst es selber tun. Und zweitens, kopiere die, die erfolgreich sind. Kopiere die, die erfolgreich sind. Oh, genau, ein neues Zitat. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Jim Jarmusch, Steele. Such mal das Zitat. Das ist genial. Also jetzt sind wir schon beim NLP eigentlich, das Modeling. Genau, ich weiss nicht, NLP, ich kenne es zu wenig. Die sagen ganz klar, du suchst dir ein Modell, irgendjemand, der vorlebt, was du willst. J-A-R, Entschuldigung, Jarmusch, mit S-C-H. Nein, J-A-R-M-U-S-C-H. Das ist ein Independent Regisseur. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Kein Problem. Das möchte ich dir schnell zeigen. Genau, Nothing is original. Das erste Zitat. Ich kann es schnell übersetzen. Nichts ist original, oder Steele von überall, wo es mit deiner Inspiration resoniert oder deine Fantasie antreibt. Ziehe den Saft aus den alten Filmen, aus neuen Filmen, aus Musik, aus Büchern, aus Gemäldern, aus Fotografien, aus Gedichten, Träumen, irgendwelchen beliebigen Konversationen, Architektur, Brücken, Strassenzeichen, Bäume, Wolken, Bodies of Water, was immer das ist, Licht und Schatten. Wähle nur Sachen, die du stiehlst, die direkt deine Seele ansprechen. Wenn du das machst, wird deine Arbeit und dein Diebstahl authentisch sein. Authentizität ist unschätzbar wertvoll. Originalität gibt es nicht. Ist nicht existent. Und versuche nicht, deinen Diebstahl zu verstecken. Feiere ihn, wenn du dich danach fühlst. Und auf jeden Fall versuche dich immer daran zu erinnern, was Jean-Luc Godard gesagt hat, es geht nicht darum, wo du die Dinge herholst, sondern wo du sie hinträgst. Genial, gell? Ja, ja. Absolut. Genau, Stil. Nichts ist originell. Und das ist ja schon geil, eigentlich hast du das gesagt, nur ein bisschen weniger poetisch. Ja. Aber du bist ja Musiker, nicht Dichter. Ja, und jetzt einfach so spontan, sowas, aber schreiben könnte ich vielleicht auch. Dann habe ich einfach einmal überlegt, bis es so schön rüberkommt. Ja, aber das finde ich auch, das sind die einfachsten Wege zum Erfolg, wenn man überhaupt Rezepte für Erfolg immer wieder machen und natürlich sich orientieren an denen, die da sind, wo man selber hin will. Das ist das Einfachste. Klar kommt dann, ja, du machst ja genau das, was der macht. Ja, schön. Jetzt spiele ich auch die selben Chancen und verdiene auch gleich viel Geld. Was ist daran falsch? Ja, aber es ist genau dasselbe. Ja, das ist mir scheißegal. Pepsi hat dasselbe gemacht wie Cola. Pepsi-Mitarbeiter freuen sich. Aber kratze sich nicht, das ist jetzt einfach meine Behauptung, dass ein DJ wie Marshmallow einfach alles von dir stiehlt. Du kannst ja nichts dazu sagen, aber ich meine... Also ich kann sehr viel dazu sagen. Du bist der Candyman quasi und der kommt aus Marshmallow. Kann sein, kann sein. Also ich meine, ich glaube nicht, dass die da hingegangen sind. Das war ja auch ein Marketingkonzept, das ist ja ganz klar. Der Typ war ja vorher schon Produzent und DJ und von einem Tag auf den anderen nennt er sich anders und setzt sich eine Maske auf und macht dann neues Branding und alles. Wie du? Das war komp... Wie Alice Cooper von Meryl Manson kopiert wurde. Im Prinzip, ja. Im Prinzip wie ich, ja. Aber ich war auch nicht der erste DJ mit einer Maske, muss ich auch sagen. Ich habe da auch Stil gemacht. Und bei Marshmallow, ob das jetzt mit dem Namen... Der war der erste? Das sage ich jetzt nicht, das kann man recherchieren. Ne, da gab es schon einige. Ich meine, Daft Punk gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren und so. Da gab es ja einige und dann auch einige grosse. Marshmallow, ich habe mir dann das auch plötzlich überlegt, habe gedacht, okay, der Name, wie kommt man darauf, sich selber wie irgendwie eine Süssspeise zu nennen? Und dann habe ich gedacht, okay, wie komme ich darauf, mich wie eine Süssspeise zu nennen? Und dann... Ein Kumpel von mir, DJ-Freund, mit dem ich damals produziert habe, der hat mir ganz spontan, also wirklich in einem... Wir haben nicht mal irgendwas getrunken. Wir haben zusammen eine neue Platte gemacht, damals noch Vinyl. Wir mussten dann die Grafik abliefern, was auf das Vinyl draufgeschrieben wird, als Produzent. Ich war damals nur Produzent. Und dann habe ich gesagt, ja, schreibe einfach Michael Kuhl da drauf, mein Name, mein bürgerlicher Name. Und dann sagt er, nee, aber komm, das klingt scheisse. Das ist... Du bist jetzt cool, Haus und DJ und Producer und so, Michael Kuhl. Nee, passt nicht. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn schreiben? Keine Ahnung. Und dann sagt er, schreibe einfach Mike Candice, das klingt so house, cool. Und ich habe jetzt gedacht, Mike Candice? Ja. Nein, aber der war damals in der Szene, ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, schreibe ich das hin. Und so war das. Ja, lustig, ja. Eine Zwanzigerjahre, die ich kenne, aus meinem Bekanntenkreis, die habe ich gesagt, dass ich dich interviewen oder mit dir ein Gespräch führen werde. Dann hat sie gesagt, was, ist der hier? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann sagt sie, der ist Amerikaner. Die hat gedacht, er ist Amerikaner oder Engländer, keine Ahnung. Ja, siehst du, das funktioniert so einfach mit deinem Namen. Das reicht schon. Ja. Auch nicht ganz unwichtig, muss man sich auch überlegen, gehört auch zum Branding dazu. Ja, aber das höre ich sehr oft. Warum Candy? Das ist eigentlich falsch geschrieben, Völlig falsch. Völlig falsch. Gibt es gar nicht. Plural von Candy gibt es gar nicht. Candy ist schon plural eigentlich. Ja, wie Fisch oder so. Ja, genau. Also da habe ich gemerkt, in den Englisch, also in England und in den USA kommen sie nicht klar mit dem Namen. Ist einfach eigentlich egal. Ist ein Name, da kann ich auch einen Schreibfehler drin haben. Ganz viele Namen haben Schreibfehler drin in der heutigen Rechtschreibung. Ja, ja. Interessant. Ja, ja. Aber es ist lustig, es gibt es sehr oft auch in Deutschland, dass mich Leute Englisch ansprechen. Die haben keine Ahnung, woher ich komme. Ja, jetzt sind wir vom Thema abgekommen, wegen Candy. Wo waren wir? Marshmallow, aber nachher vorher waren wir noch mal bei Steel. Ah, genau. Aber der Ignatio war bei Marshmallow und dann genau, dann kommt genau. Ja, auf jeden Fall war ein schöner Flow heute mit dir. Hat gut gepasst, oder? Ja, war gut. Bist du schon angeschlafen, Sandro? Oh, er sagt nichts. Er ist ein Schiffkummer. Er hat kein Mikrofon, er kann nichts sagen, er ist verloren. Mein, äh... Oh, ich schau schon wieder leer. Wodka Bull ist leer. Ich bin ein legendär schlechter Gastgeber. Nee, ist alles gut. Ist alles okay. Ich bin ein legendär schlechter Gastgeber. Ich höre das immer wieder. Ich bin so katastrophal. Alles gut. Alles gut. Immer noch kein Wodka? Nein, nein, nein. Aber ein bisschen Cola. Gibt es das eigentlich? Gibt es Gemisch? Red Bull Cola? Gibt es doch, oder? Ich glaube, das gibt es. Ich trinke... Was? Red Bull Cola? Nee, Red Bull Cola gibt es nicht. Nein. Habe ich jetzt gerade erfunden. Kehr tiefer Kopf. Ich würde sagen, wir runden das Gespräch ab. Haben wir noch etwas vergessen zu sagen? Was war? Was war das Wichtiges über 2019? Komm, sag mal, was deine Fans hoffen können dieses Jahr. Das ist immer dasselbe. Ein Spoiler. Neue Musik. Mit wem? Mit einem Rapper vielleicht? Mit einem Rapper, der sich vielleicht noch meldet. Mit irgendeinem der Rapper, der sich vielleicht noch meldet. Und natürlich auch sonst mit verschiedenen Sängern, Sängerinnen. Ich habe eine neue Sängerin entdeckt. Also das heisst, über Umwege, komplizierte Geschichte, aber die ist sehr begabt. Gibt es schon spruchreich, dass da was kommt? Kannst du Namen sagen? Namen kann ich noch nicht sagen. Wir haben einen Song fertiggestellt. Da sind wir jetzt dran, die Clearing und alles abzuklären mit den Labels, die da involviert sind. Ich hoffe, das klappt. Und mit der werde ich sicher noch mal was machen. Und sie ist noch nicht bekannt? Sie ist absolut unbekannt. Ich habe sie auch noch nie gesehen. Ich kenne nur ihre E-Mail-Adresse. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber die Stimme hat schon gehandelt? Die Stimme ist super. Habe ich einmal gehört von einem anderen DJ. Der hat mir etwas vorgespielt. Und dann habe ich gesagt, du, wer ist das? Ich habe gesagt, hier ist die E-Mail-Adresse. Dann habe ich ihr geschrieben. Sie hat mir die Vocals geschickt. Das läuft heute alles komplett anonym. Ich habe keine Ahnung, wie die Frau aussieht. Und sie ist auch über ein Management dann? Keine Ahnung. Nein, das mache ich alles selber. Musik mache ich alles selber. Aber warum weisst du nicht, wie sie aussieht? Das ist keine Website, oder? Nein, aber brauche ich eigentlich auch nicht. Die ist 20, hat noch keinen Erfolg. Ich weiss nicht, wie alt ich bin. Ich nehme an, die ist wahrscheinlich in dem Alter. Und die wurde dazu getragen auf das Management? Nein, das war doch die lange Geschichte. Ich war an so einer Musik-DJ-Konferenz. Gibt es DJ-Konferenzen? Ja, das gibt es. Und da gibt es Gruppen-Masturbation. Und was für geile Typen ihr alle seid. Was konferenziert ihr da? Circle Jerk. Genau. Nee, das ist... Das nimmt mich jetzt doch noch schnell Wunder. Das ist wie bei DJs halt üblich, ist das so, dass da natürlich vordergründig sind alles Buddies und Bros. Und im Hintergrund wird natürlich nur so, ach, der ist erfolgreicher als ich. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Ich muss dem, lalalala. Also keine Gewerkschaft? Nee, das war eine gute Sache. Das Ding heisst Mixcon, das findet in München statt. Und das ist wirklich so eine Convention-Konferenz, keine Ahnung, wie man sagen will, von DJs. Und da kommen grosse, kleine Anfänger. Da kommen verschiedene DJs, alles Mögliche. Die einen kommen für Panels, ich war da auf einem Panel. Und da kommen natürlich Gäste. Da hast du ein Interview, also ein Panel heisst, da wurde es interviewt. Genau, da gibt es Interviews über die Szene, Fragerunde, genau so. Solche Dinge. Und da gab es unter anderem so ein, wie soll ich dem sagen, so eine Demotape-Runde, keine Ahnung, wo junge DJs, Produzenten zu mir kommen konnten und ihre Songs vorstellen konnten. Und ich gebe denen einfach mein Feedback, wie ist es produziert, hat es Chancen auf dem Markt, wie finde ich das, bla bla bla, was man so macht. Und Coaching, so ein kurzes Coaching. Und da waren, ich glaube, das waren zwei junge Produzenten und die haben mir da was vorgespielt und ich habe gesagt, Jungs, ich finde den Song jetzt okay, aber die Stimme, woher habt ihr die Sängerin? Weil das sticht sofort heraus. Pechvögel, he? Pechvögel. Nee, aber ich bin ja dann so fair, muss ich ja dazu sagen, ich bin dann so fair und habe denen gesagt, schaut, ich will die euch nicht wegnehmen, wenn die bei euch unter Vertrag ist oder irgendwie so, dann lassen wir sie, ihr müsst mir den Namen nicht geben. Und dann haben die gesagt, nein, das ist cool, das ist wahrscheinlich eine Freundin von denen, wir freuen uns und geben die Kontakt. Kannst dich da revanchieren bei den DJs, oder? Wenn das alles funktioniert, ich meine, da ist natürlich immer viel grosses If. Grosses If. Erstens mal müssen die Songs veröffentlicht werden, das Label muss das, mein Label muss das noch absegnen schlussendlich, die müssen auch sagen, finden das gut. Ah, die haben Veto-Rechte, du kannst nichts. Natürlich, die haben Veto-Rechte. Ist das nicht so natürlich? Ich denke, wenn die Rolling Stones einen Song produzieren, dann sagt, meinst du? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nein, die haben einfach die Freiheit. Ja, vielleicht jetzt, ja. Ja, jetzt. Aber das war, nein, 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 das ist nicht, ganz so einfach ist das nicht, auch nicht bei den grossen, wo sind die Stones, waren die mal bei Amy, oder wo sind die jetzt? Also ich weiss, U2 hat immer die Songrechte selber, aber ich weiss, die haben ja nie die Songrechte weggegeben, und sind jetzt alles so scheissreich, aber. Ja gut, das ist nochmal was anderes, Songrechte weggeben, aber die Plattenfirma, die das schlussendlich veröffentlicht, die kann natürlich mehr oder weniger sagen, okay Jungs, aber dieser Song, jetzt weiss ich nicht, vielleicht ganz hinten aufs Album, dieser Song passt super, dieser Song, also da gibt es immer A und R, Artist und Repertoire, das ist der Job von dem, die guten Songs auszuwählen und die dann richtig zu vermarkten, also. Also wenn das grosse If jetzt zutrifft, wenn das grosse If jetzt zutrifft und der Song mit dieser Sängerin oder irgendein Song, was ich mit der Sängerin noch vorhabe, natürlich zum Überhit wird und wirklich, wirklich was erreicht, if, 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 dann muss ich die Jungs, ausfindig machen und keine Ahnung, wahrscheinlich, ich sehe dann irgendwie so einen fairen Deal, dass man sagt, okay Jungs, ihr könnt vielleicht von dem Song einen Remix machen oder so, dann profitieren die am meisten, dann kommt ihr Name ins Gespräch, das ist eigentlich, das ist so ein Gegengeschäft. Man darf nicht einfach Remixen, was man will, da sind auch Copyright drauf. Ja, ja, natürlich. Und ist es schwierig, die Rechte zu bekommen für einen Song? Gibt alles, also jetzt im konkreten Fall, hier handelt es sich um einen Song, der jemand anders geschrieben hat, vor ungefähr 20 Jahren. Da ist es natürlich immer schwierig, wo sind die Rechte, die sind jetzt dummerweise bei diesem Song, bei ungefähr sämtlichen grossen Major-Labels auf der ganzen Welt verteilt. Also die sind bei Warner, Sony, Universal, überall verteilt. Warum machst du dann einfach Freude, Schöner, Götterfunken, einen Remix? Könnte man auch machen, das ist dann, das ist Copyright frei. Das ist Copyright frei, ja. Ja, geil, oder? Copyright frei. Frei, voll frei. Copyright frei. Nee, das ist jetzt bei dem Song so und das heisst, das wird natürlich sehr kompliziert, wir sind jetzt da dran, wir müssen alle, die diese Rechteinhaber anfragen und sagen, so sieht es aus, das möchten wir machen mit dem Ding, bla 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 und alles, da gibt es alles, wir haben, ich habe schon so viele Covers gemacht, legal natürlich, das kannst du ja nur legal machen, weil sobald du anfängst, damit Geld zu verdienen, wird dir das sofort sonst gesperrt. Ich habe schon alles erlebt, ich habe schon von Riesentracks, die die Freigabe sofort bekommen, also in der Wochenfrist und bei anderen Tracks, wo ich jetzt selber finde, die waren jetzt nicht so riesig, da geht es ein Jahr und nach einem Jahr kommt irgendjemand und sagt nein. Eben so Beatles, das kann man völlig vergessen. Das kann man mehr oder weniger vergessen. Es kommt immer darauf an, wer da anfragt. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Geta kommt oder so. Beatles sind berühmt, dass man nichts kriegt. Beatles ist schwierig, Beatles ist sehr schwierig. Ich kenne gar keinen Cover. Doch, ich glaube, aber Yesterday, das habe ich mal gehört, Yesterday ist einer der meistgecoverten Songs auf der ganzen Welt. Vielleicht haben sie den mal freigegeben und haben gesagt, okay, den kann jetzt jeder machen oder so. Ich weiss nicht. Aber sonst kommt natürlich darauf an, wer, schlussendlich geht es auch da meistens nur ums Geld, ausser, da ist jetzt vielleicht wie bei YouTube, ich weiss nicht, wie das bei denen ist, der Künstler selber, der noch die Rechte hat, das gibt es auch, dass der Künstler die Rechte behält und der sagt sich einfach, ich habe schon meine 200 Millionen auf dem Konto und ich will jetzt nicht, dass dieser Vogel hier aus Opfikon aus der Schweiz mit meinem Werk irgendwie noch was macht. Und dann sagen sie nein. Aber viele sagen auch, sie sehen einen kommerziellen Aspekt, sie sehen eine gewisse Reach. Natürlich. Und die verdienen natürlich Geld. Das Geld geht dann zum Urheber. Das ist ja so. Und an dich geht was? Auch ein Teil, auch ein Teil, aber das ist zu kompliziert, aber es gibt immer so, ein Anteil geht an den Songwriter und den Publisher und ein Anteil geht an den aktuellen Produzenten und Künstler und Interpreten eigentlich. Aber ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit mit Streaming und Radio, wenn wir sprechen von Radio-Singles, geht der Grossteil des Geldes an die Urheber, an die Original-Urheber. Aber ist es nicht naheliegend, dass man solche Perlen ausgräbt, zum Beispiel Seasons in the Sun von den 70er Jahren und da versucht, die Rechte zu kriegen von Songs, die mal berühmt waren, aber keiner mehr kennt? Ja, natürlich. Das ist auch ein Teil deiner Arbeit, diese Recherche zu betreiben? Natürlich. Das ist, mache ich sehr oft, ist aber auch natürlich schwierig, weil man muss etwas finden, also man muss, das ist einfach so eine Regel, die sich irgendwie so entwickelt hat, man muss etwas finden, was zum einen, wo man weiss, okay, die Melodie hat schon mal funktioniert, zwar mal ein Hit. Das heisst, die Melodie ist gut an sich. Dann, sie muss irgendwie bei meinem Zielpublikum irgendwie schon ganz weit hinten im Hirn abgespeichert sein. Das ist von grossem Vorteil, weil dann denken sie, ah, ich mag das Lied, aber ich habe keine Ahnung, was es eigentlich ist. Das löst so einen Reflex aus. Ja. Und dann, das heisst, es darf nicht... Es wird schon einen Werbespot für Levi's oder so vor 30 Jahren benutzt worden und dann... Zum Beispiel, aber es ist gut, wenn zum Beispiel jetzt, Leute, die heute 18 Jahre alt sind, wenn die das zum Beispiel schon mal gehört haben als Kinder, weil ihre Eltern das gehört haben zum Beispiel. Das ist gut, weil dann haben sie die Melodie schon irgendwie, tragen die schon mit, wissen aber nicht mehr genau, wer das eigentlich war. Also da muss man immer so eine Balance finden. Hast du ein Beispiel, wo du das gemacht hast? Wo es ein ziemlich strategischer Entscheid war? Ja, ich meine, eines meiner ersten Covers, was auch sehr gut funktioniert hat, das war Insomnia von Fateless. Das Ding ist jetzt unterdessen, lass mich überlegen, fast 25 Jahre alt, ich glaube, das ist irgendwie 95, da rausgekommen. Das war meine Ozon-Zeit in St. Karni, da erinnere ich mich. Genau. Guter Song, ja. Ein Riesensong, absoluter Riesensong, eine Hymne und wir haben das dann vor 15 Jahren oder so wieder rausgebracht, also nee, vor 10 Jahren, exakt vor 10 Jahren, ja genau, 2008 haben wir das. Gar nicht so gross, die Distanz. Ja, aber da waren schon über 10, 15 Jahre dazwischen. Und dann ist lustigerweise Folgendes passiert, wir haben auch gedacht, okay, jetzt werden wir zerrissen, weil das ist eine Hymne, schwierig sowas anzufassen, wir haben es trotzdem gemacht, weil wir gesehen haben, die DJs reissen sich danach, die wollen das spielen, weil das funktioniert einfach, ist ein gutes Thema, aber das Original kannst du heute an einer Elektrohaut, die nicht mehr spielen. es wirkt eine Schal, es ist irgendein Grund, weil es nicht mehr gemischt ist, wie es heute gemischt wird. Das klingt einfach, klingt schön, nostalgisch, aber es klingt nicht so, wie Elektro oder EDM oder so heute klingt. Oder jetzt auch schon wieder vor 10 Jahren, ich kann jetzt mein Original vor 10 Jahren auch nicht mehr spielen. Also es ist auch schon wieder vorbei. Das müsst ihr auch remixen. Habe ich jetzt auch schon für mich wieder remixed, wieder neu für mich. Ja. Nicht für öffentlich, aber nur für mich, dass ich es überhaupt noch spielen kann. Das verändert sich. Genau, für live, für mich für live. Aber dann ist das Lustige passiert, dann haben wir das veröffentlicht, das ist in verschiedenen Ländern in die Charts gegangen, das hat sehr gut funktioniert, und die Kommentare auf YouTube waren lustigerweise, warum covert ihr Tiesto? Tiesto ist einer der grössten, bekanntesten DJs der Welt, der hat die Nummer vor fünf Jahren, bevor wir sie gemacht haben, auch schon gekovert. Ja, dann heisst es ja Covert-In statt. So könnt ihr quasi auch einen Brand bilden, dass sie so glauben, ihr seid die Erfinder dieser Melodie, dabei seid ihr es eigentlich gar nicht. Genau. Ein bisschen ein Trick durch die Hintertür, um Credibility oder so zu bekommen. Das war die andere. Ah, genau. Also es gab einen Teil, der hat wirklich gesagt, don't touch Fadeless, das dürft ihr nicht machen, das war aber verschwindend klein. Dann gab es die 10, 20 Prozent, die gesagt haben, warum covert ihr Tiesto? Die waren lustig für mich, nur lustig. Und der Rest, tatsächlich 50, 60 Prozent der Leute haben gedacht, das ist jetzt Mike Candice, der hat die Nummer erfunden. Ja. So funktionieren die Hörer. Aber, die haben natürlich wahrscheinlich das schon mal irgendwo gehört, unbewusst, oder die Melodie ist einfach so stark, dass sie das sofort gemocht haben, aber im Kopf verknüpfen sie das dann mit dir als Künstler. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. interessant. Ja. Aber da, lustigerweise da, bei einem solch grossen Titel hat das mit dem Clearing super funktioniert. Und ein David Guetta kann natürlich jetzt schon Kooperation machen mit Rihanna, oder ich weiß, keine Ahnung, vielleicht ist das ein und die profitieren quasi auch gegenseitig vom Stardom des Anderen. Natürlich. Das funktioniert ja auf diesem Level praktisch nur noch so. Also, alle, ich sage mal, die Top 20 der kommerziellen DJs auf der Welt, die arbeiten fast ausschliesslich nur mit den Top 20 Sängern, kommerziellen Sängern der Welt zusammen. Ja. Weil die wissen ganz genau, okay, wir profitieren gegenseitig von der Fanbase, wir haben einen sicheren Wert, dass die Leute das akzeptieren werden. Und das ist dann vorwiegend dann ein geschäftlicher Entscheid dann schon. Das ist beides, weil auf der einen Seite muss man sagen, man kann zum Beispiel von Justin Bieber halten, was man will, marketingmäßig, als Mensch und so, ich kenne den nicht, keine Ahnung, aber das ist ein guter Sänger. Ist er das? Ich finde, das ist ein guter Sänger und der ist nicht umsonst da. Natürlich, Marketing, Aussehen, alles, Kampagnen, alles verstehe ich, aber es ist ein guter Sänger und wenn jetzt irgendein grosser DJ sagt, ich mache was mit Justin Bieber, dann hat er auch einen guten Sänger. Der hat das auch Cross-Hong-Hip-Hop-Gereich gemacht, alles mögliche, auch mit DJs und so. So hat sich quasi auch Credibility geholt, war aber gefährlich, vielleicht eher für den Gangster-Rapper mit so ihrem Zusammenarbeiten. Bei dieser Grösse sagst du dir, hey, wenn dann irgendwie 500.000 Fans den Song gut finden, dann sagst du dir, genau, die 50.000, die finden uns nicht so kredibel, ist ja egal, schlussendlich ist es ein bisschen. es sind auch Leute, die das auch hassen, auch Schauspieler, die da quasi in die Ecke gedrängt werden. Du machst romantische Komödien, Matthew McConaughey zum Beispiel, der war ja abonniert für romantische Komödien, bis er da 20 Kilo abgespeckt hat und angefangen hat, Dramarollen zu spielen. Und ich denke, das ist bei Musikern wahrscheinlich auch so, ich habe das auch schon gehört, dass sie quasi wie beleidigt sind, dass man sie quasi sagt, du bist jetzt abonniert für diese Rolle und du hast diese Rolle zu spielen und das wahrscheinlich auch schlau beraten, dass man rechtzeitig in seiner Karriere ganz bewusst, wie Robin Williams zum Beispiel, ja auch immer wieder mal so ein One-Hour-Foto gemacht hat oder der hat ja immer wieder über das Stand-Up-Comedy hinaus, über die flache Komödie hinaus, wieder ein Club der Toten Dichter oder was hat er noch gemacht, Good Morning Vietnam, das waren ja auch anspruchsvolle Filme, nicht nur einfach nur lustig und man ist wahrscheinlich gut beraten, auch als Musiker, dass man sich rechtzeitig, bevor ein Trend nach vorüber geht, eigentlich dann wieder nach anderen Entwicklungen aussieht, die vielleicht Ausschau halten, die völlig in anderen Bereichen angestammt sind, wie zum Beispiel Hip-Hop, oder sehe ich das falsch? Nein, aber ich glaube, das muss sich auch einfach ergeben oder man überlegt sich das wirklich aus Marketing-Sicht, dass man das macht, aber ich glaube, da sind wir jetzt heute wirklich auch so, das hat sich mit dem ganzen Musikkonsum, mit Internet, mit YouTube, mit Spotify und so, das hat sich so vermischt, ich glaube, heute gibt es kaum noch Fans von irgendeinem Genre, ich kenne mich jetzt nicht bei Punk-Rock oder so aus, aber das ist ja auch nicht mehr gross im Kommerz oder so, aber von kommerziellen Musik, vom Hip-Hop, über Elektro, über Haus, über Deep House, über Rock, über Pop und alles, das hat sich alles vermischt, also da gibt es kaum mehr irgendeinen Künstler, wo man sagt, nee, aber der darf jetzt nicht mit dem zusammenarbeiten, sonst springen ihm die Fans ab, das gibt es heute einfach gar nicht mehr. Klar, da gibt es in der Szene, ich höre das ja auch von DJs und Produzenten, die ein bisschen sich auf irgendetwas spezialisiert haben, die sagen, jetzt bin ich enttäuscht von dem, weil der hat jetzt fünf Jahre lang konstant diese Musik gemacht und jetzt arbeitet der plötzlich mit dem. Und dann bringen die einen guten Song, dann sind sie die Ersten, die den Song spielen. Ja. Das ist nicht mehr so. Mir fällt auch auf, weisst du, wenn zum Beispiel The Killers, das heisst, ich kannte jemanden, der fand die Supras, die erst die grosse aufkamen und dann als die erste Platte rauskam, die ich notiznahm, die ich wirklich super fand, mit ein paar starken Songs drauf, da hatten sie schon als Grundsatz schon gesagt, das ist jetzt Kommerz. Dass sie quasi wie sauer sind, wenn ihre Künstler, die sie da entdeckt haben, nachher quasi Erfolg haben, dann sagen sie, das ist vorbei. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es. Ich glaube, das gibt es echt nicht mehr. Und die Leute sind zu vernachlässigen, weil der kommerzielle Erfolg, das gibt man dann aussieht, wenn halt diese 5% Freaks, die halt unbedingt nur Sachen hören wollen, und die keine Sau kennt, dann sollen die das machen. Aber grundsätzlich ist es immer schlau, ein möglichst grosses Publikum anzusprechen, mit dem Risiko. Zum Beispiel, The Cure war ja auch so, dass sie zum Teil fröhliche Lieder gemacht haben, die ich auch immer schlecht fand, ehrlich gesagt. Ja, fand ich auch schlecht. Gut, wenn sie traurig waren, aber wenn da diese Trompeten kamen, dann war immer vorbei. Aber dann wurde das quasi auch übel genommen, dass sie quasi nicht mehr nur Gothic sind, sondern ein bisschen so Karnevalsmusik, ähnliche Instrumente zumindest. Ich glaube, das war die Zeit. Damals war wirklich jede Band war exakt auf ihren Sound und da gab es ja auch nicht irgendeine, kam ja nicht den in den Sinn, dass der Cure-Sänger plötzlich bei, lass mich überlegen, was gab es da sonst noch von den Bands, plötzlich bei denen einspringt und der und der, also das war ja schon sehr selektiv. Ja, das wäre ja ein Career-Ender gewesen, wenn sie plötzlich mit Britney Spears da was gemacht hätten. Zum Beispiel, ja. Ich war schon zu spät, Britney Spears. Ja, das war ein bisschen später, aber irgendwie, aber das ist heute, hat sich das alles komplett vermischt. Ich meine, schau dir, was gibt es überhaupt heute noch für ganz grosse, grosse Bands? Schöne Verlobband. Große Bands, nennen wir mal zehn aktuell, richtig grosse Bands. Coldplay, sonst niemand mehr. Coldplay gibt es seit 15 Jahren. Aktuelle, die jetzt gekommen sind, gibt es nicht mehr. Keine mehr. Es sind alles Individuen. Also es gibt ja schon Kanye West und Taylor Swift. Ja, aber Bands, wo du sagst, das ist eine Band und die schreibt momentan Musikgeschichte. Das ist spannend, ja. Gibt es nicht mehr. Und wenn es es gibt. Boygroups vielleicht noch, aber wo? Ja, ist auch vorbei. Gibt es auch nicht mehr. Gibt es auch nicht mehr. Warum ist das? Das weiss ich auch nicht. Weiss ich nicht. Weil das Marketing sich auf ein Gesicht limitiert, oder ist das erfolgreich? Ich weiss nicht. Okay, die einzige Band, was mir jetzt in den Sinn kommt, die haben jetzt seit drei Jahren gute Songs und ich glaube, die sind auch sehr gut unterwegs. Das ist Imagine Dragons. Ich weiss nicht, wie lange es die schon gibt. Gut, die gibt es schon ewig. Aber die sind jetzt seit drei Jahren so kommerziell unterwegs. Imagine Dragons gab es schon 90er. Das kann sein, ja. Ja, die sind uralt. Aber die sind kommerziell erst seit ein paar Jahren sind die jetzt unterwegs. Also ich kenne den Namen, ich kenne die Musik nicht, aber das in den Plattenläden habe ich den Namen schon gelesen. Okay. Waren die nicht da mit diesem britischen, das war noch recht interessante Musik. Ja, aber ja, ich kenne ja einen mehr. Okay. Aber sind sicher nicht neu, uralt. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber die sind jetzt seit, würde ich sagen, ist das eine Band, die jetzt neu gekommen ist. Das interessiert mich auch nicht mehr so für Musik. Ich denke, wenn man jetzt so Indie-Rock-Fans und so anschaut, die können schon noch Namen sagen, aber sie sind halt nicht mehr so gross. Ja, ich spreche von wirklich Leuten, die... Marken. Ja, wirklich, die in den Charts, ich meine, Cure und so, die waren in den Charts. Die haben wirklich Platten verkauft damals. Ja. Und heute ist er eher eine Karikatur seiner selbst. Also rein optisch. Ich habe es ja gehört, das Konzert sei toll gewesen. Die waren in Basel vor ein paar Jahren, das sei grandios gewesen. Aber... Wahrscheinlich noch ein paar hundert Leute. Aber die hatten ja seit zehn Jahren keine Platte mehr. Die sind... Ja gut, das ist auch... Irgendwann ist es auch gut. Die reziprieren sich, ja, genau. Es ist sowieso interessant, dass die meisten Musiker irgendwie ein Fenster haben von 10, 15 Jahren, wo sie wirklich innovativ sind. Und mir fällt eigentlich nur eine Band ein, wo das nicht der Fall ist, die wirklich mehrere kreativen Phasen hat, und das war Radiohead. Und ich finde, die sind eigentlich bis heute... Die sind auch in den Elektrobereich rübergewandert, plötzlich. Die hatten ja diese tollen Gitarrenriffs und so, und dann plötzlich kamen sie auch völlig elektronisch rüber. Und ich finde, die haben das... Die haben... Es war nicht mehr so mein Geschmack, aber die haben immer wieder neu... David Bowie... Wobei David Bowie ist auch auf die Trends eher aufgesprungen, glaube ich, gegen den Schluss. Ja, aber... Ja. Aber interessant, dass es keine grossen Bands mehr gibt. Ich dachte, ich interessiere mich einfach nicht mehr für Musik. Also, ich weiss nicht, vielleicht... Ich schaue ja nur wirklich die kommerziellen Charts an und höre Radio. Und da kommen ganz wenige... Imagine Dragons ist jetzt so ziemlich die letzte Band, die mir jetzt aufgefallen ist. Dann davor kam noch Maroon 5, kann man sagen... Aber es sind auch 20 Jahre, oder? Es ist auch schon 10 Jahre her, oder noch länger, ja. Ja. Aber, ja... Nein, und schnell sind die weg. Mir war es gehört. Seit 10 Jahren nichts mehr gehört von denen. Aber die hatten ja auch nur irgendwie zwei Songs oder so, die wirklich funktioniert haben. Ja, schon ein bisschen mehr. Aber, ja, die waren gut gemischt. Das weiss ich noch. 1992, da habe ich das erste Mal schätzen gelernt, wenn jemand... Es ist nicht, war nicht der Wall of Sound, der ist auch berühmt, den kennst du sicher, dieser... Der ist, glaube ich, jetzt im Gefängnis, oder, Phil Spector, wegen Mordes, der diesen Wall of Sound gekehrt hat, von Pink Floyd, glaube ich, oder so, der eben quasi... Eben, wo man quasi von... Ja, richtig so überwältigt wurde von vollem Klang. Und ich finde, Nein, schnell hat er das auch gemacht. Ich habe damals Achtung, Baby gehört, von U2, und habe gedacht, wow, das ist so toll gemischt. Und dann habe ich ein Jahr später diese 9-Inch-Netz-Platte gehört und habe gedacht, mein Gott, die haben das zwei Jahre früher schon gemacht. Aber stimmt schon, ich habe auch nichts mehr gehört. Auch Merlin Manson ist weg. Ich werde alt. Ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also, ich weiss, wer das ist, aber es hat mich nie interessiert. Wir hätten in der gleichen Stadt, in der gleichen Kleinstadt aufwachsen können und wir hätten uns im Nachtleben nie begegnet. Nein. Ja, weil eben bei Hausmusik ich war... Weisst du, warum nicht? Ich meine, wegen der Musik selber vielleicht auch, aber mir haben auf die Leute nie gefallen. Es waren immer die, in St. Gallen waren das die HSG-Studenten, es waren diese Snobbys, die sich da aufgetakelt haben. Die Frauen haben mir immer gut gefallen, diese Super-Tussis. Aber ich fand mich immer wohler zwischen den Punks und den Gothic-Leuten. Nicht, weil mir die Einstellung gefallen hätte, aber die Frauen waren zugänglicher für mich. Okay, okay. Der letzte Satz noch, das habe ich vor 15 Jahren gehört. Ich war ja als Gothic unterwegs, also ich habe einen Kamm gehabt, ein Tattoo und alles. Ich war ein wilder Typ, zwei Meter zwanzig mit Frisur, geschminkt und... Und ich hatte Riesenerfolg bei den Mädels, obwohl ich ja das... Nicht nur heute, ich war nie besonders gut aussehend, aber mit diesem Gothic-Ding, da habe ich Mädchen gepflückt. Nicht so wie du wahrscheinlich, aber ich hatte meinen schönen Anteil an Erfolg. Und vor etwa 15 Jahren war das, da habe ich rumgezählt, ich schaue nie RTL 2, das möchte ich betonen, aber da war dieser deutsche Bodybuilder und das war einfach grandios. Das war so, der war für 72 groß und irgendwie 115 Kilo und weisst du, mit Ausschlag vom Testosteron, von Injektionen und dann stand man da und sagte, ich weiss schon, 80% der Frauen finden das hässlich, aber die anderen 20%, die gehören mir. Und das fand ich so geil, weil es ist, was ich heute auch noch mache, es ist Nischenmarketing, es war eine super Nische, die Welt erobern. Und so dumm er war, das hat er gut erkannt, oder? Und ich habe gemerkt, wenn ich in den Mainstream reingehe, in ein Haus, wo alles so an der Oberfläche, also Entschuldigung, nicht persönlich gemeint, aber wo ich finde, es spielt an der Oberfläche und es geht ja eben viel Geld ausgeben für Drinks, das ist etwas sehr beliebt bei den Club-Eignern natürlich, aber ich war da immer verloren, ich war so dünn und drahtig und so und bei Gothic, weisst du, wenn du so mutig unterwegs warst, da hast du bei den Girls irgendwie ein bisschen Erfolg gehabt, allein deswegen, dass du dich getraut hast, so rumzulaufen, da hat er ein bisschen, ja, da haben wir gedacht, der ist mutig und da habe ich dann immer diese Mauerblümchen pfücken können. Lang ist es her, ich werde alt, aber die Erinnerungen, die bleiben. Sehr schön. Okay, ein doofes Schlusswort, komm, sag noch was dazu. Was soll ich dazu sagen? Bei mir hat das, ich musste nicht, in die Gothic-Szene wechseln, du hast im Mainstream Erfolg gehabt. Ich musste einfach DJ werden. Bei mir ist das wirklich, ich bin auch früher gerne in Clubs gegangen, nicht so oft oder so, aber das war nie meins, auf der Tanzfläche irgendwie da zu tanzen oder da irgendwie Mädchen, Frauen anzusprechen oder so. Du lässt die Puppen tanzen. Und dann hat sich das plötzlich, als ich DJ war, hat sich das verändert und dann plötzlich stehst du da oben auf dem DJ-Pult und schaust da runter und denkst so, hm, da unten war ich auch mal. Ist geiler hier oben, gell? Ja, nein, ich bin einfach lieber da. Klar, ich bin gerne DJ, das ist super, das macht mir Spass, alles toll, aber es ist einfach, ich hatte oft die Diskussion, ja, warst du auch früher schon oft in Clubs und so und das war ich ja nicht. Also, bestimmt nicht jedes Wochenende oder so wie jetzt, ich bin jetzt nicht so, oh mein Gott, Haus und ich muss da hin und ich muss an die Party und so, bevor ich DJ war, überhaupt nicht. habe mir meinen ehemaligen Musikmanager auch mal vorgehalten, der hat mich mal im Studio besucht und der hat schon gesehen, dass ich was kann da, aber irgendwie, das war schon noch ganz am Anfang und der hat mich jetzt auch seit 15 Jahren betreut und der hat mich da im Studio besucht und der hat gesagt, weisst du, ich sehe schon, du hast schon Talent, du weisst, was du machst hier im Studio, aber es würde dir gut tun, wenn du auch mal in den Club gehst. Oder war ich ja noch nicht DJ. Man merkt einfach, du bist nie in den Clubs, weil was du hier machst, will keine Sau. Du könntest das, aber du bringst es nicht auf den Punkt, weil du völlig am Markt, nicht am Puls bist. Und er hatte völlig recht, weil ich war einfach bei mir im Studio, ich habe mir andere Sachen angehört und gedacht, okay, das klingt cool, okay, das klingt cool, mache ich mir ein bisschen Stil hier, Stil da, aber ich habe nie gesehen, wie die Leute wirklich schlussendlich reagieren im Club und das hat er mir gesagt und dann habe ich angefangen mit den DJs mitzugehen und zu schauen ganz klar, okay, der Song funktioniert, das funktioniert nicht, hier ist der Break zu lang, hier ist das Vocal zu laut, da siehst du dann sofort die Leute von der Tanzfläche weggehen oder da drehen sie durch, da flacht es ab, dann siehst du das sofort. Aber wie ein Stand-Up-Comedian, der seinen Humor immer testen muss für kein Publikum, um zu wissen was. Muss man testen. Jetzt unterdessen bin ich soweit, dass ich mehr oder weniger im Studio schon spüre, ob das funktionieren wird oder nicht. Funktioniert auch nicht immer dann, aber was will ich damit sagen? Nein, ich war früher nicht, wirklich auch nicht viel in den Clubs und so, ich komme nicht aus, eigentlich aus dieser Szene, sondern das hat bei mir wirklich erst angefangen, als ich DJ war und mir ist da wesentlich wohler, wenn ich da im DJ-Pult stehe, als wenn ich unten auf der Tanzfläche bin. Einfach, weil ich mag, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich mag keine Menschen. Also ich mag schon bestimmte Menschen, einzelne Menschen ist gut, aber Menschen, Massen, Mengen, viele Menschen, die ich nicht kenne, das ist nichts für mich. Das ist lustig. Sag noch, dass du introvertiert bist. Bin ich nicht, bin ich bestimmt nicht. Ich stehe gerne auf einer Bühne. Ich kann relativ problemlos nach einem Schluck Wodka auf einer Bühne stehen vor 10.000 Leuten und irgendeinen dummen Spruch reisen, ist kein Problem. Kann ich machen. Ich kann auch vor 10.000 Leuten ein Piano nehmen und irgendeinen Song vorspielen oder so, es geht alles auch. Aber wenn ich wählen kann, lieber auf der Bühne oder lieber im Publikum, dann bestimmt lieber auf der Bühne. Ja, das merkt man. Ich merke auch, bei mir wächst der Respekt. Also von deiner Person habe ich schon immer Respekt gehabt, aber von deinem Beruf, was du machst, für mich war das früher einfach, das war eben der Kommerz, das war das Oberflächliche und ich merke, wie viel Gedankenarbeit dahinter steckt, wie viel Planung, wie viel Kreativität am Ende auch. Du hast ja einen Riesenfundus, aus dem du schöpfen kannst, die Welt steht dir offen und du musst immer wieder von Neuem entscheiden, in welche Richtung du kreativ gehen willst und kannst und solltest, um deine Selbstständigkeit zu wahren und weiterhin Erfolg zu haben. Das ist ganz interessant. War ganz toll, mit dir zu reden. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Hast du noch mal was anzufügen? Nein, jetzt hast du zum DJ und so, ich glaube, da ist jetzt alles gesagt und das andere machen wir ein anderes Mal wieder. Es war ganz toll, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, hat Spass gemacht. Danke auch. Danke auch.